Georges Simenon »Mégret und die junge Tote«, gelesen von Walter Kreie. Kapitel 1, wo Inspektor Lognon eine Leiche entdeckt und darüber klagt, dass sie ihm weggeschnappt wird. Mégret gähnte und schob die Papiere an den Rand des Schreibtisches. »Unterschreibt das, Kinder, dann könnt ihr ins Bett gehen.« Die Kinder, das waren wahrscheinlich die drei hartgesottensten Kerle, die die Kriminalpolizei im letzten Jahr gesehen hatte. Einer von ihnen, Dede genannt, sah aus wie ein Gorilla. Und der Schwächlichste, der mit dem Pfeilchen, hätte sein Geld als Ringkämpfer auf dem Jahrmarkt verdienen können. Janvier gab ihnen die Papiere und einen Stift und nun, da sie endlich gestanden hatten, machten sie keine Scherereien mehr und unterschrieben das Protokoll, ohne es vorher noch einmal zu lesen. Die Marmoruhr zeigte kurz nach drei. Und die meisten Büros am Quai des Orfevres waren in ein Dunkel getaucht. Seit langem hörte man keine anderen Geräusche als ein entferntes Hupen oder die Bremsen eines Taxis, das auf dem nassen Pflaster ins Schleudern geriet. Schon tags zuvor, als man sie hergebracht hatte, vor neun Uhr früh, waren die Büros wie ausgestorben gewesen. Es hatte bereits geregnet, dieser feine, melancholische Regen, der noch immer anhielt. Seit über dreißig Stunden saßen sie zwischen den immer gleichen vier Wänden, mal zusammen, mal einzeln, während Maigret und fünf seiner Mitarbeiter sie abwechselnd in die Enge trieben. »Blödmänner«, hatte der Kommissar gesagt, als er sie zu Gesicht bekommen hatte, »das wird lange dauern.« Bei so bockigen Blödmännern dauert es immer am längsten, bis sie auspacken. Sie bilden sich ein, sie könnten davonkommen, wenn sie nichts oder einfach irgendwas antworten, auf die Gefahr hin, sich alle fünf Minuten zu widersprechen. Da sie sich für schlauer als alle anderen halten, markieren sie am Anfang immer den starken Mann. »Wenn ihr glaubt, ihr könnt mich reinlegen!« Seit Monaten operierten sie rund um die Rue Lafayette, und die Zeitungen nannten sie die Mauerbrecher. Dank eines anonymen Anrufs hatte man sie schließlich drangekriegt. Ein Bodensatz Kaffee war noch in den Tassen, eine Kaffeekanne aus Emaille stand auf dem Kocher. Alle sahen mitgenommen, aschfahl aus. Maigret hatte so viel geraucht, dass sein Hals kratzte. Wenn die drei eingelocht waren, würde er mit Janvier irgendwo eine Zwiebelsuppe essen gehen. Sein Schlafbedürfnis war verflogen. Gegen elf hatte er einen Müdigkeitsanfall gehabt und war in seinem Büro einen Moment lang eingenickt. Nun dachte er nicht mehr an Schlaf. »Sag, Vaché, er soll sie abführen!« In dem Augenblick, als sie das Büro verließen, läutete das Telefon. Maigret nahm ab. Eine Stimme sagte, »Wer bist du denn?« Er runzelte die Stirn. Antwortete nicht sofort. Am anderen Ende der Leitung fragte man nach. »Jusjeu!« So hieß der Inspektor, der eigentlich Bereitschaft hatte und den Maigret gegen zehn nach Hause geschickt hatte. »Nein, Maigret!« brummte er. »Entschuldigen Sie, Herr Kommissar, hier ist Raymond von der Zentrale.« Der Anruf kam von dem anderen Gebäude, wo in einem riesigen Zimmer alle Notrufe zusammenliefen. Sobald die Scheibe einer der roten Notrufsäulen, die fast in ganz Paris aufgestellt waren, zerbrach, blinkte ein Lämpchen auf einer großen Wandkarte und ein Mann schob seinen Stecker in eine der Buchsen der Vermittlungsanlage. Zentrale! Mal handelte es sich um eine Schlägerei, mal um einen renitenten Betrunkenen, mal um einen Streifenpolizisten, der Hilfe benötigte. Der Mann in der Zentrale schob seinen Stecker in eine andere Buchse. »Die Wache in der Rue de Grenelle? Bist du das, Justin? Schick einen Wagen, Höhe Hausnummer 210.« Zu zweit oder zu dritt schoben sie in der Zentrale Nachtdienst und machten sich wohl auch einen Kaffee. Manchmal, wenn es sich um etwas Ernstes handelte, verständigten sie die Kriminalpolizei. Es kam auch vor, dass sie am Keh anriefen, um mit einem Kumpel zu plaudern. Maigret kannte Raymond. »Gissieu ist nicht da. Irgendwas Besonderes, was du ihm sagen willst? Nur, dass gerade die Leiche einer jungen Frau gefunden wurde, auf der Place Vente-Emile. Keine Details? Die Männer vom zweiten Revier müssen vor Ort sein. Ich habe den Anruf vor drei Minuten bekommen. Danke. Die drei Muskelprotze hatten das Büro verlassen. Janvier kam zurück, die Augenlider leicht gerötet, wie jedes Mal, wenn er Nachtdienst hatte, und Bartstoppeln, die ihn kränklich aussehen ließen. Maigret warf sich seinen Mantel über, suchte seinen Hut. »Kommst du?« Sie gingen hintereinander die Treppe hinunter. Eigentlich wollten sie ja in den Hallen eine Zwiebelsuppe essen. Vor den schwarzen, im Hof geparkten Autos zögerte Maigret jedoch. »Man hat gerade auf der Place Vente-Emile eine tote junge Frau gefunden.« Dann, wie jemand, der einen Vorwand sucht, um nicht schlafen zu gehen, sehen wir nach. Janvier setzte sich ans Steuer eines der Wagen. Sie waren beide von dem stundenlangen Verhör zu abgestumpft, um miteinander zu sprechen. Maigret kam nicht in den Sinn, dass das zweite Revier Loyens-Bereich war, dem seine Kollegen den Spitznamen Inspektor Grießkram gaben. Hätte er daran gedacht, so hätte es keinen Unterschied gemacht, denn Loyen hatte nicht zwangsläufig Nachtdienst auf der Wache in der Rue de la Rochefoucauld. Die Straßen waren verlassen, nass, überzogen mit feinen Tropfen, die den Gaslaternen einen Glorienschein verliehen. Nur selten huschten Silhouetten an den Hauswänden vorbei. An der Ecke Rue Montmartre, Grand Boulevard, war noch ein Café geöffnet. Und etwas weiter entdeckten sie die Leuchtschilder von zwei oder drei Nachtclubs und Taxis, die am Straßenrand warteten. Ein paar Schritte von der Place Blanche entfernt lag die Place Ventimille, wie eine friedliche kleine Insel. Ein Polizeiwagen parkte dort. Am Eingangstor zu dem winzigen Platz standen vier oder fünf Männer um eine helle, auf dem Boden ausgestreckte Gestalt. Sofort erkannte Maigret den kleinen, dünnen Loyon. Inspektor Griesgram hatte sich von der Gruppe gelöst, um nachzusehen, wer da kam. Und er erkannte seinerseits Maigret und Janvier. Eine Katastrophe, brummte der Kommissar. Denn Loyon würde ihm sicherlich vorwerfen, das absichtlich getan zu haben. Das hier war sein Revier, sein Bereich. Ein Drama ereignete sich, während er Dienst hatte, verschaffte ihm vielleicht die Gelegenheit, sich auszuzeichnen, worauf er seit so vielen Jahren wartete. Nun aber führte eine Folge von Zufällen Maigret hierher, fast zur gleichen Zeit wie ihn. »Wann hat Sie zu Hause angerufen?«, fragte er argwöhnisch, schon überzeugt, dass man sich gegen ihn verschworen hatte. »Ich war am Quai. Raymond hat angerufen. Ich wollte nur vorbeischauen.« Bloß aus Rücksicht auf Loyon würde Maigret nicht fortgehen. Erst musste er wissen, was passiert war. »Sie ist tot?«, fragte er, und zeigte auf die Frau, die auf dem Gehsteig lag. Loyon nickte. Drei Polizisten in Uniform waren da, dazu ein Paar und Passanten, die, wie der Kommissar später erfuhr, die Tote entdeckt und die Polizei gerufen hatten. Hätte sich das Ganze hundert Meter weiter ereignet, es hätte einen richtigen Menschenauflauf gegeben, aber in der Nacht querte kaum jemand die Plasmontimil. »Wer ist sie?« »Keine Ahnung, sie hat keine Papiere bei sich.« »Keine Handtasche?« »Nein.« Maigret machte drei Schritte, beugte sich vor. Die junge Frau lag auf der rechten Seite, eine Wange auf dem feuchten Gehsteig, ein Schuh fehlte. »Den anderen Schuh hat man nicht gefunden.« L'Ognant verneinte. Ein unerwarteter Anblick, die Zehen durch den Seidenstrumpf schimmernd zu sehen. Sie trug ein Abendkleid aus hellblauem Satin. Es war ihr zu groß. Vielleicht schien es auch nur so, weil sie auf dem Boden lag. Sie hatte ein junges Gesicht. Maigret vermutete, dass sie kaum älter als zwanzig war. »Der Arzt?« »Ich erwarte ihn. Er müsste längst hier sein.« Maigret wandte sich Jean-Vier zu. »Ruf den Erkennungsdienst an. Sie sollen Fotografen schicken.« Auf dem Kleid war kein Blut zu sehen. Der Kommissar nahm eine der Taschenlampen der Polizisten und leuchtete das Gesicht an. Ihm schien, dass das linke Auge leicht angeschwollen war, die Oberlippe etwas stärker. »Kein Mantel?« fragte er noch. Es war März, die Luft ziemlich mild, doch nicht so, dass man nachts, dazu bei Regen, in einem leichten, schulterfreien Kleid spazieren geht, das nur von dünnen Trägern gehalten wird. Vermutlich ist sie nicht hier getötet worden, murmete Lognon düster und gab sich den Anschein, bloß seine Pflicht zu tun, indem er dem Kommissar half und sich nicht persönlich für die Angelegenheit zu interessieren. Absichtlich hielt er sich etwas beiseite. Jean-Vier war in eine Bar an der Place Blanche gegangen, um zu telefonieren. Ein Taxi fuhr kurz darauf vor, mit einem Arzt aus dem Viertel. »Werfen Sie einen Blick drauf, Doktor, aber verändern Sie Ihre Lage nicht, ehe die Fotografen kommen. Sie ist tot, kein Zweifel.« Der Arzt beugte sich hinunter, befühlte ihr Handgelenk und ihre Brust, erhob sich, teilnahmslos, ohne ein Wort und wartete, wie die anderen. »Kommst du?« fragte die Frau, die sich bei ihrem Mann untergehakt hatte und zu frieren begann. »Wart noch etwas.« »Worauf?« »Ich weiß nicht. Irgendwas werden Sie gleich tun.« Maigret drehte sich zu Ihnen um. »Sie haben Ihren Namen und Ihre Adresse angegeben?« »Dem Mann dort, ja.« Sie zeigten auf Lognon. »Um wie viel Uhr haben Sie die Leiche entdeckt?« Sie sahen sich an. »Wir haben den Nachtclub um drei verlassen.« »Fünf nach drei,« stellte die Frau richtig. »Ich habe auf meine Armbanduhr gesehen, als du zur Garderobe bist.« »Ist doch egal. Wir haben nur drei oder vier Minuten hierher gebraucht. Wir gingen gerade um den Platz herum, als ich einen hellen Fleck auf dem Gehsteig sah.« »Sie war schon tot?« »Vermutlich.« »Sie rührte sich nicht.« »Sie haben nichts angefasst?« Der Mann schüttelte den Kopf. »Ich habe meine Frau losgeschickt, um die Polizei zu rufen. Es gibt eine Notrufsäule an der Ecke Boulevard de Cliché. »Ich kenne Sie, denn wir wohnen am Boulevard de Batignolle, ganz in der Nähe.« Jeanvier war schon wieder da. »Sie werden in ein paar Minuten hier sein,« verkündete er. »Moy war wahrscheinlich nicht da, oder?« Ohne dass er hätte sagen können, warum, spürte Maigret, dass da eine ziemlich komplizierte Sache ihren Lauf nahm. Er wartete, die Pfeife im Mund, die Hände in den Taschen, und warf von Zeit zu Zeit einen Blick auf die ausgestreckte Gestalt. Das blaue Kleid sah abgetragen aus und war aus gewöhnlichem Stoff. Ein Kleid, wie es die Animiermädchen in den Clubs am Montmartre trugen. Auch der Schuh, ein silberner Schuh mit hohem Absatz, dessen abgelaufene Sohle zu sehen war, hätte einem von ihnen gehören können. Als erstes kam ihm der Gedanke, dass ein Animiermädchen auf dem Heimweg von jemandem überfallen worden war, der ihr die Handtasche gestohlen hatte. Aber in diesem Fall wäre nicht einer der Schuhe verschwunden, und man hätte sich kaum die Mühe gemacht, den Mantel des Opfers mitzunehmen. »Sie muss woanders getötet worden sein«, sagte er halblaut zu Janvier. Lognon, der die Ohren spitzte, hörte zu und begnügte sich damit, das Gesicht krampfhaft zu verziehen, denn er hatte diese Theorie zuerst aufgestellt. Warum hatte man, falls sie woanders umgebracht worden war, ihren Leichnam auf diesem Platz abgelegt? Es war unwahrscheinlich, dass der Mörder die junge Frau geschultert hatte. Er musste einen Wagen benutzt haben. In diesem Fall wäre es ihm ein leichtes gewesen, sie irgendwo zu verstecken oder in die Säen zu werfen. McGregge stand sich nicht ein, was ihn am meisten stutzig machte. Das Gesicht des Opfers. Er kannte es bisher nur im Profil. Waren es vielleicht die Verletzungen, die er einen schmollenden Gesichtsausdruck gaben? Man hätte sie für ein kleines, schlecht gelauntes Mädchen halten können. Die braunen, sehr weichen, nach hinten geworfenen Haare fielen natürlich. Im Regen war ihr Make-up ein wenig zerlaufen, aber das machte sie nicht älter oder hässlicher, sondern nur noch jünger und anziehender. »Kommen Sie kurz her, Lognon.« McGregge nahm ihn beiseite. »Ich höre, Chef. Haben Sie eine Idee?« »Sie wissen zu gut, dass ich nie Ideen habe. Ich bin nur ein kleiner Inspektor.« »Haben Sie dieses Mädchen schon mal gesehen?« Lognon kannte die Umgebung der Place Blanche und der Place Bigal bestens. »Nein.« »Ein Animiermädchen?« »Wenn, dann keine, die das regelmäßig macht. Die kenne ich fast alle.« »Ich werde Sie brauchen.« »Sie müssen das nicht sagen, um mir eine Freude zu machen. Von dem Moment an, wo man sich am Cade-sur-Fevre um die Sache kümmert, geht mich das nichts mehr an. Und denken Sie nicht, dass ich was dagegen habe. Das ist in Ordnung. Ich bin es gewöhnt. Geben Sie mir Anweisungen und ich werde mein Bestes tun.« »Vielleicht wäre es nicht schlecht, wenn man jetzt gleich die Türsteher der Nachtclubs befragt.« Lognon warf einen Blick auf den ausgestreckten Körper und seufzte. »Ich gehe schon.« Für ihn hieß das, dass man ihn loswerden wollte. Er überquerte in seinem stets müden Gang die Straße und zwang sich dazu, nicht zurückzuschauen. Der Wagen des Erkennungsdienstes fuhr vor. Einer der Beamten mühte sich damit ab, einen Betrunkenen zu verscheuchen, der sich darüber empörte, dass niemand der kleinen Dame zu Hilfe kam. »Ihr seid doch alle gleich, ihr Polypen, nur weil man ein Glas zu viel getrunken hat.« Nachdem die Fotos gemacht waren, konnte sich der Arzt über die Leiche beugen und sie auf den Rücken drehen. Er sah nun das ganze Gesicht, das so noch jünger aussah. »Woran ist sie gestorben?« fragte Migré. »Schädelbruch.« Der Arzt fuhr der Toten mit den Fingern durchs Haar. »Man hat ihr mit einem sehr schweren Gegenstand auf den Kopf geschlagen. Einem Hammer, einem Schraubenschlüssel, einem Bleirohr, was weiß ich. Davor hat sie mehrere Schläge ins Gesicht bekommen. Faustschläge wahrscheinlich. Können Sie sagen, wann sie gestorben ist?« »Meiner Meinung nach zwischen zwei und drei Uhr am Morgen. Dr. Paul wird Ihnen nach der Autopsie genauere Angaben machen.« Der Kastenwagen der Gerichtsmedizin war ebenfalls vorgefahren. Die Männer warteten nur auf ein Zeichen, um den Körper auf eine Trage zu legen und zum Pond d'Ostalitz mitzunehmen. »Dann mal los«, seufzte Migré. Sein Blick suchte Janvier. »Essen wir was?« Sie hatten beide keinen Hunger mehr, setzten sich aber trotzdem in eine Brasserie und bestellten Zwiebelsuppe, weil sie es sich eine Stunde zuvor so vorgenommen hatten. Migré hatte Anweisungen gegeben, den Zeitungsredaktionen ein Foto der Toten zu schicken, damit es nach Möglichkeit schon in den Morgenblättern erschien. »Gehen Sie hin?« fragte Janvier. Migré wusste, dass er das Leichenschachos meinte, das man jetzt Gerichtsmedizin nannte. »Glaub schon.« »Dr. Paul wird dort sein. Ich habe ihn angerufen.« »Einen Calvados?« »Warum nicht?« An einem Nachbartisch aßen zwei Frauen Sauerkraut, zwei Animiermädchen, die beide ein Sartankleid trugen. Migré betrachtete sie aufmerksam, als versuchte er die feinsten Unterschiede zwischen ihnen und der jungen Toten herauszufinden. »Gehst du nach Hause?« »Ich begleite sie,« beschloss Janvier. Es war halb fünf, als sie die Gerichtsmedizin betraten, wo Dr. Paul, der kurz vor ihnen angekommen war, gerade einen weißen Kittel anzog. Wie bei jeder Autopsie klebte eine Zigarette an seiner Unterlippe. »Haben Sie sie schon untersucht, Doktor?« »Nur flüchtig.« Der Körper lag auf einer Marmorplatte und Migré wandte sich ab. »Was denken Sie?« »Ich denke, sie ist zwischen neunzehn und zweiundzwanzig. Sie war gesund, aber vermutlich untergewichtig.« »Ein Animiermädchen aus einem Club?« Dr. Pauls Äuglein funkelten. »Sie wollen sagen, dass sie mit den Gästen schlief?« »Ja, so ungefähr.« Dann sage ich »Nein.« »Wie können Sie sich so sicher sein?« »Weil dieses Mädchen noch nie mit jemandem geschlafen hat.« Jean Vier, der den von einem Scheinwerfer angestrahlten Körper betrachtete, wurde rot und drehte den Kopf zur Seite. »Sie sind sicher?« »Völlig.« Er zog seine Gummihandschuhe an und legte sich auf einem Emai-Tisch seine Instrumente zurecht. »Sie bleiben hier?« »Wir gehen nach nebenan. Brauchen Sie lange?« »Keine Stunde.« »Es hängt davon ab, was ich finde. Wollen Sie eine Analyse des Mageninhalts?« »Gern. Man weiß nie.« Maigret und Jean Vier gingen in das Büro nebenan. Mit angespannten Minen saßen sie da, wie Patienten im Wartezimmer. Beide hatten das Bild des jungen weißen Karpers noch vor Augen. »Ich frage mich, wer sie ist?« mummelte Jean Vier nach langem Schweigen. »Man zieht sich doch nur ein Abendkleid an, um ins Theater, in gewisse Nachtclubs oder zu einem Empfang zu gehen.« Sie mussten beide den gleichen Gedanken haben. Irgendetwas stimmte da nicht. Von den mondänen Empfängen, für die man sich in Schale warf, gab es nicht viele. Und selten sah man dort ein so billiges und verblichenes Kleid wie das der Toten. Andererseits war nach dem, was der Doktor gerade gesagt hatte, schwer vorstellbar, dass das junge Mädchen in einem der Nachtclubs am Mamatra arbeitete. Eine Hochzeit, schlug Maigret halbherzig vor. Das ist auch ein Anlass, für den man sich festlich anzieht. Glauben Sie? Nein. Maigret seufzte, während er sich eine Pfeife anzündete. Warten wir ab. Sie schwiegen zehn Minuten, bis der Kommissar zu Janvier sagte, würde es dir etwas ausmachen, ihre Kleider zu holen. Muss das sein? Maigret nickte. Es sei denn, dir fehlt's an Mut. Janvier öffnete die Tür. Als er keine zwei Minuten später zurückkam, war er so blass, dass Maigret fürchtete, er könne sich übergeben. Er hielt das blaue Kleid und weiße Unterwäsche in der Hand. Ist Paul fertig? Ich weiß nicht. Ich habe lieber nicht hingesehen. Gib mir das Kleid. Es war oft gewaschen worden und unter dem Saum war die Farbe ganz verblichen. Auf dem Etikett stand Mademoiselle Irène Irène 35 Rue de Due Das ist in der Nähe der Place Vontimil bemerkte Maigret. Er untersuchte die Strümpfe. Einer der Füßlinge war durchnässt, den Slip, den Büstenhalter, einen schmalen Strapsgürtel. Mehr hatte sie nicht an? Nein, der Schuh stammt aus der Rue Notre-Dame de Lorette. Immer noch im selben Viertel. Gab man nichts auf die Aussage von Dr. Paul, passte alles zu einer Animierdame oder zu einer jungen Frau, die Amamatra ein Abenteuer suchte? Vielleicht findet L'Oignon etwas heraus, sagte Janvier. Wohl kaum. Beide fühlten sich unwohl, denn sie dachten unwillkürlich daran, was hinter der Türe geschah. Es verging eine Dreiviertelstunde, bis sie sich öffnete. Der Leichnam war nicht mehr da, ein Lichtsmedizin schloss gerade eines der Metallschubfächer, in denen die Leichen aufbewahrt wurden. Dr. Paul zog seinen Kittel aus und zündete sich eine Zigarette an. Ich habe nichts Besonderes festgestellt, sagte er. Gestorben ist sie an dem Schädelbruch. Es hat nicht nur einen Schlag gegeben, sondern mehrere, drei oder vier, und zwar gewaltige. Ich kann nicht sagen, womit. Ein Werkzeug vielleicht, ein kupferner Kaminbock oder ein Kerzenständer, irgendetwas schweres und hartes. Die Frau ist zuerst auf die Knie gefallen und hat versucht, jemanden zu packen, denn ich habe dunkle Wollfasern unter ihren Fingernägeln gefunden. Ich schicke sie gleich ins Labor. Dass es sich um Wolle handelt, scheint darauf hinzuweisen, dass sie sich an einen Mann geklammert hat. Es hat also einen Kampf gegeben. Dr. Paul öffnete einen Schrank, wo er neben seinem Kittel seinen Gummihandschuhen und anderen Dingen eine Flasche Kognak aufbewahrte. Nehmen Sie auch ein Glas? Mecray stimmte ungeniert zu, und als Janvier das sah, nickte er. Was ich jetzt sage, ist nur meine persönliche Meinung. Bevor man ihr mit irgendeinem Gerät eins verpasst hat, hat man sie mit der Faust oder sogar mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen. Fast würde ich sagen, dass man ihr ein paar Ohrfeigen verpasst hat. Ich weiß nicht, ob sie dabei auf die Knie gestürzt ist, aber ich glaube, dass es so war. Und dann hat man beschlossen, sie zu erledigen. Anders gesagt, sie kann nicht von hinten angegriffen worden sein. Sicher nicht. Es handelt sich also nicht um einen Dieb, der ihr an einer Straßenecke aufgelauert hat. Meiner Ansicht nach nicht. Und nichts beweist, dass es im Freien passiert ist. Der Mageninhalt hat nichts ergeben? Doch. Und die Untersuchung des Bluts auch. Was? Dr. Pauls Lippen umspielte ein feines Lächeln, das zu sagen schien, Vorsicht, ich muss sie enttäuschen. Er ließ sich Zeit, wie wenn er eine der guten Geschichten erzählte, auf die er spezialisiert war. Sie war ziemlich betrunken. Sind Sie sicher? Sie werden es morgen in meinem Bericht sehen, den Alkoholanteil in Ihrem Blut. Ich schicke Ihnen auch das Ergebnis der vollständigen Analyse des Mageninhalts. Sie hat ihre letzte Mahlzeit sechs oder acht Stunden vor ihrem Tod zu sich genommen. Wann ist sie gestorben? Gegen zwei Uhr morgens, eher vor zwei als danach. Das heißt, dass sie ihre letzte Mahlzeit um sechs oder sieben zu sich genommen hat, aber nicht ihr letztes Glas. Es war unwahrscheinlich, dass die Leiche lange auf der Place Wörntimil gelegen hatte, bevor sie bemerkt worden war. Zehn Minuten? Eine Viertelstunde? Bestimmt nicht länger. So dass mindestens eine Dreiviertelstunde vergangen war zwischen dem Todeszeitpunkt und dem Moment, als man sie auf den Gehsteig gelegt hatte. Schmuck? Paul ging hinaus, um ihn zu holen. Ein paar goldene Ohrstecker, die Blüten aus winzigen Rubinen zierten, und ein Ring mit einem etwas größeren Rubin. Das war kein Tant und auch kein wertvoller Schmuck. Dem Stil nach waren die drei Stücke etwa 30 Jahre alt, vielleicht noch älter. Mehr nicht. Haben sie ihre Hände untersucht? Zu Dr. Pauls Spezialgebieten gehörte es, dem Beruf der Leute an den Abnutzungserscheinungen der Hände zu erkennen. So hatte er schon mehrmals Tote identifiziert. Sie musste Hausarbeiten machen, aber nicht viel. Sie war keine Stenotypistin und keine Schneiderin. Vor drei oder vier Jahren ist sie von einem zweitklassigen Arzt am Blinddarm operiert worden. Das ist alles, was ich im Moment sagen kann. Gehen Sie jetzt schlafen? Ich glaube schon, murmelte McRae. Gute Nacht. Ich bleibe noch. Sie erhalten meinen Bericht gegen neun Uhr früh. Noch einen Schluck? McRae und Janvier gingen nach Brausen. Auf den Kähnen am Quai herrschte schon Hochbetrieb. Ich setze Sie zu Hause ab, Chef. McRae nickte. Sie kamen an der Garde Lyon vorbei, wo gerade ein Zug eingefahren war. Der Himmel wurde fahl. Die Luft war kälter als in der Nacht. Hinter manchen Fenstern ging das Licht an. Ein paar Leute gingen bereits zur Arbeit. Ich will dich erst am Nachmittag wieder im Büro sehen. Und Sie? Ich gehe wohl auch schlafen. Gute Nacht, Chef. McRae stieg leise die Treppe hoch. Als er gerade den Schlüssel ins Schloss steckte, ging die Tür auf. Madame McRae drehte im Nachthemd den Schalter und blinzelte im hellen Flurlicht. Du kommst spät. Du kommst spät. Wie viel Uhr ist es? Selbst wenn sie tief schlief, gelang es ihnen nicht, die Treppe so hoch zu steigen, dass sie ihn nicht hörte. Ich weiß nicht. Fünf vorbei. Hast du Hunger? Hast du Hunger? Komm schnell schlafen. Eine Tasse Kaffee? Danke. Er zog sich aus, glitt in das warme Bett. Anstatt einzuschlafen, dachte er weiter an die junge Tote von der Place Vontimille. Nach und nach erwachte Paris, er hörte einzelne Geräusche, mal nah, mal fern, die sich allmählich zu einer wohlbekannten Sinfonie fügten. Die Concierge schoben die Mülltonnen an den Bordstein. Im Treppenhaus halten die Schritte des Milchmädchens wieder, das die Flaschen vor die Türen stellte. Schließlich stand Madame Migré mit aller Vorsicht auf, und er musste sich anstrengen, um sich nicht durch ein Lächeln zu verraten. Er hörte sie im Badezimmer, dann in der Küche, wo sie das Gas anzündete, roch bald den Kaffeeduft, der durch die Wohnung zog. Er war nicht mit Absicht wach geblieben. Wahrscheinlich kam der Schlaf nicht, weil er zu müde war. Seine Frau schreckte hoch, als er in Pantoffeln und im Morgenrock in die Küche kam, wo sie frühstückte. Die Lampe brannte noch, obwohl draußen schon Tag war. »Du schläfst nicht?« »Wie du siehst.« »Möchtest du was essen?« »Gern.« Sie fragte ihn nicht, warum er den größten Teil der Nacht draußen verbracht hatte. Sie hatte bemerkt, dass sein Mantel feucht war. »Hoffentlich hast du dich nicht erkältet.« Als er seinen Kaffee getrunken hatte, nahm er den Telefonhörer ab und rief im zweiten Revier an. »Ist Inspektor Lognon da?« Die Nachtclubs hatten schon lange geschlossen und Lognon hätte zu Bett gehen können, aber er war noch in seinem Büro. »Lognon, hier ist Maigret. Haben Sie etwas Neues?« »Nichts. Ich bin in alle Lokale gegangen und habe alle Fahrer der wartenden Taxis befragt.« Nach dem Fingerzeig von Dr. Paul hatte Maigret nichts anderes erwartet. »Ich glaube, Sie können schlafen gehen.« »Und Sie?« In Lognons Sprache bedeutete das, Sie schicken mich schlafen, um die Untersuchung auf Ihre Art fortzuführen und um hinterher zu sagen, dieser Trottel von Lognon hat nichts herausgefunden. Maigret dachte an die abgemagerte, kränkliche Madame Lognon, deren Gebrechen sie daran hinderten, ihre Wohnung an der Place Constantin-Pécœur zu verlassen. Wenn der Inspektor nach Hause kam, dann, um sie seufzen und klagen zu hören, um den Haushalt zu machen und die Einkäufe zu erledigen. »Hast du auch wirklich unter dem Buffet sauber gemacht?« Er bekam Mitleid mit Grießkram. »Ich habe einen kleinen Hinweis, weiß aber nicht, ob der etwas hergibt.« Schweigen am anderen Ende der Leitung. »Wenn Sie wirklich keine Lust haben zu schlafen, hole ich Sie in ein oder zwei Stunden ab.« »Ich bin im Büro.« Maigret rief am Kede Sofhevre an, damit man ihm einen Fahrer schickte, der die Kleider des Mädchens mitbringen sollte. In der Badewanne wäre er fast eingeschlafen. Und einen Augenblick lang war er versucht, Lognon anzurufen, damit der ohne ihn Mademoiselle »Irène in der Rue de Douai aufsuchen sollte.« Es regnete nicht mehr. Der Himmel war weiß mit einem leichten Gelbstich, der hoffen ließ, dass die Sonne sich noch zeigen würde. »Kommst du zum Essen?« »Vermutlich.« »Ich weiß nicht.« »Ich habe geglaubt, dass deine Untersuchung letzte Nacht abgeschlossen war.« »Die ist erledigt. Es handelt sich um eine neue.« Er wartete mit dem Hinuntergehen, bis er das kleine Polizeiauto am Straßenrand halten sah. Der Fahrer hupte dreimal. Vom Fenster aus gab Maigret ihm ein Zeichen, dass er auf dem Weg sei. Bis später, zehn Minuten danach, als das Auto durch den Faubourg Montmartre fuhr, hatte er bereits vergessen, dass er die Nacht über nicht geschlafen hatte. »Halt irgendwo an«, sagte er, »und dann nehmen wir einen Schluck Weißen.« Zweites Kapitel, wo Grießkram eine alte Bekannte wieder trifft und La Pointe einen merkwürdigen Auftrag erhält. Inspektor Lognon wartete am Straßenrand. Rue de la Rochefoucauld. Und schon von Weitem wirkte er so, als krümmten sich seine Schultern unter der Last des Schicksals. Stets trug er mausgraue Anzüge, die noch nie gebügelt worden waren. Und sein Mantel war ebenso grau. Sein Hut von einem hässlichen Braun. Dass er an diesem Morgen eine galliggrüne Gesichtsfarbe hatte, lag weder daran, dass er kein Auge zugemacht hatte, noch an seinem Schnupfen. So sah er jeden Tag aus. Und selbst wenn er geschlafen hatte, bot er den gleichen elenden Anblick. Maigret hatte ihm am Telefon gesagt, dass er ihn abholen würde, aber nicht, dass er draußen warten sollte. Lognon tat so, als stünde er schon seit Stunden so da. Nicht nur, dass man ihm seinen Fall wegschnappte, nein, man stahl ihm seine Zeit und ließ ihn nach einer schlaflosen Nacht auf der Straße versauern. Maigret öffnete Lognon die Wagentür und warf einen Blick auf die Fassade des Kommissariats, dessen verblichene Fahne müde herunterhing. In diesem Gebäude hatte er seinerzeit angefangen. Nicht als Inspektor, sondern als Sekretär des Kommissars. Lognon nahm wortlos Platz, verkniff es sich danach zu fragen, wohin es ging. Der Fahrer, der seine Anweisungen hatte, bog nach links ab und steuerte auf die Rue de Douai zu. Mit Lognon zu reden war immer heikel, weil er, ganz gleich was man sagte, in allem eine Demütigung sah. Haben Sie die Zeitung gelesen? Ich hatte keine Zeit dazu. Maigret hatte gerade eine gekauft und zog sie aus der Tasche. Das Foto der Unbekannten prangte auf der ersten Seite, aber man sah nur den Kopf mit dem geschwollenen Auge und den geschwollenen Lippen. Sie musste trotzdem gut zu erkennen sein. Ich hoffe, dass am Kay jetzt die ersten Anrufe eingehen, fuhr der Kommissar fort. Und Lognon dachte, anders gesagt, ich habe also die Nacht für nichts und wieder nichts damit zugebracht, von einer Bar zur nächsten, von einem Taxifahrer zum anderen zu gehen. Dabei genügt es, das Foto in der Zeitung zu veröffentlichen und auf Anrufe zu warten. Er lachte nicht höhnisch auf. Was schwer zu erklären war. Sein Gesicht nahm einen düsteren, resignierten Ausdruck an, als hätte er sich entschlossen, ein lebender Vorwurf an die grausame und schlecht organisierte Menschheit zu sein. Er stellte keine Fragen. Er war nur ein einfaches Rädchen im Polizeiapparat. Und einem Rädchen gibt man keine Erklärungen. Die Rue de Douai war menschenleer. Nur eine Concierge stand auf ihrer Türschwelle. Das Auto hielt vor einem malvenfarbenen Geschäft mit einem Namenszug in Schreibschrift »Mademoiselle Irène«, darunter in kleineren Buchstaben »Haut Couture«. Im staubigen Schaufenster hingen nur zwei Kleider, ein weißes mit Pailletten und ein Straßenkleid aus schwarzer Seide. Migré stieg aus, gab Grießkram ein Zeichen, ihm zu folgen, bat den Fahrer zu warten und griff nach dem in Packpapier eingeschlagenen Paket, das ihm die Gerichtsmedizin geschickt hatte. Als er die Tür öffnen wollte, stellte er fest, dass sie verschlossen war und der Griff fehlte. Es war kurz nach halb zehn. Der Kommissar drückte sein Gesicht gegen die Scheibe, sah Licht in einem Zimmer hinter dem Laden und klopfte. Mehrere Minuten vergingen, als ob niemand da wäre, der sein Lärmen hörte. Und neben ihm stand Lognon, reglos, ohne die Zähne auseinanderzubringen. Er rauchte nicht. Seit Jahren rauchte er nicht mehr. Seitdem seine Frau krank geworden war und behauptete, der Rauch würde ihr die Luft zum Atmen nehmen. Endlich tauchte hinten ein Schatten auf. Eine junge Frau in einem Morgenmantel, den sie über der Brust zusammenhielt, blickte die beiden an. Sie verschwand, wohl um jemandem Bescheid zu geben, kehrte zurück, durchquerte den mit Kleidern und Mänteln überhäuften Laden und entschloss sich, endlich die Tür aufzumachen. »Was gibt's?« fragte sie, misstrauisch dem Blick erst auf Migret, dann auf Lognon, dann auf das Paket gerichtet. »Mademoiselle Irène?« »Das bin ich nicht.« »Ist sie da?« »Der Laden hat zu.« »Ich möchte gern mit Mademoiselle Irène sprechen.« »Wer sind Sie?« »Kommissar Migret von der Kriminalpolizei.« Sie schien weder überrascht noch erschrocken. Von Nahem sah man, dass sie höchstens achtzehn war. Entweder war sie noch schläfrig oder von Natur aus apathisch. »Ich sehe nach«, sagte sie und ging in das andere Zimmer. Man hörte, wie sie leise mit jemandem sprach. Dann Geräusche, als würde jemand aus dem Bett steigen. Mademoiselle Irène brauchte zwei oder drei Minuten, um ihr Haar zu richten und sich ebenfalls einen Morgenrock überzuziehen. Sie war nicht mehr die Jüngste, bleich, mit großen blauen Augen, schütteren, blonden Haaren, die am Ansatz weiß waren. Anfangs wandte sie ihnen nur den Kopf zu, um sie zu betrachten, bis sie schließlich mit einer Tasse Kaffee in der Hand auf sie zuging. Sie wandte sich an Lognon, nicht an Migré. »Was willst du noch von mir?«, fragte sie. »Ich weiß nicht. Der Kommissar möchte sie sprechen.« »Mademoiselle Irène?«, fragte Migré. »Wollen Sie meinen richtigen Namen wissen?« »Wenn ja, bitte. Ich bin eine geborene Kumar, Elisabeth Kumar. Fürs Geschäft macht sich Irène besser.« Migré ging zum Ladentisch, machte sein Paket auf und zog das blaue Kleid hervor. »Kennen Sie dieses Kleid?« Sie kam keinen Schritt näher, um es sich aus der Nähe anzusehen, und sagte ohne zu zögern, »Natürlich!« »Wann haben Sie es verkauft?« »Ich habe es nicht verkauft.« »Aber es kommt doch von hier.« Sie bot ihm keinen Stuhl an und zeigte sich weder beeindruckt noch verärgert. »Und nun?« »Wann haben Sie es zum letzten Mal gesehen?« »Ist das wichtig für Sie?« »Das kann sehr wichtig sein.« »Gestern Abend.« »Die Uhrzeit?« »Kurz nach neun.« »Ihr Geschäft hat bis neun Uhr abends auf?« »Ich schließe nie vor zehn. Es kommt fast jeden Tag vor, dass Kundinnen auf den letzten Drücker etwas brauchen.« Lognon musste darüber Bescheid wissen, tat aber so, als ginge ihnen das alles nichts an. »Ich vermute, dass Ihre Kundschaft vor allem aus Animiermädchen und Tänzerinnen besteht, ja?« »Die und andere. Manche stehen abends um acht auf und es fehlt immer etwas zum Anziehen. Strümpfe, ein Gürtel, ein Büstenhalter. Oder Sie merken, dass Sie sich letzte Nacht das Kleid zerrissen haben.« »Sie haben gerade noch gesagt, dass Sie dieses hier nicht verkauft haben.« Sie drehte sich zu dem Mädchen, das auf der Schwelle zum anderen Zimmer stand. »Viviane, bring mir noch einen Kaffee.« Beflissen wie eine Sklavin nahm das Mädchen die Tasse an sich. »Das ist Ihr Hausmädchen?« fragte Mégret und sah ihr nach. »Nein, mein Schützling. Sie ist eines Abends gekommen, einfach so. Und sie ist da geblieben.« Sie gab sich keine Mühe, das zu erklären. Lognon, dem sie ab und zu einen Blick zuwarf, wusste wohl Bescheid. »Um auf gestern Abend zurückzukommen,« sagte Mégret, »sie kam einen Moment. Sie kannten sie?« »Ich hatte sie einmal gesehen.« »Wann?« »Vor einem Monat vielleicht.« »Sie hatte schon ein Kleid bei Ihnen gekauft?« »Nein, geliehen.« »Sie verleihen Kleider?« »Das kommt vor.« »Hatte sie Ihnen Name und Adresse gegeben?« »Ich glaube schon. Ich muss es auf ein Stück Papier geschrieben haben. Wenn Sie wollen, suche ich danach.« »Gleich.« »Hat es sich beim ersten Mal um ein Abendkleid gehandelt?« »Ja, um dasselbe.« »War sie da auch so spät dran?« »Nein.« »Sie kam gleich nach dem Abendessen, gegen acht.« »Sie brauchte ein Abendkleid, und sie hat mir gestanden, dass sie sich keines kaufen kann. Sie hat mich gefragt, ob es stimmt, dass ich welche verleihe.« »War sie anders als ihre sonstigen Kundinnen?« »Anfangs sind sie immer anders. Nach ein paar Monaten sind sie alle gleich.« »Haben Sie ein Kleid in Ihrer Größe gefunden?« »Das Blaue, das Sie in der Hand halten. Größe 38. Es hat schon vielen Mädchen treue Dienste erwiesen.« »Hat sie es mitgenommen?« »Beim ersten Mal, ja.« »Und sie hat es Ihnen am nächsten Morgen zurückgebracht?« »Ja, gegen Mittag.« »Ich war überrascht, dass Sie so früh kam. Normalerweise schlafen die ja den ganzen Tag.« »Hat sie die Leihgebühr bezahlt?« »Ja.« »Sie haben Sie vorgestern Abend nicht noch einmal gesehen?« »Das habe ich Ihnen schon gesagt. Es war kurz nach neun, als Sie hereinkam und mich fragte, ob das Kleid noch da ist. Ich habe ja gesagt. Dann hat sie mir erklärt, dass sie mir diesmal kein Pfand dalassen könnte, aber sie würde mir ihre Kleider dalassen.« »Sie hat sich hier umgezogen?« »Ja.« »Sie hat auch noch Schuhe und einen Mantel gebraucht.« »Und ich habe ein Samt-Cape für Sie rausgesucht. Es saß nicht ganz perfekt.« »Welchen Eindruck hat sie gemacht?« »Den einer Frau, die unbedingt ein Abendkleid und einen Mantel braucht.« »Es schien ihr also wichtig zu sein.« »So war es denen immer wichtig.« »Glauben Sie, dass sie ein Rendezvous hatte?« »Sie zuckte mit den Schultern, trank einen Schluck von dem Kaffee, den Viviane ihr gerade gebracht hatte.« »Hat ihr Schützling Sie gesehen?« »Viviane hat ihr beim Anziehen geholfen.« »Hat sie irgendetwas Ungewöhnliches zu Ihnen gesagt, Mademoiselle?« »Die Chefin antwortete.« »Viviane hört nicht auf das, was man ihr sagt. Es ist ihr egal.« Tatsächlich schien Viviane in einer körperlosen Welt zu leben. Ihre Augen waren ausdruckslos. Sie bewegte sich ohne einen Luftzug zu verursachen und neben der dicken Boutique-Besitzerin erinnerte sie wirklich an eine Sklavin oder eher noch an einen Hund. »Ich habe Schuhe für Sie gefunden, Strümpfe und eine silberne Handtasche.« »Was ist mit dir passiert?« »Haben Sie keine Zeitung gelesen?« »Ich war noch nicht auf, als Sie geklopft haben. Viviane war gerade dabei, mir einen Kaffee zu machen.« Migré reichte ihr die Zeitung und sie betrachtete das Foto, ohne sich überrascht zu zeigen. »Das ist sie.« Mademoiselle Irene nickte. »Sie wundern sich nicht.« »Mich wundert schon lange nichts mehr.« »Ist das Kleid hinüber?« »Es ist vom Regen nass geworden, aber nicht zerrissen.« »Immer das Gleiche.« »Sie wollen vermutlich Ihre Kleider haben.« »Viviane«, die hatte verstanden, öffnete einen der Schränke, in dem Kleider hingen. Sie legte ein schwarzes Wollkleid auf den Ladentisch und Migré suchte sofort nach dem Etikett. »Das Kleid hat sie selbst gemacht,« sagte Mademoiselle Irene. »Bring Ihren Mantel, Viviane.« Der Mantel, ebenfalls aus Wolle, war von mäßiger Qualität, beige mit braunen Karos und stammte aus einem Kaufhaus in der Rue Lafayette. »Billige Sachen, wie Sie sehen. Die Schuhe taugen nichts mehr. Und der Unterrock auch nicht.« Alles lag ausgebreitet auf dem Ladentisch. Dann brachte die Sklavin eine schwarze Lederhandtasche mit Metallverschluss. Abgesehen von einem Bleistift und einem Paar alter Handschuhe war die Tasche leer. »Sie sagten, dass Sie ihr eine Handtasche geliehen haben.« »Ja.« »Sie wollte Ihre nehmen. Ich habe ihr gesagt, dass sie nicht zu dem Kleid passt. Und ich habe eine kleine silberfarbene Abendtasche für sie geholt. Sie hat ihr Rouge, ihren Puder und ihr Taschentuch hineingetan.« »Kein Portemonnaie?« »Vielleicht.« »Ich habe nicht darauf geachtet.« Lognon sah immer noch aus, als nehme er ungebeten an einem Gespräch teil. »Um wie viel Uhr ist sie losgegangen?« »Das Umziehen hat ungefähr eine Viertelstunde gedauert.« »War sie in Eile?« »Sie wirkte so.« »Sie hat zwei-, dreimal auf die Uhr gesehen.« »Auf ihre eigene?« »Ich habe an ihr keine Uhr gesehen. Über dem Ladentisch hängt eine Wanduhr.« »Als sie wegging, regnete es.« »Hat sie ein Taxi genommen?« »Es gab kein Taxi auf der Straße.« »Sie ist Richtung Rue Blanche gegangen.« »Hat sie Ihnen wieder Name und Adresse gegeben?« »Ich habe Sie nicht darum gebeten.« »Würden Sie versuchen, den Zettel zu finden, auf dem Sie das beides beim ersten Mal notiert hat?« Seufzen ging sie hinter den Ladentisch, zog eine Schublade auf, in der alles Mögliche lag. Hefte, Rechnungen, Stifte, Stoffproben und Knöpfe aller Art. Als sie unmotiviert darin herumwühlte, sagte sie, »Verstehen Sie, es hat keinen Zweck, die Adressen aufzubewahren, denn die wohnen üblicherweise in möblierten Zimmern, die Sie häufiger als Ihre Kleidung wechseln. Wenn Sie Ihre Miete nicht mehr bezahlen können, hauen Sie ab und...« »Nein, da ist nichts. Wenn ich mich richtig erinnere, war es hier im Viertel. Eine bekannte Straße. Ich finde es nicht. Wenn Sie Wert darauf legen, suche ich weiter und rufe Sie an.« »Bitte.« »Arbeitet der mit Ihnen zusammen?«, fragte sie und deutete auf Lognon. »Er kann Ihnen so einiges über mich erzählen. Aber er wird Ihnen auch sagen, dass ich seit Jahren sauber bin. Stimmt doch, oder?« Maigret schlug die Kleidungsstücke in das Packpapier ein. »Lassen Sie mir das blaue Kleid nicht da?« »Noch nicht. Sie bekommen es später zurück.« »Wie Sie wünschen.« Beim Hinausgehen fiel Maigret etwas ein. Als sie gestern Abend kam, hat sie da bloß nach einem Kleid verlangt oder nach dem Kleid, das sie schon einmal getragen hatte?« »Nach dem, das sie schon einmal getragen hatte.« »Glauben Sie, dass sie auch ein anderes genommen hätte, wenn es nicht da gewesen wäre?« »Weiß nicht. Sie hat nach dem gefragt.« »Danke.« »Keine Ursache.« Die Sklavin schloss hinter Ihnen die Tür und Sie stiegen wieder in den Wagen. L'Oignon sagte immer noch nichts, wartete auf Fragen. »War sie im Gefängnis?« »Drei- oder viermal.« »Hehlerei?« »Ja.« »Wann ist sie das letzte Mal verurteilt worden?« »Vor vier oder fünf Jahren.« »Sie ist erst Tänzerin gewesen, dann Puffmutter in einem Haus, wie es sie früher noch gab.« »Hat sie immer eine Sklavin gehabt?« Der Fahrer wartete auf Anweisungen. »Wollen Sie nach Hause, L'Oignon?« »Wenn Sie keine dringenden Aufträge für mich haben?« »Place Constantin-Pécœur«, sagte der Kommissar. »Ich kann zu Fuß gehen.« Um Himmels Willen, immer musste er so demütig und resigniert tun. »Kennen Sie diese Viviane?« »Die nicht. Sie wechseln von Zeit zu Zeit.« »Setzt sie sie vor die Tür?« »Nein. Die Mädchen gehen von allein. Sie sammelt sie auf, wenn sie abgebrannt sind und nicht mehr wissen, wohin.« »Warum?« »Vielleicht, um sie nicht auf der Straße zu lassen.« L'Oignon schien zu sagen, »Ich weiß, dass Sie das nicht glauben, dass Sie irgendein Schurkenstück dahinter vermuten. Aber es soll vorkommen, dass so eine Frau Mitleid hat und etwas aus reiner Nächstenliebe tut. Was mich angeht, glaubt man ja auch, dass...« Maigret seufzte. »Am besten legen Sie sich schlafen, L'Oignon. Ich brauche Sie wahrscheinlich kommende Nacht. Was halten Sie von der Sache?« Der Inspektor antwortete nicht und begnügte sich damit, die Schultern hochzuziehen. »Warum so tun, als ob er nachdenken würde, wo ihn doch alle Welt für einen Trottel hielt?« Das war bedauerlich. Nicht nur, weil er intelligent war, sondern weil er einer der gewissenhaftesten Männer bei der Stadtpolizei war. Sie hielten an einem kleinen Platz vor einem Mietshaus. »Sie rufen mich im Büro an?« »Nein, zu Hause. Mir ist es lieber, wenn Sie zu Hause warten.« Eine halbe Stunde später betrat Maigret mit seinem Paket unter dem Arm das Büro der Inspektoren am Quai des Orfevres. »Nichts für mich, Luka.« »Nichts, Chef.« Er runzelte die Stirn, überrascht und enttäuscht. Es war jetzt Stunden her, dass das Foto in den Zeitungen erschienen war. »Keine Anrufe?« »Nur wegen eines Käse-Diebstahls in den Hallen.« »Ich spreche von dem Mädchen, das heute Nacht getötet wurde.« »Gar nichts.« Dr. Pauls Bericht lag auf seinem Schreibtisch. Er warf nur einen Blick darauf und stellte fest, dass es keine neuen Erkenntnisse gab. »Schickst du mir La Pointe?« Während er wartete, betrachtete er abwechselnd die Kleidungsstücke, die er auf einem Sessel ausgebreitet hatte, und das Foto der jungen Toten. »Guten Zuerst bringst du das nach oben zum Moet und bittest ihn, das wie üblich zu untersuchen.« Das hieß, dass Moet die Kleider in einem Papiersack stecken und sie durchschütteln würde, damit die Staubpartikel herunterfielen, die er anschließend unter dem Mikroskop untersuchen und analysieren würde. Dabei kam manchmal etwas heraus. »Die Handtasche, die Schuhe und das Abendkleid soll er auch untersuchen. Verstanden?« »Ja.« »Man weiß immer noch nicht, wer sie ist?« »Man weiß nichts. Außer, dass sie sich gestern Abend dieses blaue Kleid für eine Nacht ausgeliehen hat, in einer Boutique auf dem Montmartre.« »Wenn Moet damit fertig ist, gehst du zur Gerichtsmedizin und schaust dir die Leiche genau an.« Der junge Lapointe, der erst seit zwei Jahren dabei war, verzog das Gesicht. »Das ist wichtig.« »Danach gehst du in eine Agentur für Mannekeurs, egal welche. Es gibt einen in der Rue Saint-Florentin. Dort treibst du eine junge Frau auf, die ungefähr die Größe und die Figur der Toten hat, Größe 38.« Einen Moment lang fragte sich Lapointe, ob der Chef es ernst meinte oder ihn aufziehen wollte. »Und dann?« fragte er. »Du lässt sie die Kleider anziehen. Wenn sie ihr passen, nimmst du sie mit nach oben und lässt sie darin fotografieren.« Allmählich begriff Lapointe. »Das ist nicht alles. Ich will auch ein Foto der Toten. Geschminkt und so weiter. Ein Foto, auf dem sie aussieht, als würde sie noch leben.« Beim Erkennungsdienst gab es einen Fotografen, der für diese Art Arbeit ein wahrer Spezialist war. »Es reicht, eine Montage zu machen aus den zwei Fotos, mit dem Kopf der Toten auf dem Körper des Mannekeurs. Beeil dich, das muss noch in die letzte Ausgabe der Abendzeitungen.« Maigret blieb allein in seinem Büro, unterschrieb eilige Papiere, stopfte seine Pfeife und beauftragte Luka damit, für alle Fälle die Akte Elisabeth Kumar, genannt Irène, zu holen. Er war davon überzeugt, dass das nichts brächte und dass sie die Wahrheit gesagt hatte, aber bis jetzt war sie die einzige Person, die die Tote von der Place Vintimil gekannt hatte. Je mehr Zeit verging, desto überraschter war er, dass kein einziger Anruf einging. Wenn die Tote in Paris lebte, waren verschiedene Annahmen möglich. Zuerst, dass sie bei ihren Eltern lebte, die sich, sobald sie das Foto in der Zeitung sahen, sofort ans nächste Polizeirevier oder an den Quai des Orfevres wenden würden. Wenn sie eine eigene Wohnung hatte, gab es Nachbarn, eine Concierge, wahrscheinlich machte sie ihre Besorgungen im Viertel. Lebte sie mit einer Freundin, wie es oft vorkam, dann gäbe es noch jemanden, der über ihr Verschwinden beunruhigt sein musste und ihr Porträt wiedererkennen würde. Sie konnte auch in einer der zahlreichen Pensionen für Studenten oder berufstätige Mädchen wohnen, das erhöhte die Zahl ihrer Bekannten noch einmal. Oder sie hatte ein möbliertes Zimmer in einem der tausend kleinen Pariser Hotels. Maigret rief im Büro der Inspektoren an. Ist Torrance da? Hat er nichts zu tun? Bittet ihn, zu mir zu kommen. Wenn sie bei ihren Eltern lebte, brauchte man nur abzuwarten. Wenn sie allein oder mit einer Freundin wohnte auch. Aber in den anderen Fällen war es möglich, die Sache zu beschleunigen. Setz dich, Torrance. Siehst du dieses Foto? Gut. Am Nachmittag werden wir ein besseres haben. Stell dir vor, das Mädchen trägt ein schwarzes Kleid und einen karierten, beigefarbenen Mantel. So kennen die Leute sie. Genau in diesem Augenblick glitt ein Sonnenstrahl durch das Fenster und zeichnete eine helle Linie auf den Schreibtisch. Maigret hielt kurz inne, um ihn zu begrüßen, so wie man einen Vogel ansieht, der sich soeben auf das Fensterbrett gesetzt hat. Zuerst gehst du hinunter zur fremden Polizei und sag denen, sie sollen das Foto in den billigen Hotels herumzeigen. Am besten sie beginnen im 9. und 18. Arrondissement. Verstehst du, was ich meine? Ja. Wissen sie, wie sie heißt? Wir wissen nichts. Du stellst eine Liste mit allen Unterkünften für junge Mädchen auf und klapperst sie selbst der Reihe nach ab. Das wird wahrscheinlich nichts bringen, aber ich will keine Möglichkeit außer Acht lassen. Ich hab verstanden. Das ist alles. Nimm dir einen Wagen, damit es schneller geht. Es war plötzlich warm geworden und er machte das Fenster auf, kramte noch ein wenig in den Papieren auf seinem Schreibtisch herum, sah auf die Uhr und beschloss nach Hause und zu Bett zu gehen. Weck mich gegen vier, bat er seine Frau. Wenn es sein muss? Es musste nicht sein. Schließlich blieb einem nichts anderes übrig, als zu warten. Er schlief fast augenblicklich ein, fiel in einen schweren Schlaf und als seine Frau mit einer Tasse Kaffee ans Bett trat, sah er sie überrascht an und wunderte sich über das sonnendurchflutete Zimmer. Es ist vier Uhr, du hast gesagt. Stimmt. Hat jemand angerufen? Nur der Klempner, um zu sagen, die ersten Ausgaben der Nachmittagszeitungen waren gegen eins erschienen, sie brachten alle dasselbe Foto wie am Morgen. Obwohl die Tote etwas entstellt war, hatte Mademoiselle Irène sie auf den ersten Blick erkannt. Dabei hatte sie sie nur zweimal gesehen. Es blieb die Möglichkeit, dass sie nicht aus Paris war, dass sie nirgends abgestiegen war, sondern beide Male direkt vom Bahnhof in die Rue Douai gegangen war. Das klang nicht sehr wahrscheinlich, da sie ihre Alltagskleidung in der Rue Lafayette gekauft hatte, von dem selbst genähten Kleid abgesehen. Kommst du zum Abendessen? Vielleicht. Wenn du heute Abend wieder unterwegs bist, nimm unbedingt deinen dicken Überzieher mit. Nach Sonnenuntergang wird es kalt. Als er in seinem Büro ankam, lag keine Nachricht auf seiner Schreibunterlage. Das verstimmte ihn und er rief Lyka an. Immer noch nichts? Kein Anruf? Immer noch nichts, Chef. Ich habe Ihnen die Akte Elisabeth Coman mitgebracht. Im Stehen blätterte er darin, ohne etwas anderes zu finden als das, was ihm Lognon gesagt hatte. La Pointe hat die Fotos an die Zeitungen geschickt. Ist er hier? Er wartet auf sie. Schick ihn rein. Die Fotos waren solch meisterhafte Montagen, dass Maigret erschrak. Plötzlich hatte er das Bild des Mädchens vor Augen. Nicht so, wie er es im Regen im Schein der Taschenlampe auf der Place Ventimile gesehen hatte. Nicht so, wie er es später auf dem Marmurtisch der Gerichtsmedizin gesehen hatte. Sondern so, wie das Mädchen an dem Abend ausgesehen haben musste, als es zu Mademoiselle Irène gegangen war. Auch La Pointe schien beeindruckt. Was halten Sie davon, Chef? sagte er zögerlich. Und als er keine Antwort bekam? Sie war hübsch, oder? Das war weder das Wort, das er suchte, noch das, das der Wahrheit entsprach. Sicher war das Mädchen hübsch, aber da war noch etwas, was schwer zu bestimmen war. Dem Fotografen war es sogar gelungen, den Augen, die eine unlösbare Frage zu stellen schienen, das Leben zurückzugeben. Auf zwei Abzügen trug sie nur ihr schwarzes Kleid. Auf einem anderen hatte sie ihren karierten braunen Mantel an und auf dem letzten schließlich das Abendkleid. Man stellte sie sich auf den Straßen von Paris vor, wo es so viele Mädchen wie sie gab. Mädchen, die durch die Menge huschten, einen Augenblick vor den Auslagen stehen blieben und dann ihres Weges gingen, der sie weiß Gott wohin führte. Sie hatte einen Vater, eine Mutter gehabt, später Schulfreundinnen. Männer, Frauen hatten sie gekannt. Sie hatte mit ihnen gesprochen, sie hatten sie bei ihrem Namen gerufen. Nun aber, da sie tot war, schien sich niemand mehr an sie zu erinnern. Niemand machte sich Sorgen, als ob sie nie existiert hätte. War das sehr schwierig? Was? Ein Mannequin zu finden. Nur peinlich. Ein gutes Dutzend hat mich umringt und alle wollten die Kleider anprobieren. In deiner Gegenwart? Das machen die immer so. Braver Lapointe, der nach zwei Jahren Kriminalpolizei immer noch rot werden konnte. Gib die Fotos an die Polizeistationen in der Provinz weiter. Daran habe ich gedacht und mir erlaubt, sie ohne ihre Anweisung auszusenden. Perfekt. Hast du sie auch an die Kommissariate geschickt? Vor einer halben Stunde. Ruf mir Lognon an den Apparat. Im zweiten Revier? Nein, zu Hause. Ein paar Augenblicke später kam eine Stimme aus dem Apparat. Hier spricht Inspektor Lognon. Maigret hier. Ich weiß. Ich habe Fotos in ihr Büro schicken lassen, die gleichen, die in ein oder zwei Stunden in den Zeitungen erscheinen werden. Wollen Sie, dass ich wieder meine Runde drehe? Maigret wäre schwergefallen zu sagen, warum er das für unnütz zielt. Der Besuch bei Mademoiselle Irène, die Herkunft des Abendkleids, die Mordzeit, der Tatort, alles schien auf eine Verbindung mit dem Vergnügungsviertel hinzudeuten. Warum hatte die Unbekannte um neun Uhr abends den Wunsch gehabt, sich ein Abendkleid zu besorgen, wenn nicht, weil sie es für einen bestimmten Anlass brauchte? Fürs Theater war neun Uhr zu spät. Und nur bei Premieren oder in der Oper war Abendkarderobe Pflicht. Versuchen Sie es, sicherheitshalber. Überprüfen Sie vor allem die Nachttaxis. Maigret hängte ein. La Pointe war immer noch da, wartete auf Anweisungen. Aber Maigret wusste nicht, welche Anweisungen er ihm geben sollte. Ebenfalls sicherheitshalber rief Maigret in der Boutique in der Rue de Douai an. Mademoiselle Irène? Am Apparat. Haben Sie die Adresse wiedergefunden? Ah, Sie sind es. Nein. Ich habe überall gesucht. Ich muss den Zettel weggeworfen oder die Maße einer Kundin draufgeschrieben haben. Aber ihr Vorname ist mir wieder eingefallen. Ich bin mir fast sicher, sie nennt sich Louise. Und dann ein Name, der auch mit einem L beginnt. Irgendwie mit La, etwas wie La Montagne oder La Bruyere. Nein, so nicht. Aber ähnlich. Als sie ihre Sachen in die silberne Tasche getan hat, haben Sie da einen Ausweis gesehen? Nein. Schlüssel. Einen Moment. Ich glaube, ich erinnere mich an Schlüssel. Nein, nicht mehrere. Ein einziger aus Kupfer. Er hörte, wie sie rief. Vivian, komm mal kurz her. Er verstand nicht, was sie zu ihrer Sklavin oder ihrem Schützling sagte. Vivian glaubt auch, dass sie einen Schlüssel bemerkt hat, bestätigte sie. Einen flachen Schlüssel? Ja. So einen, wie man sie heute meistens herstellt. Hatte sie Geld, dabei? Ein paar zusammengefaltete Scheine. Daran erinnere ich mich auch. Nicht viele. Zwei oder drei. Hundert Franscheine. Ich dachte mir noch, dass sie damit nicht weit kommt. Sonst nichts? Nein, das war, glaube ich, alles. An der Tür klopfte es. Janvier kam herein. Beim Anblick der Abzüge auf dem Schreibtisch erschrak er, so wie vorher Migré. Sie haben Fotos von ihr aufgetrieben? fragte er verwundert. Er runzelte die Stirn. Hat man die da oben gemacht? Schließlich murmelte er. Merkwürdiges Mädchen, oder? Sie wussten immer noch nichts von ihr, außer, dass niemand sie zu kennen schien, bis auf eine Boutiquebesitzerin. Was tun wir jetzt? Migré konnte nur mit den Achseln zucken und antworten, wir warten ab. Kapitel 3, wo es um das junge Dienstmädchen geht, das nicht telefonieren kann, und eine alte Dame aus der Rue de Clichy. Migré war ein wenig missmutig und enttäuscht bis sieben Uhr abends am Quai geblieben und hatte dann den Bus zurück zum Boulevard Richalinois genommen. Auf einem runden Tischchen lag eine aufgeschlagene Zeitung mit dem Foto der Unbekannten auf der ersten Seite und im Text hieß es, dass sich Kommissar Migré um den Fall kümmere. Seine Frau stellte ihm dennoch keine Fragen. Sie versuchte auch nicht, ihn abzulenken, und als sie zusammen aßen und fast beim Nachttisch angekommen waren, beobachtete er sie und stellte überrascht fest, dass sie genauso besorgt schien wie er. Er fragte sich nicht, ob sie an das Gleiche dachte. Später nahm er in seinem Sessel Platz, zündete seine Pfeife an und blätterte die Zeitung durch, während Madame Migré abräumte und den Abwasch machte. Erst als sie sich ihm gegenüber setzte, den Strumpfkorb auf den Knien, sah sie zwei-, dreimal verstohlen an und murmelte schließlich vor sich hin, als mäße er der Sache keine Bedeutung bei. Ich frage mich, für welche Anlässe ein Mädchen so dringend ein Abendkleid braucht. Warum war er sich sicher, dass sie die ganze Zeit daran gedacht hatte? Er hätte bei dem kleinen Seufzer der Befriedigung, den sie ausstieß, sogar geschworen, dass sie wartete, bis er die Rede darauf brachte. »Vielleicht muss man gar nicht groß suchen,« sagte sie. »Was meinst du damit?« »Dass ein Mann zum Beispiel kaum auf den Gedanken käme, ohne triftigen Grund einen Smoking oder einen Anzug anzulegen. Bei einer Frau ist das anders. Als ich dreizehn war, habe ich Stunde um Stunde heimlich damit zugebracht, ein altes Kleid herzurichten, das meine Mutter weggeworfen hatte. Er sah sie überrascht an, als ob er plötzlich einen unbekannten Wesenszug an seiner Frau entdecken würde. Manchmal am Abend, wenn alle glaubten, ich würde schlafen, stand ich auf, um das Kleid anzuziehen und mich im Spiegel zu betrachten. Und als meine Eltern einmal ausgegangen waren, zog ich es an und die viel zu großen Schuhe meiner Mutter dazu und bin damit bis zur Straßenecke gegangen.« Er schwieg eine gute Minute lang, ohne zu merken, dass sie wegen ihres Geständnisses errötete. »Du warst dreizehn«, sagte er schließlich. »Eine meiner Tanten, Cécile, die du nicht mehr kennengelernt hast, aber von der ich dir oft erzählt habe, die, die eine Zeit lang sehr reich gewesen ist und deren Mann von heute auf morgen vor dem Ruin stand, die schloss sich oft in ihrem Zimmer ein, verbrachte Stunden damit, sich zu frisieren und so anzukleiden, als wollte sie in die Oper gehen. Wenn man an ihre Tür klopfte, antwortete sie, dass sie Migräne habe. Eines Tages habe ich durchs Schlüsselloch geschaut und die Wahrheit herausgefunden. Sie bewunderte sich in ihrem Wandspiegel, lächelte und fächerte sich zu. »Das ist lange her.« »Du glaubst, die Frauen haben sich geändert?« »Es braucht einen triftigeren Grund, um abends um neun mit nur zwei oder dreihundert Frauen in der Tasche bei Mademoiselle Irene zu klopfen, ein Abendkleid zu verlangen, es sofort anzuziehen und damit durch den Regen zu gehen.« »Was ich dir sagen will, es braucht nicht unbedingt einen Grund, den ein Mann als triftig bezeichnen würde.« Er verstand, was sie sagen wollte, war aber nicht überzeugt. »Bist du müde?« Er nickte. Sie gingen früh schlafen. Am Morgen war es windig. Der Himmel war verhangen, und Madame Migrä sorgte dafür, dass er seinen Schirm mitnahm. Am Quai de Sofévre verpasste er fast den Telefonanruf, denn er wollte gerade zum Rapport gehen, als es klingelte. Obwohl er schon an der Tür war, machte er kehrt. »Hallo, hier Kommissar Migrä.« »Da ist jemand«, teilte ihm die Telefonistin mit, »der seinen Namen nicht sagen und mit Ihnen persönlich sprechen will.« »Geben Sie ihn mehr.« Sobald die Verbindung stand, hörte er eine schrille Stimme, die so durchdringend war, dass sie den Hörer erzittern ließ, die Stimme von jemandem, der es nicht gewöhnt war, zu telefonieren. »Ist da Kommissar Migrä?« »Ja, der bin ich. Wer spricht?« »Schweigen.« »Hallo.« »Ich höre Ihnen zu.« »Ich kann Ihnen was erzählen zu der Sache mit dem Mädchen, das umgebracht wurde.« »Auf der Place Vontimil?« »Wiederschweigen.« Er fragte sich, ob da nicht ein Kind anrief. »Sprechen Sie.« »Kennen Sie sie?« »Ja, ich weiß, wo sie gewohnt hat.« Er war überzeugt davon, dass seine Gesprächspartnerin nicht deshalb Pausen machte, weil sie zögerte, sondern weil das Telefon sie beeindruckte. Sie schrie, anstatt zu sprechen, und hielt den Mund zu nah an den Hörer. Von irgendwo war Radiomusik zu hören und das Weinen eines Babys. »Wo ist das?« »Rue de Clichy, Nummer 113.« »Mit wem spreche ich?« »Wenn Sie Auskünfte wollen, müssen Sie nur die alte Frau im zweiten Stock fragen, Madame Cremieux.« Er hörte eine andere Stimme. »Rose, Rose, was ist?« Dann wurde fast umgehend aufgelegt. Er blieb ein paar Minuten im Büro des Chefs. Jean Vier war gerade angekommen. Gemeinsam machten sie sich auf den Weg. Vergeblich hatte der Inspektor am Vorabend ganz Paris durchforstet. Von Lognon, der sich um die Nachtclubs und die Taxifahrer gekümmert hatte, hatte Migret noch nichts gehört. »Das könnte ein junges Dienstmädchen aus der Provinz sein,« sagte Migret zu Jean Vier. »Sie hat einen Akzent, aber ich weiß nicht welchen.« Die 113 in der Rue de Clichy war ein bürgerliches Mietshaus wie die meisten Gebäude im Viertel. Die beiden Männer machten zuerst bei der Concierge halt, einer Frau um die 40, die sie misstrauisch ansah. »Kriminalpolizei,« erklärte Migret und zeigte seine Plakette. »Was wollen Sie?« »Wohnt hier eine Madame Crémieux?« »Im zweiten links.« »Ist sie zu Hause?« »Wenn sie nicht auf den Markt gegangen ist. Ich habe sie nicht vorbeigehen sehen.« »Lebt sie allein?« Die Concierge schien kein ganz reines Gewissen zu haben. »Je nachdem.« »Was soll das heißen?« »Ab und zu ist jemand bei ihr.« »Angehörige?« »Nein.« »Warum soll ich ein Geheimnis daraus machen? Sie muss damit zurande kommen. Manchmal hat sie eine Untermieterin.« »Nur manchmal?« »Sie hätte lieber jemanden. Auf Dauer, sicher. Aber mit ihrer Art schlägt sie irgendwann jede in die Flucht. Die letzte war, glaube ich, die fünfte oder sechste.« »Warum haben Sie das nicht gleich gesagt?« »Das erste Mal, als sie jemanden hatte, eine Kaufhausverkäuferin, hat sie mich gebeten, zu sagen, das sei ihre Nichte.« »Sie hat ihnen das Zimmer vermietet?« Sie zuckte mit den Achseln. »Zuerst einmal erlaubt der Besitzer keine Untermieter. Außerdem muss man die auf dem Revier anmelden und Papiere ausfüllen.« »Ich glaube kaum, warum, dass sie diese Einkünfte bei der Steuer angibt.« »Und deshalb haben sie uns nicht Bescheid gegeben.« Sie begriff, worauf er anspielte. Zudem lag eine Zeitung vom Vortag auf einem Stuhl mit dem Foto der Unbekannten auf der ersten Seite. Sie kennen sie. Das war die letzte. Die letzte von was? Die letzte Untermieterin. Die letzte Nichte, wie die Alte sagen würde. »Wann haben Sie sie zum letzten Mal gesehen?« »Keine Ahnung. Ich habe nicht darauf geachtet.« »Kennen Sie Ihren Namen?« »Madame Cremieux hat sie Louise genannt. Da sie keine Post bekommen hat, kenne ich Ihren Familiennamen nicht.« »Ich habe Ihnen ja gesagt, dass ich eigentlich nichts wissen durfte. Die Leute können Angehörige aufnehmen.« »Und jetzt riskiere ich deswegen meine Stelle. Kommt das in die Zeitungen?« »Möglicherweise.« »Was war sie für eine Person?« »Das Mädchen?« »Eine ganz normale Person.« »Wenn sie daran dachte, hat sie im Vorbeigehen kurz genickt. Die Mühe, mit mir zu sprechen, hat sie sich aber nie gemacht.« »Seit wann war sie hier?« Janvier machte sich Notizen, was die Concierge beeindruckte. Sie dachte vor jeder Antwort nach. »Wenn ich mich recht erinnere, kam sie kurz vor Neujahr.« »Hatte sie Gepäck?« »Nur einen kleinen blauen Koffer.« »Wie hat sie Madame Cremieux kennengelernt.« »Ich hätte mir denken können, dass das schlecht ausgeht. Ich lasse mich nie wieder so beschwatzen, das schwöre ich Ihnen. Madame Cremieux wohnte hier schon, als ihr Mann noch lebte, der stellvertretender Direktor in einer Bank war. Überhaupt waren sie schon im Haus, bevor ich kam.« »Wann ist er gestorben?« »Vor fünf, sechs Jahren. Sie hatten keine Kinder. Sie hat zu jammern angefangen, sagte, dass es schrecklich ist, in einer so großen Wohnung zu leben. Dann hat sie von Geld gesprochen, von ihrer Rente, die gleich blieb, obwohl alles ständig teurer würde.« »War sie reich?« »Sie muss was haben. Einmal hat sie mir gestanden, dass sie irgendwo im zwanzigsten Arrondissement zwei Häuser besitzt. Beim ersten Mal, als sie eine Untermieterin hatte, wollte sie mir weismachen, dass es eine Verwandte aus der Provinz war. Aber ich bin ihr auf die Schliche gekommen. Damals hat sie mir ein Viertel der Miete angeboten, und ich war so blöd, das anzunehmen. Ihre Wohnung ist wirklich zu groß für eine Person.« »Hat sie Anzeigen aufgegeben?« »Ja. Ohne Adresse, nur mit Telefonnummer.« »Aus welchem Milieu kamen ihre Untermieterinnen?« »Schwer zu sagen. Fast immer aus gutem Haus. Mädchen, die Arbeit hatten und froh waren, ein größeres Zimmer als in einer Pension zu haben, und das zum selben Preis. Oder sogar noch günstiger.« »Einmal hatte sie ein Mädchen, das wie die anderen aussah, aber nachts Männer empfing. Das war nach zwei Tagen vorbei.« »Erzählen Sie mir von der letzten.« »Was wollen Sie wissen?« »Alles.« Die Concierge blickte unwillkürlich auf das Zeitungsfoto. »Ich hab's Ihnen schon gesagt. Ich hab Sie nur vorbeigehen sehen. Sie gingen morgens gegen neun oder halb zehn aus dem Haus.« »Sie wissen, wo sie arbeitete?« »Nein.« »Kam sie zum Mittagessen nach Hause?« »Madame Cremieux erlaubte nicht, dass in der Wohnung gekocht wurde.« »Wann kam sie wieder?« »Am Abend?« »Manchmal um sieben, manchmal um zehn oder elf?« »Gingen sie oft aus.« »Freunde oder Freundinnen, die zu Besuch kamen?« »Da ist nie jemand gekommen.« »Haben sie sie jemals im Abendkleid gesehen?« Sie verneinte. »Sie müssen wissen, dass das eine war, wie es viele gibt, und ich hab kaum auf sie geachtet. Vor allem, weil ich mir dachte, dass das schnell vorbei wäre.« »Warum?« »Ich hab es Ihnen gesagt. Die Alte will gern ein Zimmer vermieten, aber sie möchte nicht gestört werden.« »Sie hat die Angewohnheit, um halb elf schlafen zu gehen, und wenn ihre Untermieterin unglücklicherweise später nach Hause kommt, macht sie ihr eine Szene. Eigentlich sucht sie keine Untermieterin, sondern jemanden, der ihr Gesellschaft leistet und mit ihr Karten spielt.« Sie konnte nicht begreifen, warum McRae lächelte, der gerade an die Kleiderverkäuferin in der Rue de Douai gedacht hatte, Elisabeth Kumar, die Mädchen aus der Gosse aufnahm, vielleicht aus Herzensgüte, vielleicht aber auch, um nicht allein zu sein. Und da sie ihr alles verdankten, wurden sie gewissermaßen zu Sklavinnen, für kürzer oder länger. Madame Crémieux nahm Untermieterinnen auf. Im Grunde lief das aufs Gleiche hinaus. Wie viele von diesen alten Frauen oder alten Jungfern gab es in Paris, die sich auf diese Weise um Gesellschaft bemühten, am liebsten um die Gesellschaft von jungen, unbekümmerten Mädchen? Wenn ich das bisschen Geld, das mir das eingebracht hat, zurückgeben und meine Stelle behalten könnte. Unterm Strich wissen sie weder, wer sie war, noch woher sie kam, noch was sie machte, noch mit wem sie verkehrte. Nein, sie mochten sie nicht. Ich mag keine Leute, die nicht mehr Geld haben als ich und sich für was Besseres halten. Sie glauben, dass sie arm war. Ich habe sie immer im selben Kleid und demselben Mantel gesehen. Gibt es Dienstmädchen hier im Haus? Warum fragen sie das? Drei, ja. Zuerst das aus dem ersten Stock, dann das aus dem zweiten und... Ist eines von denen ein Landei und noch sehr jung? Sie meinen sicher Rose. Welche ist das? Die aus dem zweiten. Die Lachers hatten schon zwei Kinder. Madame Lachers ist vor zwei Monaten niedergekommen und da sie damit nicht zurande kam, hat sie ein junges Dienstmädchen aus der Normandie kommen lassen. Haben die Lachers Telefon? Ja. Der Mann hat eine gute Stellung bei einer Versicherung. Sie haben sich vor kurzem ein Auto gekauft. Ich danke Ihnen. Wenn es möglich wäre, dass der Besitzer nichts erfährt. Noch eine Frage. Als gestern das Foto in der Zeitung erschien, haben Sie das Mädchen da erkannt? Sie zögerte. Lug. Ich war mir nicht sicher. Das erste Foto, das veröffentlicht wurde. Sie wissen schon. Ist Madame Cremieux zu Ihnen gekommen? Sie wurde rot. Sie ist zu mir gekommen, als sie vom Einkaufen zurück war. Sie hat mir so nebenbei gesagt, dass Polizisten gut genug bezahlt würden und andere Leute nicht deren Arbeit machen müssen. Ich habe verstanden. Aber als ich das zweite Foto, das da, gesehen habe, war ich drauf und dran, sie anzurufen. Und wenn ich es mir recht überlege, bin ich froh, dass sie gekommen sind, denn das nimmt mir eine große Last ab. Maigret und Janvier fuhren mit dem Aufzug in den zweiten Stock. Hinter der Tür rechts hörte man Kinderstimmen, dann noch eine Stimme, die Maigret wiedererkannte. Jean-Paul! Jean-Paul! Willst du wohl deine kleine Schwester in Ruhe lassen? Sie klingelten an der linken Tür. Leise Schritte waren zu hören. Jemand fragte durch die Tür. Was gibt es? Madame Cremieux? Was wollen Sie? Polizei! Ziemlich lange Schweigen. Schließlich ein Murmeln. Ein Augenblick. Sie entfernte sich, wahrscheinlich, um sich zurechtzumachen. Als sie wieder an die Tür kam, klangen ihre Schritte anders. Sie musste ihre Pantoffeln gegen Schuhe eingetauscht haben. Sie öffnete widerwillig und betrachtete alle beide mit kleinen, durchdringenden Augen. »Treten Sie ein! Es ist noch nicht aufgeräumt!« Trotzdem trug sie ein elegantes, schwarzes Kleid und war sorgfältig frisiert. Sie war zwischen Mitte sechzig und siebzig, klein und noch erstaunlich rüstig. »Sie können sich ausweisen?« Maigret zeigte ihr seine Plakette, die sie aufmerksam prüfte. »Sie sind Kommissar Maigret?« Sie bat sie in ihr Wohnzimmer, das ziemlich geräumig war, aber mit Möbeln und Krimskrams so vollgestellt, dass man sich kaum bewegen konnte. »Setzen sie sich?« »Was wünschen sie?« Sie nahmen recht würdevoll Platz, ohne verhindern zu können, dass sich ihre Finger nervös verkrampften. »Es geht um ihre Untermieterin.« »Ich habe keine Untermieterin. Ab und zu habe ich Besuch, und da kann es vorkommen...« »Wir sind informiert, Madame Cremieux.« Sie geriet nicht aus der Fassung, warf dem Kommissar aber einen scharfen Blick zu. »Worüber informiert?« »Alles.« »Wir sind nicht vom Finanzamt. Uns interessiert nicht, wie Sie Ihre Einnahmen versteuern.« Im Zimmer lag keine Zeitung. Maigret zog eines der Fotos der Unbekannten aus seiner Tasche. »Sie erkennen sie wieder?« »Sie hat ein paar Tage bei mir gewohnt.« »Ein paar Tage?« »Sagen wir, ein paar Wochen.« »Sagen wir, länger, oder?« »Zweieinhalb Monate?« »Möglich.« »In meinem Alter zählt die Zeit wenig.« »Sie können Sie nicht vorstellen, wie schnell die Tage vergehen.« »Wie heißt sie?« »Louise Labuan.« »Das stand in ihrem Ausweis?« »Den habe ich nicht gesehen. Den Namen hat sie mir genannt, als sie sich vorstellte.« »Sie wissen nicht, ob es ihr richtiger Name ist.« »Ich hatte keinen Grund, ihr zu misstrauen.« »Sie hat Ihre Anzeige gelesen.« »Hat die Concierge mit Ihnen geredet?« »Das tut nichts zur Sache, Madame Crémieux. Verlieren wir keine Zeit und denken Sie daran, dass ich hier die Fragen stelle.« »Würdevoll«, sagte sie. »Nun denn, ich höre.« »Hat sich Louise Labuan auf ihrer Anzeige gemeldet.« »Sie hat mich angerufen, um nach dem Preis zu fragen. Den habe ich ihr genannt. Sie wollte wissen, ob ich ihr etwas nachlassen könnte, und ich habe ihr vorgeschlagen, vorbeizukommen.« »Sie haben einem Nachlass zugestimmt?« »Ja.« »Warum?« »Weil ich mich immer reinlegen lassen.« »Wobei?« »Wenn die sich vorstellen, sehen sie ganz anständig aus, sind sie ganz bescheiden und rücksichtsvoll. Ich habe sie gefragt, ob sie abends oft ausgeht, und sie hat das verneint.« »Wissen sie, wo sie gearbeitet hat?« »In einem Büro, glaube ich, aber ich weiß nicht, wo. Erst nach ein paar Tagen habe ich begriffen, was das für ein Mädchen war.« »Was für eins?« »Verschlossen war sie. Von sich aus hat die nie.« »Sie wissen nichts über sie?« »Sie hat ihnen nichts erzählt?« »Kaum etwas. Sie dachte, das sei ein Hotel hier.« »Am Morgen hat sie sich angezogen und ging fort, wobei sie sich damit begnügte, mich flüchtig zu grüßen, wenn sie mir begegnete.« »Ist sie immer zur gleichen Zeit fortgegangen?« »Das hat mich ja so überrascht. Die ersten zwei oder drei Tage hat sie das Haus um halb neun verlassen, und ich habe daraus geschlossen, dass sie um neun zu arbeiten anfing. Später ist sie mehrmals erst um viertel nach neun gegangen, und ich habe sie gefragt, ob sie den Arbeitsplatz gewechselt hat.« »Was hat sie geantwortet?« »Nichts.« »So war sie. Wenn ihr etwas unangenehm war, tat sie so, als hätte sie nichts gehört. Abends versuchte sie, mir aus dem Weg zu gehen.« »Sie musste durch das Wohnzimmer, um in ihr Zimmer zu kommen?« »Ja.« »Ich bin fast immer hier.« »Ich habe sie eingeladen, sich zu mir zu setzen, auf eine Tasse Kaffee oder Tee.« »Ein einziges Mal hat sie sich dazu herabgelassen, aber sie hat in einer Stunde nicht mehr als fünf Sätze gesagt.« »Worüber haben sie mit ihr geredet?« »Über alles.« »Ich wollte etwas herausfinden.« »Was?« »Wer sie war, woher sie kam und wo sie bisher gelebt hatte.« »Sie haben nichts herausbekommen.« »Ich weiß nur, dass sie den Medi kennt.« »Ich habe ihr von Nitze erzählt, wo mein Mann und ich jedes Jahr zwei Wochen verbrachten, und ich habe gemerkt, dass sie dort auch schon gewesen war.« »Als ich sie nach ihrem Vater und ihrer Mutter fragte, sah sie mich abweisend an.« »Wenn sie diesen Ausdruck gesehen hätten, dann wären sie auch außer sich geraten. Auch sie.« »Wo hat sie gegessen?« »Grundsätzlich außer Haus.« »Ich erlaube nicht, dass auf dem Zimmer gekocht wird, wegen der Brandgefahr.« »Wenn sie ihre Spirituskocher mitbringen, weiß man nicht mehr, was passieren kann, zumal ich hier nur alte Möbel habe, kostbare Familienstücke.« »Wie sie es auch anstellte, ich habe die Brotkrümel trotzdem gefunden, und es kam vor, dass sie Wachspapier verbrannt hat, in dem wohl mal Wurstwaren eingewickelt waren.« Sie hat ihre Abende allein auf ihrem Zimmer verbracht. Oft. Sie ist nur zwei- oder dreimal die Woche ausgegangen. Hat sie sich umgezogen, wenn sie ausging? Wie sollte sie sich umziehen, wenn sie, alles in allem, nur ein Kleid und einen Mantel besaß? Letzten Monat ist dann passiert, was ich vorhergesehen habe. Was hatten sie vorhergesehen? Dass sie die Miete eines Tages nicht mehr bezahlen kann. Sie hat nicht mehr gezahlt? Sie hat 100 Fr. angezahlt und mir den Rest für Ende der Woche versprochen. Am Wochenende ist sie mir ausgewichen. Ich habe mich ihr in den Weg gestellt. Sie hat mir gesagt, dass sie in ein oder zwei Tagen Geld bekäme. Glauben Sie nicht, dass ich geizig bin und nur ans Geld denke. Natürlich brauche ich es, wie wir alle. Wenn sie sich doch nur wie ein Mensch benommen hätte. Ich hätte mehr Geduld gehabt. Sie haben ihr gekündigt? Vor drei Tagen. Am Vorabend des Tages, an dem sie verschwunden ist. Ich habe ihr einfach mitgeteilt, dass ich eine Verwandte aus der Provinz erwarte und das Zimmer für sie brauche. Wie hat sie reagiert? Sie hat gesagt, na gut. Dürfen wir ihr Zimmer sehen? Die alte Dame erhob sich, immer noch in würdevoller Haltung. Folgen Sie mir. Sie werden sehen, dass sie nirgendwo ein Zimmer wie dieses gefunden hätte. Es stimmte. Das Zimmer war geräumig und hell. Eingerichtet war es wie ein Wohnzimmer im Stil des neunzehnten Jahrhunderts. Das Bett war aus massivem Mahagoni und zwischen den hohen Fenstern stand ein Empireschreibtisch, der Monsieur Cremieux gehört haben musste und für den man keinen anderen Platz gefunden hatte. Schwere Samtvorhänge rahmten die Fenster ein und an den Wänden hingen Familienfotos in schwarzen oder goldenen Rahmen. Die einzige kleine Unannehmlichkeit besteht darin, dass man das Badezimmer teilen muss. Ich habe immer gewartet, dass sie als erste hineingegangen ist und bin nie eingetreten, ohne anzuklopfen. Ich gehe davon aus, dass sie seit ihrem Fortgehen nichts angefasst haben. Natürlich nicht. Als sie merkten, dass sie nicht zurückkam, haben sie da ihre Sachen durchsucht? Da gibt es nicht viel zu durchsuchen. Ich habe nur nachgesehen, ob sie ihre Sachen mitgenommen hatte. Sie hat nichts mitgenommen? Nein, sie können sich selbst vergewissern. Auf der Kommode lagen ein Kamm, eine Haarbürste, ein billiges Maniküreset und eine Puderdose einer gängigen Marke. Dann noch ein Röhrchen Aspirin und ein anderes mit Schlaftabletten. Maigret zog die Schubladen auf, fand nur etwas Wäsche und, eingewickelt in einen Unterrück aus Kunstseide, ein elektrisches Bügeleisen. »Was habe ich Ihnen gesagt?« rief Madame Cremieux aus. »Was?« »Ich hatte ihr auch gesagt, dass ich Wäsche waschen und bügeln nicht dulde.« »Das also hat sie gemacht, wenn sie sich abends für eine Stunde ins Bad eingeschlossen hat. Und deshalb hat sie sich immer eingeschlossen.« Eine andere Schublade enthielt eine Schachtel mit gewöhnlichem Papier, zwei oder drei Bleistifte und einen Füller. Im Schrank hing ein Hausmantel aus Baumwolle und in einer Ecke stand ein blauer Stoffkoffer. Der Koffer war abgeschlossen, nirgends war ein Schlüssel zu sehen. Maigret ließ das Schloss mit der Spitze seines Taschenmessers aufspringen, während die Alte ihm dabei zuschaute. Der Koffer war leer. Es hat nie jemand nach ihr gefragt. Niemand. Und sie hatten auch nie das Gefühl, dass in ihrer Abwesenheit jemand in der Wohnung war. Das hätte ich bemerkt. Ich weiß genau, wo alles liegt. Wurde sie angerufen? Einmal. Wann war das? Vor ungefähr zwei Wochen? Nein, nein, das ist länger her. Vor einem Monat vielleicht. An einem Abend, ging acht, wollte sie jemand sprechen, als sie in ihrem Zimmer war. Ein Mann? Eine Frau? Können Sie sich an den Wortlaut erinnern? Sie hat gesagt, ist Mademoiselle Labuan da? Ich glaube ja, habe ich gesagt und an ihrer Tür geklopft. Telefon, Mademoiselle Louise. Für mich, hat sie erstaunt gefragt. Für sie, ja. Ich komme. Damals schien es mir so, als hätte sie geweint. Vor oder nach dem Anruf? Davor, als sie aus ihrem Zimmer kam. War sie vollständig angezogen? Nein, sie trug ihren Hausmantel und war barfuß. Haben sie verstanden, was sie gesagt hat? Sie hat fast nichts gesagt, nur ja, ja, gut, ja, wer, vielleicht. Und dann hat sie hinzugefügt, bis gleich. Sie ist weggegangen. Zehn Minuten später. Wann ist sie an diesem Abend zurückgekommen? Sie blieb die ganze Nacht weg. Erst um sechs Uhr morgens habe ich sie gesehen. Ich habe auf sie gewartet, um sie vor die Tür zu setzen. Sie hat mir gesagt, dass sie die Nacht bei einer kranken Verwandten verbringen musste. Sie hat nicht wie jemand ausgesehen, der sich amüsiert hat. Sie ist zu Bett gegangen und hat das Zimmer zwei Tage nicht verlassen. Ich habe ihr etwas zu essen gebracht und ihr Aspirin gekauft. Sie hat über eine Grippe geklagt. Maigret schien kaum zuzuhören. Ahnte sie, dass jeder Satz in seinem Kopf ein Bild entstehen ließ? Nach und nach rekonstruierte er das Leben der beiden Frauen in dieser überladen Wohnung. Bei einer von ihnen war es einfach. Er hatte sie vor sich. Schwieriger war es, sich das Verhalten des Mädchens vorzustellen, seine Stimme, seine Bewegungen und vor allem seine Gedanken. Inzwischen kannte er ihren Namen, sofern es ihr richtiger war. Er wusste, wo sie in den letzten zwei Monaten geschlafen, wo sie einen Teil ihrer Abende verbracht hatte. Er wusste auch, dass sie zweimal in die Rue de Douai gegangen war, um sich ein Abendkleid zu leihen. Beim ersten Mal hatte sie bezahlt, beim zweiten Mal blieben ihr zwei oder dreihundert Franc in der Tasche, was kaum für ein Taxi oder eine schlichte Mahlzeit reichte. War sie nach dem Anruf zum ersten Mal zu Mademoiselle Irène gegangen? Unwahrscheinlich. Damals war sie nicht so spät im Laden aufgetaucht. Zudem trug sie ihr schwarzes Kleid und ihren Mantel, als sie um sechs Uhr morgens in die Rue de Clichy zurückkam. Sie hätte Mademoiselle Irène, die spät aufstand, noch nicht das blaue Saturnkleid zurückbringen können. Aus all dem ging hervor, dass sie zwei Monate zuvor, Anfang Januar, noch nicht am Ende war. Sie hatte gerade ein Zimmer gemietet. Viel Geld hatte sie aber nicht. Sie hatte eine Mietminderung ausgehandelt. Morgens ging sie etwa zur gleichen Zeit aus dem Haus zuerst gegen halb neun, dann nach neun. Was machte sie tagsüber? Und an den Abenden, die sie nicht in ihrem Zimmer verbrachte? Sie las nicht. Es gab kein Buch und keine Zeitschrift in ihrem Zimmer. Wenn sie nähte, dann nur, um ihre Kleidung und ihre Wäsche auszubessern, denn in einer Schublade lagen gerade mal drei Garnrollen, ein Fingerhut, eine Schere, beigefarbene Strumpfseide und ein paar Nadeln in einem Etui. Dr. Paul zufolge war sie ungefähr 20 Jahre alt. Ich schwöre, das ist das letzte Mal, dass ich eine Untermieterin nehme. Ich nehme an, sie hat ihr Zimmer selbst gemacht. Halten sie mich für ihre Bedienstete. Eine von denen hat es versucht, aber nur ein einziges Mal. Wie hat sie ihre Sonntage zugebracht? Sie hat lange geschlafen. Schon in der ersten Woche habe ich gemerkt, dass sie nicht in die Kirche ging. Ich habe sie gefragt, ob sie katholisch ist. Sie hat bejaht. Bloß um irgendwas zu sagen, wenn sie verstehen. Manchmal ist sie nach ein Uhr am Nachmittag aus dem Haus gegangen. Vermutlich ins Kino. Ich erinnere mich daran, dass ich einmal eine Kinokarte in ihrem Zimmer gefunden habe. Sie wissen nicht mehr, welches Kino. Ich habe nicht darauf geachtet. Die Karte war rosa. Eine nur. Plötzlich sah Migré die Alte durchdringend an, als wollte er verhindern, dass sie log. Was hatte sie in ihrer Handtasche? Woher sollte ich antworten, sie? Es ist sicher vorgekommen, dass sie einen Blick hineingeworfen haben, wenn sie sie herumliegen ließ. Sie hat sie selten herumliegen lassen. Einmal hätte genügt. Haben sie ihren Personalausweis gesehen? Nein. Hatte sie keinen? Nicht in ihrer Tasche? Auf jeden Fall war er nicht da. Vor einer Woche erst hatte ich Gelegenheit hineinzusehen. Das kam mir langsam verdächtig vor. Verdächtig? Inwiefern? Wenn sie eine geregelte Arbeit gehabt hätte, hätte sie davon ihre Miete zahlen können. Das war auch das erste Mal, dass ich ein Mädchen ihres Alters gesehen habe, das nur ein einziges Kleid besaß. Sie hat ja nie etwas über sich preisgegeben, darüber, was sie machte, woher sie kam, wo ihre Familie lebte. Was haben sie denn gedacht? Dass sie vielleicht ihren Eltern davon gelaufen ist? Oder sogar was? Ich weiß nicht. Ich bin einfach nicht aus ihr schlau geworden, verstehen Sie? Bei manchen Leuten weiß man sofort, woran man ist, nicht bei ihr. Sie hatte keinen Akzent. Sie sah auch nicht so aus, als ob sie vom Land käme. Ich glaube, dass sie gebildet war. Abgesehen davon, dass sie nie auf meine Fragen antwortete und mir immer aus dem Weg ging, war sie wohl erzogen. Ja, ich glaube, sie kam aus gutem Haus. Was war in ihrer Tasche? Lippenstift, Puder, ein Taschentuch, Schlüssel. Was für Schlüssel? Die von der Wohnung, die hier gegeben hatte, und der von ihrem Koffer. Und ein abgegriffenes Portemonnaie und ein Foto. Von einem Mann oder einer Frau? Von einem Mann. Aber nicht das, was Sie denken. Das Foto war mindestens 15 Jahre alt, vergilbt und eingerissen. Ein Mann um die 40. Können Sie ihn beschreiben? Ein schöner, eleganter Mann. Mir fiel auf, dass er einen ganz hellen Anzug trug, vermutlich aus Leinen, wie ich sie oft in Nizza gesehen habe. An Nizza dachte ich, weil hinter ihm eine Palme war. Haben Sie eine Ähnlichkeit feststellen können? Mit ihr? Nein. Daran habe ich auch gedacht. Wenn es ihr Vater war, ähnelte sie ihm nicht. Würden Sie ihn wiedererkennen? Wenn er sich nicht zu sehr verändert hat? Haben Sie sie darauf angesprochen? Wie hätte ich ihr sagen sollen, dass ich das Foto gesehen habe, als ich ihre Tasche aufgemacht habe? Ich habe über Nizza und den Midi mit ihr gesprochen. Du kannst das alles mitnehmen, Jean-Mier. Mégret deutete auf die Schubladen, den Morgenmantel im Schrank, den blauen Koffer. Im Koffer war genügend Platz für alles. Da das Schloss kaputt war, mussten sie die Alte um eine Schnur bitten, um ihn zuzumachen. Glauben Sie, dass ich Ärger bekomme? Nicht mit uns. Mit den Leuten vom Finanzamt? Mégret zuckte mit den Schultern und brummte vor sich hin. Das geht uns nichts an. Kapitel 4 Wo es um ein Mädchen auf einer Bank geht und um eine Braut in einem Nachtclub. Durch den Spalt ihrer Tür, die die alte Frau vorsorglich nicht sofort geschlossen hatte, hatte sie gesehen, dass die beiden nicht auf den Aufzug oder auf die Treppe zusteuerten, sondern auf die Wohnung gegenüber. Als sie die verließen, beobachtete Mégret, wie sich das Türschild bewegte und sagte beim Hinuntergehen zu Jean-Vier nur, sie ist eifersüchtig. Einmal beim Prozess gegen einen Mann, den er vors Schwurgericht gebracht hatte, flüsterte ihm jemand, der die Verhandlung mit ihm verfolgte, zu, ich frage mich, woran er denkt. Und Mégret hatte die Bemerkung fallen lassen, daran, was die Zeitungen in der nächsten Ausgabe über ihn berichten werden. Er behauptete, dass Mörder, zumindest bis zu ihrer Verurteilung, weniger mit ihrem Verbrechen oder gar mit der Erinnerung an ihr Opfer befasst sind, als mit der Wirkung, die sie auf die Öffentlichkeit hätten. Von einem Tag auf den nächsten sind sie Stars geworden. Journalisten und Fotografen belagern sie. Manchmal stehen die Leute stundenlang Schlange, um sie ein einziges Mal aus der Nähe zu sehen. Ist es da nicht natürlich, dass sie sich wie schmierend Komedianten verhalten? Die Witwe Crémieux war bestimmt nicht begeistert gewesen, dass die Polizei ihre Wohnung heimsuchte. Zudem hatte Mégret eine Art Fragen zu stellen, die es nicht erlaubte, so zu antworten, wie man es gern getan hätte. Sie hatte einige nicht sehr angenehme Dinge zugeben müssen. Aber zumindest hatten sie sich fast eine Stunde mit ihr beschäftigt und sogar ihre unbedeutendsten Worte in ein Notizbuch geschrieben. Nun aber, einen Augenblick später, klingelte derselbe Kommissar gegenüber und erwies einem kleinen, ungehobelten Dienstmädchen die gleiche Ehre. Trinken wir was? Es waren nach elf. Sie gingen in eine Bar an der Straßenecke und tranken wortlos ihren Aperitiv, während sie über all das nachdachten, was sie soeben erfahren hatten. Mit Louise Laboin war es wie mit Fotoplatten, die man in Entwicklerflüssigkeit taucht. Zwei Tage vorher existierte sie für sie noch nicht. Dann nahm sie blaue Konturen an, ein Profil auf dem nassen Pflaster der Plas Vintimil, ein weißer Körper auf dem Marmottisch der Gerichtsmedizin. Nun hatte sie einen Namen und ein Bild begann sich abzuzeichnen, zunächst noch schemenhaft. Roes Chefin war ein wenig verärgert gewesen, als Mégret zu ihr gesagt hatte, würde es ihnen etwas ausmachen, auf die Kinder aufzupassen, während wir ihrer Angestellten ein paar Fragen stellen. Roes war keine sechzehn und noch grün hinter den Ohren. Du hast mich heute Morgen angerufen, stimmt's? Ja. Kanntest du Louise Laboin? Ihren Namen wusste ich nicht. Du bist ihr auf der Treppe begegnet? Ja. Hat sie mit dir gesprochen? Sie hat nie mit mir gesprochen, aber sie hat mich jedes Mal angelächelt. Ich habe immer gedacht, dass sie traurig ist. Sie sah aus wie eine Filmschauspielerin. Bist du ihr auch woanders als auf der Treppe begegnet? Mehrmals. Wo? Auf einer Bank am Square de la Trinité. Da gehe ich fast jeden Nachmittag mit den Kindern hin. Was hat sie da gemacht? Nichts. Hat sie auf jemanden gewartet? Ich habe sie nie mit jemand gesehen. Hat sie gelesen? Nein. Einmal hat sie ein Sandwich gegessen. Glauben Sie, sie hat geahnt, dass sie sterben wird? Mehr hatten sie von Roes nicht erfahren. Das hieß, dass das Mädchen seit einiger Zeit keiner geregelten Arbeit nachging. Sie gab sich keine Mühe, weit fortzugehen. Sie ging die Rüde-Klischee hinunter und setzte sich vor die Trinité-Kirche. Hast du mal gesehen, dass sie in die Kirche gegangen ist? Nein. Der Kommissar bezahlte, wischte sich den Mund ab und stieg, gefolgt von Janvier, wieder in den kleinen Wagen. Am Quai des Orfèvres sah er eine graue Gestalt im Vorzimmer und erkannte Lognon, dessen Nase so rot war wie nie zuvor. »Sie warten auf mich, Lognon. Seit einer Stunde. Es scheint, als hätten Sie nicht geschlafen. Das ist nicht wichtig. Kommen Sie in mein Büro.« Die Leute, die gesehen hatten, wie Lognon auf ihn wartete, hatten ihn wohl nicht für einen Polizisten gehalten, sondern für jemanden, der ein Geständnis ablegen wollte. So finster und bekümmert wirkte er. Diesmal war er wirklich erkältet. Seine Stimme klang heiser und er zog unablässig sein Taschentuch hervor. Er vermied es, darüber zu klagen, nahm einen resignierten Gesichtsausdruck an, wie jemand, der sein ganzes Leben gelitten hat und der für den Rest seiner Tage leiden wird. Maigret setzte sich, stopfte seine Pfeife, während sein Gegenüber auf dem Stuhl hin und her rückte und nicht wagte, etwas zu sagen. »Wermutlich haben Sie Neuigkeiten.« »Ich bin gekommen, um Bericht zu erstatten.« »Ich höre, mein Lieber.« Maigrets Herzlichkeit prallte vom Grießkram ab, der irgendeine Ironie dahinter vermutete. »Ich habe gestern Abend meine Runde von vorgestern Nacht wieder aufgenommen. Gründlicher diesmal. Bis etwa drei Uhr morgens. Bis vier Minuten nach drei, genau gesagt. Ohne Ergebnisse.« Während er sprach, zog er einen Zettel aus seiner Tasche. »Aber um vier Minuten nach drei habe ich gegenüber vom Nachtclub Le Gréleau einen Taxifahrer überprüft. Leon Sirt, 53, wohnhaft in Le Valois-Pérez.« Diese Einzelheiten waren wahrscheinlich belanglos. Der Inspektor legte Wert darauf, alles lang und breit auszuführen und unterstrich so, dass er nur ein Untergebener war, dem es nicht zustand, Wichtiges von Unwichtigem zu unterscheiden. Er sprach mit monotoner Stimme, ohne den Kommissar, der nicht umhinkam, zu lächeln, anzusehen. »Ich habe ihm das Foto genauer die Fotos gezeigt, auf dem mit dem Abendkleid hat er sie erkannt.« Er hielt inne, wie ein Schauspieler. Er wusste noch nicht, dass Megré die Identität und den Wohnsitz der Toten herausbekommen hatte. In der Nacht von Montag auf Dienstag stand Leon Sirt, kurz vor Mitternacht, gegenüber vom Romeo, einem neuen Lokal in der Rue Cou-Martin. Er hatte sich alles zurechtgelegt und zog ein weiteres Papier aus seiner Tasche, einen Zeitungsausschnitt. In dieser Nacht war das Romeo ausnahmsweise nicht für die Allgemeinheit geöffnet, denn der Saal war für eine Hochzeitsgesellschaft angemietet worden. Genau so wie vor Gericht die Anwälte dem Vorsitzenden ein Beweisstück vorlegen, schob er Megré den Zeitungsausschnitt hin und setzte sich wieder. Wie Sie sehen werden, handelt es sich um die Hochzeit eines gewissen Marco Santoni, Vertreter in Frankreich für eine große italienische Wermutmarke mit einem Fräulein Janine Arminieu aus Paris ohne Beruf. Es waren viele Gäste da, denn Marco Santoni scheint in Amüsierkreisen ziemlich bekannt zu sein. Haben Sie diese Einzelheiten von Sirkt? Nein, ich bin ins Romeo gegangen. Der Fahrer hat also mit mehreren Kollegen gewartet. Es regnete leicht. Viertel nach zwölf hat ein Mädchen in blauem Abendkleid und dunklem Samt-Cape das Etablissement verlassen. Sirkt hat ihr das übliche Taxi zugerufen, aber sie hat den Kopf geschüttelt und ist weitergegangen. Ist er sicher, dass sie es war? Ja, ein Neonschild erhält den Eingang zum Romeo. Da Sirkt meist nachts arbeitet, hat er gleich gesehen, dass es ein ziemlich schäbiges Kleid war. Im Übrigen hat sie auch der Türsteher des Romeo, ein Gaston Rouget, auf dem Foto erkannt. Vermutlich weiß der Fahrer nicht, wohin sie gegangen ist. Lognon musste sich schnäuzen. Er triumphierte nicht, sondern gab sich im Gegenteil übertrieben bescheiden, als wollte er sich für die dürftigen Informationen entschuldigen. Ein Pärchen kam in diesem Moment aus dem Club, vielleicht ein paar Minuten später, und nahm ein Taxi zur Etoile. Als Sirkt über die Place Saint-Augustin fuhr, traf er erneut auf das Mädchen, das den Platz zu Fuß überquerte. Sie ging schnell Richtung Boulevard-Ausmann, als wollte sie zu den Champs-Élysées. Das ist alles? Er hat seine Fahrgäste abgesetzt und war überrascht, sie später an der Ecke Boulevard-Ausmann vor Bourg-Saint-Honoré wiederzutreffen. Sie war immer noch zu Fuß. Er sah auf die Uhr, weil er wissen wollte, wie lange sie für den Weg gebraucht hatte. Es war kurz vor eins. Louise Labourne war gegen zwei Uhr umgebracht worden. Und um drei hatte man sie tot auf der Place Ventimile gefunden. Lognon hatte gute Arbeit geleistet. Und er hatte noch etwas im Köcher. Das wurde mich reklar, als er sah, wie er auf seinem Platz blieb und einen dritten Zettel aus seiner Tasche zog. Marco Santoni wohnt in der Rue de Berry. Haben Sie ihn auch gesehen? Nein. Als das Festessen im Romeo zu Ende war, sind die Frischvermählten nach Florenz geflogen, wo sie einige Tage verbringen werden. Ich habe mit seinem Diener, Joseph Ruchon, gesprochen. Lognon stand kein Wagen zur Verfügung. Er hatte sicher kein Taxi genommen, da er wusste, dass man seine Abrechnung unter die Lupe nehmen würde. Nachts hatte er alle diese Wege zu Fuß machen müssen und am Morgen wohl die Metro oder den Bus genommen. Ich habe zudem den Barkeeper im Fouquets auf den Champs-Élysées befragt und die von zwei anderen Etablissements. Den Barkeeper von Maxims habe ich nicht angetroffen, da er außerhalb wohnt und noch nicht da war. Seine Tasche schien unerschöpflich. Zettel um Zettel fischte er heraus, einen für jeden Teil seiner Ermittlungen. Saint-Tony ist 45 Jahre alt, ein schöner Mann, etwas dicklich, sehr gepflegt. Er verkehrt in Nachtclubs, Bars und den besten Restaurants. Er hat zahllose Geliebte, vor allem Mannekeins und Tänzerinnen. Soweit ich es in Erfahrung bringen konnte, ist er Janine Arminieu vor vier oder fünf Monaten begegnet. Sie war Mannekein? Nein, sie verkehrte nicht in denselben Kreisen. Er hat nie gesagt, wo er sie aufgegabelt hat. Wie alt? 22. Kurz nachdem sie Saint-Tony kennengelernt hatte, hat sie sich im Hotel Washington, Rue Washington, einquartiert. Er kam sie oft besuchen und manchmal verbrachte sie die Nacht bei ihm. Das ist seine erste Ehe? Ja. Hat der Diener das Foto der Toten gesehen? Ich habe es ihm gezeigt, er versichert sie nicht zu kennen. Ich habe es auch den drei Barkeepern gezeigt, mit dem gleichen Ergebnis. Hat sich der Diener in der Nacht von Montag auf Dienstag in der Wohnung aufgehalten? Er hat das Gepäck für die Abreise des Paares fertig gemacht. Niemand hat geklingelt. Saint-Tony und seine Frau sind ganz aufgekratzt um fünf Uhr morgens heimgekommen, haben sich umgezogen und sind rasch Richtung Orly aufgebrochen. Wieder hielt er inne. Jedes Mal erweckte Lundian den Eindruck, er sei mit seinem Latein am Ende. Aber an der Art des Schweigens und der Bescheidenheit seines Auftritts erkannte Migré, dass er es nicht war. Sie wissen nicht, ob das Mädchen lange im Romeo geblieben ist? Ich habe doch gesagt, dass ich den Türsteher befragt hatte. Musste man die Einladungen am Einlass zeigen? Nein. Manche haben ihre Karte vorgezeigt, andere nicht. Der Türsteher erinnert sich, dass das Mädchen ankam, als man gerade mit dem Tanzen begonnen hatte. Eben, weil sie nicht wie ein Stammgast aussah, hat er sie hereingelassen. Er hielt sie für eine Freundin der Braut. Sie ist also ungefähr eine Viertelstunde geblieben? Ja, ich habe den Barkeeper gefragt. War er heute Morgen im Romeo? Lundian antwortete nur, nein, ich war bei ihm zu Hause, an der Porte d'Irne. Er schlief noch. Alle diese Wegstrecken zusammengezählt, kam man auf eine beeindruckende Kilometerzahl. Gegen seinen Willen stellte sich Migré vor, wie Lundian sie zu Fuß zurücklegte. Erst nachts, dann am frühen Morgen, wie eine Ameise, die eine zu schwere Last trägt, sich aber trotzdem durch nichts von ihrem Weg abbringen lässt. Es gab wahrscheinlich keinen anderen Inspektor, der ein solches Pensum erledigte, ohne ein Detail zu vergessen, ohne etwas dem Zufall zu überlassen. Und dennoch würde der arme Lundian sein Lebensziel, endlich an den Quai de Sorfèvre versetzt zu werden, niemals erreichen. Das lag an seinem Charakter, aber auch daran, dass er durch alle Prüfungen rasselte und keine vernünftige Ausbildung hatte. Was sagt der Barkeeper? Lundian musste den nächsten Zettel mit Namen, Adressen und ein paar Notizen nicht konsultieren. Er wusste alles auswendig. Sie ist ihm aufgefallen. Erst hat sie sich bei der Tür herumgedrückt. Der Geschäftsführer ist zu ihr gegangen und hat ihr etwas zugeflüstert. Sie hat den Kopf geschüttelt. Vermutlich hat er sie gefragt, an welchem Tisch sie erwartet würde. Danach ist sie in der Menge untergetaucht. Viele Leute standen da. Man hat nicht nur auf der Tanzfläche, sondern auch zwischen den Tischen getanzt. Hat sie mit der Braut gesprochen? Das hat eine Weile gedauert, denn die hat auch getanzt. Endlich ist dem Mädchen gelungen, sich ihr zu nähern und sie haben lange miteinander gesprochen. Zweimal hat Santoni sie ungeduldig unterbrochen. Hat die Braut ihr etwas gegeben? Ich habe danach gefragt. Der Barkeeper wusste es nicht. Schien es, als ob sie streiten würden? Madame Santoni gab sich offenbar zurückhaltend, fast kühl und mehrfach hat sie den Kopf geschüttelt. Schließlich hat der Barkeeper das Mädchen in Blau aus den Augen verloren. Den Geschäftsführer haben sie nicht befragt. Allmählich entwickelte sich ein Spiel daraus. Er wohnt ganz oben in der Rue Collencourt. Er schlief auch noch. Natürlich war Lognon auch bei ihm gewesen. Er hat die Aussage des Barkeepers bestätigt. Er ist auf sie zugegangen, um sie zu fragen, wen sie suche, und sie hat ihm geantwortet, dass sie eine Freundin der Braut sei und nur kurz mit ihr sprechen wolle. Diesmal stand Lognon auf, was bedeutete, dass seine Munition verschossen war. Sie haben hervorragende Arbeit geleistet, mein Lieber. Ich habe getan, was ich tun musste. Jetzt gehen sie aber schlafen. Sie täten besser daran, sich um sich selbst zu kümmern. Das ist nur ein Schnupfen, aus dem eine Bronchitis werden kann, wenn sie nicht aufpassen. Ich habe jeden Winter eine Bronchitis und mich deswegen noch nie ins Bett gelegt. Das war das Ärgerliche an Lognon. Er hatte im Schweiße seines Angesichts, das konnte man in der Tat sagen, eine ganze Reihe wertvoller Informationen zusammengetragen. Wenn die irgendein anderer Inspektor vorgelegt hätte, dann hätte Migret sofort ein paar weitere auf die Sache angesetzt, um das Maximum herauszuholen. Ein Mann allein kann nicht alles machen. Aber Inspektor Griesgram wäre davon überzeugt gewesen, dass man ihm das Wurststück vor dem Mund wegzöge. Er war todmüde, kaum bei Stimme und durch seinen Schnupfen geschwächt. Er hatte während der letzten drei Nächte zusammen nicht mehr als sieben oder acht Stunden geschlafen. Aber man musste ihn weitermachen lassen. Und trotzdem würde er sich als Opfer fühlen, als armer Teufel, dem man die undankbarsten Aufgaben gibt und zuletzt die Anerkennung für seinen Erfolg verweigert. Was meinen Sie? Wenn Sie nicht vorhaben, jemand anderen zu betrauen, würde ich... Das galt nur Ihrem Wohlbefinden. Ich werde alle Zeit haben, mich auszuruhen, wenn man mich in Rente schickt. Ich konnte noch nicht beim Gemeindeamt des 8. Arrondissements vorbeischauen, wo Sie geheiratet haben. Und auch nicht im Modell Washington, wo die neue Madame Santoni vor ihrer Hochzeit wohnte. Vermutlich finde ich da heraus, wo sie vorher gelebt hat. Vielleicht kann sie mir auch die Adresse der Toten geben. Sie hat in den letzten zwei Monaten in der Rue de Clichy gewohnt, zur Untermiete bei einer gewissen Madame Cremieux, einer Witwe. Lagnon biss sich auf die Unterlippe. Wir wissen nicht, was sie vorher gemacht hat. Bei der Witwe Cremieux hat sie sich als Louise Laboine ausgegeben. Ihre Vermieterin hat ihren Personalausweis allerdings nicht zu Gesicht bekommen. Kann ich meine Ermittlungen fortsetzen? Weshalb sich dagegen auflehnen? Natürlich, mein Lieber, wenn Sie wollen. Übernehmen Sie sich aber nicht. Danke. Mégret blieb einen Augenblick lang allein in seinem Büro, um gedankenversunken den Stuhl zu fixieren, auf dem Grießkram gesessen hatte. Immer noch tauchten, wie auf einer Fotoplatte, neue Züge von Louise Laboine auf, aber das Gesamtbild blieb verschwommen. Hatte sie in den letzten Monaten, als sie keiner geregelten Arbeit nachging, nach Janine Arminieux gesucht, Möglicherweise war sie plötzlich in einer Zeitung darauf gestoßen, dass diese Marco Santoni heiraten würde und dass es aus diesem Anlass einen großen Empfang im Romeo gäbe. In dem Fall hatte sie die Zeitung erst abends gelesen, da es ja nach neun Uhr war, als sie zu Mademoiselle Irene geeilt war, um sich das Abendkleid zu besorgen. Gegen zehn hatte sie den Laden in der Rue de Douai verlassen. Was hatte sie zwischen zehn Uhr und Mitternacht gemacht? Von der Rue de Douai bis zur Rue Commartin brauchte man nicht mehr als zwanzig Minuten. War anzunehmen, dass sie diese Zeit unschlüssig auf der Straße zugebracht hatte? Dr. Pauls Bericht lag noch auf dem Schreibtisch. Maigret überflog ihn. Es hieß darin, dass sich im Magen der Toten eine gewisse Menge Alkohol befand. Dem Geschäftsführer zufolge hatte das Mädchen nun aber in der kurzen Zeit, die sie im Romeo verbracht hatte, keine Gelegenheit gehabt, etwas zu trinken. Hatte sie sich vorher Mut angetrunken? Oder danach? In den wenigen Stunden, die er noch blieben bis zu ihrem Tod. Er machte die Tür zum Inspektorenbüro auf und rief nach Janvier. Ich habe Arbeit für dich. Du gehst zur Rue de Douai und zu Fuß hinunter bis zur Rue Commartin. Du gehst in alle Bars und Cafés und zeigst das Foto. Das mit dem Abendkleid? Ja. Versuch herauszufinden, ob das Mädchen am Montagabend zwischen 10 Uhr und Mitternacht gesehen wurde. Als Janvier die Tür hinter sich schließen wollte, rief ihn Maigret zurück. Wenn du L'Oignon triffst, sag ihm nicht, was du machst. Verstanden, Chef. Der blaue Koffer stand in einer Ecke des Büros und es schien so, als hätte er ihnen nichts mehr zu erzählen. Ein billiger, abgenutzter Koffer, wie man ihn in jedem Kaufhaus, an jedem Bahnhof bekommt. Maigret verließ sein Büro und wandte sich, am Ende des Flurs, dem Büro seines Kollegen Priolet von der Sitte zu. Priolet zeichnete seine Post ab und Maigret sah ihm dabei zu, während er ruhig seine Pfeife rauchte. Brauchst du mich? Nur für eine Auskunft. Kennst du einen gewissen Santoni? Marco? Ja. Er hat gerade geheiratet. Was weißt du über ihn? Er verdient viel Geld und gibt es so schnell aus, wie er es verdient. Ein hübscher Kerl. Mag Frauen, elegante Dinés und Luxusschlitten. Liegt was vor gegen ihn? Nichts. Er kommt aus einer guten Meile in der Familie. Sein Vater ist ein großer Wermutboss und Marco vertritt die Marke in ganz Frankreich. Er verkehrt in den Bars auf den Champs Elysees, den großen Restaurants und umgibt sich gern mit schönen Mädchen. Seit ein paar Monaten hängt er am Haken. Von Janine Arminieu? Ich weiß nicht, wie sie heißt. Wir haben keinen Grund, uns mit ihm und seinen Liebschaften zu befassen. Ich habe nur von seiner Heirat erfahren, weil er eine Wahnsinnsfete in einen Nachtclub ausgerichtet hat, den er dafür angemietet hat. Ich möchte, dass du dich nach seiner Frau erkundigst. Sie hat in den letzten Monaten im Hotel Washington gewohnt. Ich muss wissen, woher sie kommt. Was sie gemacht hat, bevor er sie kennenlernte. Wer ihre Freundinnen und Freunde waren. Vor allem ihre Freundinnen. Priolet machte sich Notizen auf einem Block. Das ist alles? Gibt es da einen Zusammenhang mit der Toten von der Place Vintimille? Mecret nickte. Du hast wahrscheinlich nichts in den Akten über eine gewisse Louise Laboine? Priolet wandte sich der geöffneten Tür zu. Dauphin, hast du den Namen gehört? Ja, Chef. Kannst du das mal lieber prüfen? Ein paar Minuten später rief Inspektor Dauphin aus dem Nebenzimmer. Nichts. Tut mir leid, Alter. Ich kümmere mich um Madame Santoni. Es wird allerdings schwierig sein, sie in nächster Zeit zu befragen, da die frisch vermählten den Zeitungen nach in Italien sind. Ich möchte nicht, dass du sie jetzt befragst. Die Uhr auf dem Kamin. Die gleiche schwarze Uhr, die in Mecrets Büro und in den Büros aller Kommissare hing, zeigte kurz vor zwölf Uhr. Nimmst du ein Glas? Nicht jetzt, antwortete Priolet. Ich warte auf jemanden. Es sah so aus, als wüsste Mecret nicht, was er mit seinem massigen Körper anfangen sollte. Er ging langsam über den Flur, blickte mürrisch in den gläsernen Warteraum, wo sich zwei, drei Leute langweilten. Ein paar Minuten später stieg er die Stufen einer schmalen Treppe hoch und stieß im Dachgeschoss des Palais de Justiz die Tür zum Untersuchungslabor auf. Moet beugte sich über ein Mikroskop. Hast du die Kleidungsstücke untersucht, die ich dir geschickt habe? Hier oben herrschte nie Unruhe. Männer in grauen Kitteln gaben sich minutiösen Arbeiten hin, bedienten in einer friedvollen Atmosphäre komplizierte Apparaturen und Moet war das Sinnbild inneren Friedens. Das schwarze Kleid, sagte er, war nie in der Reinigung, aber man hat die Flecken oft mit Benzin behandelt und es regelmäßig ausgebürstet. Dennoch haben sich Staubpartikel festgesetzt. Ich habe sie analysiert und zudem die Flecken untersucht, bei denen das Benzin nichts genutzt hat. Auf diese Weise bin ich auf grüne Farbspuren gestoßen. Ist das alles? Beinahe. Ein paar Sandkörner noch. Von einem Fluss? Nein. Meeres-Sand. Die Art von Sand, die man an der normanischen Küste findet. Das ist nicht der gleiche wie der am Mittelmeer. Nein. Und auch nicht der gleiche wie der am Atlantik. Maigret blieb noch im Labor, klopfte seine Pfeife am Absatz aus. Als er wieder unten war, schlug es zwölf, und die Inspektoren gingen gerade zum Mittagessen. »Lucas sucht Sie«, rief ihm einer zu, »Jussieu,«, der in seiner Abteilung arbeitete. Er traf Lucas mit Hut auf dem Kopf an. »Ich wollte gerade gehen.« »Ich habe eine Nachricht auf Ihrem Schreibtisch hinterlassen. Ferret möchte, dass Sie ihn so schnell wie möglich anrufen. Er scheint sich um die junge Tote zu drehen.« Maigret ging in sein Büro zurück und nahm den Hörer ab. »Geben Sie mir die mobile Brigade in Nizza.« Noch nie waren nach der Veröffentlichung eines Fotos so wenige Anrufe eingegangen. Bislang nur ein einziger, der von Roos, dem jungen Dienstmädchen aus der Rue de Clichée. Dabei mussten Dutzende, ja, Hunderte von Menschen das Mädchen gesehen haben, das sich zumindest für mehrere Monate in Paris aufgehalten hatte. »Hallo, Ferret. Sind Sie es, Chef?« Inspektor Ferret hatte für Maigret gearbeitet, bis er sich der Gesundheit seiner Frau zuliebe nach Nizza hatte versetzen lassen. »Ich habe heute früh einen Anruf bekommen, wegen der Person, mit der Sie sich beschäftigen. Wissen Sie übrigens inzwischen, wie sie heißt?« »Sie heißt wahrscheinlich Louise Laboine.« »Genau. Soll ich Ihnen Einzelheiten geben?« »Es ist nichts Großartiges.« »Ich warte auf Ihre Anweisungen, ehe wir weitere Nachforschungen anstellen.« »Heute Morgen also, gegen halb neun, bekam ich einen Anruf von einer Fischhändlerin, einer gewissen Alice Fenouroux.« »Hallo?« »Ich höre.« Maigret notierte sicherheitshalber den Namen auf einem von Lognons Zetteln. Sie behaupte, das Mädchen auf einem Foto im Éclerœur wiedererkannt zu haben. Aber das liegt länger zurück, vier oder fünf Jahre offenbar. Das Mädchen, damals noch ein halbes Kind, wohnte mit seiner Mutter im Nachbarhaus. Hat sie Einzelheiten berichtet? Die Mutter hatte offensichtlich eine schlechte Zahlungsmoral. Daran hat sie sich am besten erinnert. »Leute, denen man nie Kredit geben sollte,« hat sie zu mir gesagt. »Was weiß sie noch?« »Mutter und Tochter bewohnten eine ziemlich komfortable Wohnung, unweit der Avenue Clemenceau. Die Mutter soll damals eine schöne Frau gewesen sein. Sie war zu der Zeit deutlich über fünfzig, also älter, als es Mütter von fünfzehn- oder sechzehnjährigen für gewöhnlich sind.« Wovon lebten die beiden? »Das weiß niemand. Die Mutter putzte sich heraus, ging regelmäßig nach dem Mittagessen aus und kehrte erst spät in der Nacht zurück.« »Das ist alles?« »Kein Mann mit von der Partie.« »Kein Mann.« »Wenn es irgendetwas Auffälliges gegeben hätte, wäre die Fischhändlerin nur zu glücklich gewesen, mir davon zu erzählen.« »Haben sie das Viertel zusammen verlassen?« »So sieht es aus. Eines schönen Tages sind sie verschwunden und es scheint so, als hätten sie ordentlich Schulden hinterlassen.« »Hast du nachgesehen, ob der Name Labuan irgendwo in deinen Akten steht?« »Darum habe ich mich als erstes gekümmert. Da ist nichts.« »Ich habe meine Kollegen gefragt. Einen der Ehemaligen sagte der Name was. Was genau, wusste er aber nicht. »Magst du dich darum kümmern?« »Ich tue mein Bestes.« »Was wollen sie vor allem wissen?« »Alles.« »Wann die Tochter Nizza verlassen hat.« »Was aus der Mutter geworden ist.« »Womit sie ihren Lebensunterhalt bestritten haben.« »Mit wem sie verkehrten.« »Wenn die Tochter übrigens damals 15 oder 16 war, ist sie wahrscheinlich noch zur Schule gegangen.« »Kannst du das in den städtischen Schulen überprüfen?« »Verstanden.« »Ich rufe sie an, sobald ich etwas Neues weiß.« »Geh auch ins Casino, wegen der Mutter.« »Daran habe ich auch gerade gedacht.« »Noch ein paar neue Züge.« »Das Telefonat beschwor ein junges Mädchen herauf, das bei einer Fischhändlerin einkaufte, die es frostig behandelte, weil die Mutter ihr Geld schuldete.« »Migret zog seinen Mantel an, setzte den Hut auf und ging die Treppe hinunter, wo er einem Mann flankiert von zwei Polizisten begegnete, denen er nicht weiter beachtete.« »Ehe er über den Hof ging, betrat er das Büro der Fremdenpolizei, einen Zettel in der Hand, auf dem die Namen Louise und Janine Arminieu standen.« »Kannst du deine Leute bitten, nach diesen beiden Namen in der Kartei zu suchen?« »Eher letztes Jahr als dieses.« Besser der Amelonion erfuhr nicht, dass man so einen Teil seiner Arbeit erledigte. Die Sonne war herausgekommen und die Pfützen auf dem Pflaster verdunsteten schon. »Migret hätte beinahe ein Taxi angehalten, ging dann aber langsam zur Brasserie Dauphin und stellte sich an die Bar.« Er wusste nicht, was er trinken wollte. Zwei Inspektoren, die nicht zu seiner Abteilung gehörten, diskutierten über das Rentenalter. »Was soll's denn sein, Kommissar Megret?« Er wirkte missmutig. Doch wer ihn kannte, wusste, dass das nicht der Fall war. Er war nur überall gleichzeitig, in der Wohnung der Witwe an der Rue de Clichy, bei der Boutique-Besitzerin in der Rue de Douai, auf der Bank an der Place de la Trinité. Und nun auch in Nizza, bei einem jungen Mädchen in einem Fischladen. Alle diese noch verworrenen Bilder überlagerten sich. Doch etwas würde sich daraus ergeben. Vor allem von einem konnte er sich nicht lösen, von dem eines nackten Körpers, der im grellem Scheinwerferlicht lag, davor in weißem Kittel Dr. Paul, der sich seine Gummihandschuhe überstreifte. »Einem Pernod«, sagte er automatisch. »Hatte Paul nicht gesagt, dass sie, ehe sie geschlagen worden war, auf die Knie gefallen war?« Kurz davor war sie ins Romeo gegangen, in der Rue Comartin, wo einem Taxifahrer ihr schäbiges Kleid aufgefallen war, wo der Barkeeper gesehen hatte, wie sie sich unter die Tänzer gemischt hatte und wo sie mit dem Geschäftsführer und dann mit der Braut gesprochen hatte. Anschließend war sie im Regen weitergegangen. Man hatte sie auf der Place Saint-Augustin gesehen, dann am Boulevard aus Mann, Ecke-Faubourg Saint-Honoré. Was dachte sie? Wo ging sie hin? Was erhoffte sie sich? Sie hatte so gut wie kein Geld mehr, kaum genug für eine Mahlzeit. Die Witwe Crémio hatte sie vor die Tür gesetzt. Sehr weit konnte sie nicht gegangen sein, und irgendwo hatte sie ein paar Ohrfeigen oder Faustschläge abbekommen. Sie war auf die Knie gefallen und jemand hatte ihr mit einem harten, schweren Gegenstand auf den Schädel geschlagen. Das hatte sich, der Autopsie zufolge, gegen zwei Uhr ereignet. Was hatte sie zwischen Mitternacht und zwei Uhr gemacht? Danach war nicht mehr sie die Handelnde, sondern der Mörder, der ihre Leiche mitten auf der Plasmantimille abgelegt hatte. »Merkwürdiges Mädchen«, murmelte er. »Wie bitte?«, fragte der Kellner. »Nichts. Wie spät ist es?« Er ging nach Hause zum Mittagessen. »Die Frage, die du mir gestern Abend gestellt hast,« sagte Madame Maigret, während sie zusammen aßen, »ich habe den ganzen Morgen darüber nachgedacht. Für ein Mädchen gibt es noch einen Grund, ein Abendkleid zu tragen.« Er brachte ihr gegenüber nicht das gleiche Zartgefühl auf wie L'Oignon gegenüber und murmelte zerstreut, ohne ihr eine Chance zu lassen, »ich weiß, eine Hochzeit.« Madame Maigret sagte nichts mehr. Kapitel 5 Wo es um eine Frau geht, die ihr Geld beim Roulette verdient, um eine alte Jungfer, die unbedingt alles sagen will und um ein junges Ding, das sich unter dem Bett versteckt. Zwei-, vielleicht dreimal an diesem Nachmittag blickte Maigret von seinen Papieren auf, sah in den arglos blauen Himmel mit goldgerenderten Wolken und einer Sonne, die über den Dächern zerran, hielt seufzend inne und stand auf, um das Fenster zu öffnen. Er hatte jedes Mal kaum Zeit gehabt, die Frühlingsluft auszukosten, die seiner Pfeife besondere Würze gab. Kaum hatte er sich wieder gesetzt, erzitterten die Papiere, flogen auf und verstreuten sich im ganzen Zimmer. Dann waren die Wolken schon nicht mehr weiß und golden, sondern von einem bläulichen Grau, und der Regen fiel diagonal, klatschte gegen die Fensterbrüstung, während die Menschen auf dem Pont Saint-Michel plötzlich, wie in alten Stummfilmen, schneller gingen und die Frauen ihre Röcke schürzten. Und schließlich waren es keine Wassertropfen mehr, die vom Himmel fielen, sondern Hagelkörner, die wie Tischtennisbälle zurückprallten, und als er das Fenster endgültig schloss, lagen einige davon mitten im Zimmer. Ob Lognon immer noch unterwegs war, mit trübsinnigem Blick und angelegten Ohren, wie ein Jagdhund inmitten der Menge irgendeine Fährte verfolgte? Möglicherweise. Ja, wahrscheinlich. Er hatte nicht angerufen. Er hatte nie einen Schirm bei sich, gehörte auch nicht zu denen, die sich mit anderen in eine Toreinfahrt drücken, um das Ende des Regengusses abzuwarten. Im Gegenteil, er musste eine stechende Lust dabei empfinden, durchnässt zu werden, beim stärksten Schauer allein unterwegs zu sein, als Opfer einer ungerechten Welt und seines eigenen Gewissens. Janvier war gegen drei Uhr leicht beschwipst zurückgekommen. Selten traf man ihn so an, mit funkelnden Augen. Das ist es, Chef, sagte er in heiterem Ton. Was? Er hörte sich so an, als hätte er das Mädchen quicklebendig aufgefunden. Sie hatten recht. Inwiefern? Ich habe alle Bars und Cafés abgeklappert. Das sehe ich. Sie ist nur an der Ecke Rue Comartin, Rue Saint-Lazare eingekehrt. Der Kellner, der sie bedient hat, heißt Eugène. Er ist kahlköpfig, wohnt in Besson-le-Bruyère und hat eine Tochter, die ungefähr so alt ist wie die junge Tote. Janvier drückte seine Zigarette im Aschenbecher aus und zündete sich dabei eine neue an. Sie kam gegen halb elf und setzte sich in eine Ecke bei der Kasse. Ihr schien kalt zu sein und sie bestellte einen Grog. Dann, als Eugène ihn brachte, fragte sie nach einer Telefonmarke. Sie ging in die Kabine und kam gleich wieder raus. Von da an hat sie bis Mitternacht mindestens zehnmal versucht, jemanden zu erreichen. Wie viele Grocks hat sie getrunken? Drei. Alle paar Minuten ist sie wieder in die Kabine gegangen und hat eine Nummer gewählt. Ist sie irgendwann durchgekommen? Eugène weiß es nicht. Er rechnete jedes Mal damit, dass sie zu weinen anfing, was sie aber nicht tat. Irgendwann hat er versucht, ein Gespräch mit ihr anzufangen und sie hat ihn bloß angeschaut, ohne etwas zu antworten. Passt alles, Sie werden sehen. Sie verließ die Boutique in der Rue de Douai kurz nach zehn. Sie hatte Zeit, zu Fuß bis zur Rue Comartin hinunterzugehen. Sie blieb im Café, versuchte, jemanden zu erreichen, bis zu dem Moment, da sie zum Romeo gegangen ist. Drei Grocks? Nicht schlecht für ein Mädchen. Sie muss angetrunken gewesen sein. Und kein Geld mehr gehabt haben, merkte McRae an. Stimmt. Daran habe ich nicht gedacht. Was soll ich jetzt machen? Du hast nichts laufen, nur Routinesachen. Nun war er auch über seinen Schreibtisch gebeugt und bedauerte, dass seine Tour nicht länger gedauert hatte. McRae blätterte in Akten, machte sich Notizen und telefonierte von Zeit zu Zeit mit anderen Abteilungen. Es war fast fünf, als Priolet hereinkam. Störe ich dich? fragte er, bevor er sich setzte. Gar nicht. Ich erledige einige alte Sachen. Du kennst doch Lucien, einen meiner Inspektoren, der bei dir in der Nähe wohnt. McRae erinnerte sich dunkel, ein kleiner Dicker mit pechschwarzem Haar, dessen Frau einen Kräuterladen in der rüdische Mervers betrieb. Er hatte ihn vor allem im Sommer auf der Ladenschwelle gesehen, wenn McRae mit seiner Frau zum Abendessen bei Dr. Pardin ging. Vor einer Viertelstunde habe ich auf gut Glück Lucien die Frage gestellt, die ich allen meinen Männern gestellt habe. Nach Janine Arminieu? Ja. Und er sah mich an und runzelte die Stirn. Merkwürdig, sagte er zu mir. Meine Frau hat gerade beim Mittagessen von ihr gesprochen. Ich habe ihr kaum zugehört. Warten Sie, ich versuche mich zu erinnern. Ah ja, das hat sie gesagt. Erinnerst du dich an die hübsche Rothaarige mit dem schönen Busen, die nebenan wohnte? Die hat sich einen reichen Mann geangelt. Für die Hochzeitsfeier haben sie einen ganzen Nachtclub angemietet. Meine Frau hat ihren Namen genannt, Arminieu. Sie hat hinzugefügt, vermutlich wird sie nicht mehr kommen und mir Schröpfköpfe abkaufen. Auch Maigret hätte ihr im Viertel begegnen können und Madame Maigret machte ihre Einkäufe in denselben Geschäften wie sie, denn sie kaufte fast alle Lebensmittel in der Rue de Cheminvert. Lucien hat mich gefragt, ob er sich darum kümmern soll. Ich habe ihm geantwortet, dass du die Sache sicher lieber selbst bearbeiten möchtest. Nichts in Sachen Santoni, nichts Interessantes, abgesehen davon, dass seine Freunde überrascht waren, dass er heiratet. Bislang haben seine Liebschaften nie lang gedauert. Die Sonne schien, die Nässe trocknete. Maigret hatte Lust, nach draußen zu gehen und er war im Begriff, Mantel und Hut zu nehmen, als das Telefon klingelte. Hallo, hier Kommissar Maigret. Es war Nizza. Ferré musste etwas Neues haben, denn er war so aufgeregt wie vorhin Janvier. Ich habe die Mutter gefunden, Chef. Um mit ihr zu sprechen, musste ich bis nach Monte Carlo fahren. So war es fast immer. Stunden, Tage lang, manchmal sogar wochenlang, kam man nicht von der Stelle und dann erreichten einen alle Hinweise auf einmal. Sie war im Casino. Sie ist noch da. Sie hatten erklärt, dass sie den Roulette-Tisch nicht verlassen kann, bis sie ihren Einsatz wieder hereingeholt und das verdient hat, was sie zum Leben braucht. Geht sie jeden Tag dorthin? Genau, so wie andere ins Büro. Sie spielt, bis sie die paar hundert Frans gewonnen hat, die sie für ihr Auskommen benötigt. Dann geht sie. Maigret kannte diese Methode. Wie ist das Wetter bei euch? Großartig! Alles ist voller Touristen, die zum Karneval gekommen sind. Morgen ist der Blumenkorso und man baut gerade die Tribünen auf. Heißt sie La Boine? In ihrem Personalausweis steht Germain La Boine, aber sie lässt sich Liliane nennen. Die Grubiers kennen sie unter dem Namen Lili. Sie ist fast 60, stark geschminkt und mit falschem Schmuck behängt. Kennen sie die Sorte? Ich hatte die allergrößte Mühe, sie vom Roulett-Tisch wegzubekommen. Ich musste ihr erst brutal ins Gesicht sagen, ihre Tochter ist tot. Maigret fragte nach. Hatte sie das nicht aus den Zeitungen erfahren? Sie liest keine Zeitungen. Diese Leute kümmern sich nur ums Roulette. Jeden Morgen kaufen sie ein Blättchen, in dem die Zahlen veröffentlicht werden, die am Vorabend und in der Nacht gewonnen haben. Es ist eine richtige Gruppe. Die nehmen jeden Tag in Nizza denselben Bus und stürzen dann an die Spieltische, wie Verkäuferinnen in den Warenhäusern an ihre Kassen. Wie hat sie reagiert? Schwer zu sagen. Rot hatte soeben zum fünften Mal gewonnen und sie hatte auf schwarz gesetzt. Zuerst hat sie ein paar Gétons auf das Tuch geworfen, ihre Lippen haben sich bewegt, aber ich habe nichts verstanden. Erst als endlich schwarz dran kam und sie ihren Gewinn eingesteckt hatte, ist sie aufgestanden. Wie ist es geschehen? hat sie mich gefragt. Wollen Sie mich nicht nach draußen begleiten? Ich kann jetzt nicht. Ich muss den Tisch im Auge behalten. Wir können auch hier sprechen. Wo ist es passiert? In Paris. Ist sie im Krankenhaus gestorben? Man hat sie tot auf der Straße gefunden. Ein Unfall? Mord. Sie schien überrascht, hat aber nicht aufgehört, mit der Stimme des Kruppiers zu lauschen, der die Ergebnisse verkündete. Dann hat sie mich unterbrochen. Erlauben Sie? Sie hat Gétons auf ein Feld gelegt und ich habe mich gefragt, ob sie Drogen nimmt. Alles in allem glaube ich das aber nicht. Sie ist an einem Punkt, wo sie kaum mehr als eine Art Maschine ist, wenn Sie verstehen. Mecret nickte. Ihm waren schon Menschen wie sie begegnet. Es hat lang gedauert, ihr ein paar Informationen aus der Nase zu ziehen. Sie wiederholte. Warum warten Sie nicht bis zum Abend, wenn ich wieder in Nizza bin? Ich werde Ihnen alles sagen, was Sie wissen wollen. Es gibt nichts zu verbergen. Hören Sie mich, Chef. Bedenken Sie, dass sie nicht völlig Unrecht hatte, als sie sagte, dass sie unmöglich das Casino verlassen konnte. Diese Leute gehen da fast einem Beruf nach. Sie haben ein gewisses Kapital, mit dem Sie Ihren Einsatz so und so oft verdoppeln können. Solange Sie in der Lage sind, ihn zu verdoppeln und Ihre Farbe drankommt, riskieren Sie nichts. Sie müssen sich also mit einem kleinen Gewinn zufrieden geben, der reicht, um davon zu leben und sich jeden Tag den Bus zu leisten. Die Direktion des Casinos kennt diese Leute nur zu gut. Ein paar Männer, aber vor allem Frauen in fortgeschrittenem Alter. Wenn viel Betrieb ist und alle Tische besetzt sind, kriegt man sie dadurch los, dass man ihnen das gibt, was sie einige Stunden später eh gewonnen hätten. Lebt sie allein? Ja. Ich soll zu ihr kommen, sobald sie zu Hause ist. Sie bewohnt ein möbliertes Zimmer in der Rue Größ, nicht weit vom Boulevard Victor Hugo. Ihr Kleid war mindestens zehn Jahre alt, ihr Hut genauso. Auf meine Frage, ob sie verheiratet gewesen ist, hat sie geantwortet, das hängt davon ab, was Sie unter verheiratet verstehen. Sie hat mir gesagt, dass sie jahrelang als Künstlerin unter dem Namen Lili France auf Tournee im Orient und in Kleinasien gewesen sei. Na, ich vermute, dass Sie sowas kennen. Früher gab es in Paris Agenturen, die solche Künstlerinnen buchten. Man brachte ihnen ein paar Tanzschritte oder Lieder bei und schickte sie in die Türkei, nach Ägypten oder Beirut, wo sie als Animiermädchen in Nachtclubs arbeiteten. Ist Ihre Tochter dort geboren? Nein, in Frankreich, als die Mutter schon fast 40 war. In Nizza? Soweit ich das verstehen konnte. Es ist nicht leicht, jemanden zu befragen, dessen Augen sich auf die kleine Roulette-Kugel fixieren und dessen Finger sich jedes Mal verkrampfen, wenn diese Kugel liegen bleibt. Schließlich gab sie sich unmissverständlich. Ich habe nichts angestellt, ja? Dann lassen Sie mich in Ruhe und ich verspreche Ihnen heute Abend auf Ihre Fragen zu antworten. Mehr hast du nicht daraus bekommen? Nein. Die Kleine ist vor vier Jahren fortgegangen und hat einen Brief hinterlassen, in dem sie ankündigt, nicht mehr wiederzukommen. Da war sie also knapp 16? Genau 16. Sie ist an ihrem Geburtstag fortgelaufen und hat sich nie bei ihrer Mutter gemeldet. Und die hat nicht die Polizei benachrichtigt? Nein. Ich glaube, es hat sie nicht gestört, dass sie sie los war. Sie hat nie erfahren, was aus ihr geworden ist? Ein paar Monate später hat sie einen Brief bekommen von einer gewissen Mademoiselle Poré, die in der Rue de Cheminverre wohnt und ihr riet, sie möge auf ihre Tochter aufpassen und sie nicht allein in Paris lassen. Die Hausnummer von Mademoiselle Poré habe ich nicht. Madame Laboin hat versprochen, sie mir heute Abend zu geben. Ich weiß, wo sie wohnt. Sie sind auf dem Laufenden? Mehr oder weniger. Maigret warf Priolet, der mithörte einem Blick zu. Jetzt kam dieselbe Auskunft von mehreren Seiten. Wann triffst du dich mit ihr? Sobald sie wieder in Nizza ist. Das kann ebenso gut um sieben Uhr wie um Mitternacht sein. Das hängt vom Roulette ab. Ruf mich zu Hause an. Verstanden, Chef. Maigret hängte ein. Nachdem, was Feret mir aus Nizza mitteilt, sagte er, ist die Person, bei der Janine Amignieu in der Rue de Chemever wohnte, eine Mademoiselle Poré. Und die kannte Louise Laboin. Gehst du da hin? Maigret machte die Tür auf. Kommst du mit, Janvier? Kurz darauf nahmen sie den Wagen. In der Rue de Chemever hielten sie vor dem Kräuterladen. Messieurs Frau stand hinter dem Ladentisch in einem dunklen Geschäft, das gut nach Johannes Kraut roch. Was kann ich für Sie tun, Monsieur Maigret? Sie kennen Janine Amignieu. Haben Sie das von meinem Mann? Ich habe darüber gerade heute Mittag mit ihm gesprochen, wegen der Hochzeit, über die in der Zeitung berichtet wurde. Sie ist ein unfassbar schönes Mädchen. Ist es lange her, dass Sie sie gesehen haben? Mindestens drei Jahre. Warten Sie, das war bevor mein Mann seine Gehaltserhöhung bekam, also vor dreieinhalb Jahren. Sie war sehr jung, aber schon gut gebaut, fraulich, und alle Männer haben sich auf der Straße nach ihr umgedreht. Sie wohnte im Nachbarhaus bei Mademoiselle Poré, eine gute Kundin, die Telefonistin ist. Sie ist ihre Tante. Ich glaube, am Ende haben sie sich nicht mehr gut verstanden und das Mädchen hat beschlossen, allein zu leben. Wissen Sie, ob Mademoiselle Poré zu Hause ist? Wenn ich mich nicht täusche, fängt sie diese Woche um sechs an und hört um drei auf. Gut möglich, dass Sie sie antreffen. Etwa später betraten Maigret und Janvier das Nachbarhaus. Mademoiselle Poré, fragten sie die Concierge. Zweiter Stock links. Es ist schon jemand bei ihr. Das Haus hatte keinen Aufzug. Das Treppenhaus war düster. Anstelle eines Klingelknopfes hing da eine Fransenkordel, die drinnen eine grelle Glocke auslöste. Die Tür ging sofort auf. Eine schmächtige Person mit spitzem Gesicht und kleinen schwarzen Augen sah sie ernst an. Was wünschen Sie? Als Maigret antworten wollte, sah er im Halbdunkel der Wohnung das Gesicht von Inspektor Lognon. Verzeihen Sie, Lognon, ich wusste nicht, dass Sie hier sind. Grießgram sah ihn resigniert an. Mademoiselle Poré murmelte, Sie kennen sich? Endlich trat sie beiseite. Die sehr saubere Wohnung roch nach Essen. Sie standen jetzt zu viert in einem kleinen Esszimmer und wussten nicht, wie sie sich verhalten sollten. Sind Sie schon lange hier, Lognon? Kaum fünf Minuten. Es war nicht der richtige Augenblick zu fragen, wie er die Adresse herausgefunden hatte. Sie haben schon etwas in Erfahrung gebracht. Mademoiselle Poré antwortete. Ich habe gerade begonnen, ihm zu sagen, was ich weiß, und bin noch nicht damit fertig. Dass ich nicht zur Polizei gegangen bin, als ich das Foto in der Zeitung gesehen habe, lag bloß daran, dass ich nicht sicher war, ob sie es war. In dreieinhalb Jahren können sich die Leute verändern, vor allem in diesem Alter. Und schließlich mische ich mich nicht gern in Dinge ein, die mich nichts angehen. Janine Arminieu ist ihre Nichte, ja? Von ihr habe ich nicht gesprochen, sondern von ihrer Freundin. Janine ist in der Tat die Tochter meines Halbbruders. Ich gratuliere ihm nicht dazu, wie er sie erzogen hat. Sie kommt aus dem Midi? Wenn Lyon für sie im Midi liegt? Mein armer Bruder arbeitet in einer Spinnerei und seitdem seine Frau gestorben ist, ist er nicht mehr derselbe. Wann ist seine Frau gestorben? Im letzten Jahr. Janine Arminieu ist vor vier Jahren nach Paris gegangen. Vor knapp vier Jahren, ja. Lyon war nicht mehr gut genug für sie. Sie war siebzehn und wollte ihr eigenes Leben leben. Offensichtlich sind heute alle Mädchen so. Mein Bruder hat mir geschrieben, dass sie fortwolle und er nicht in der Lage sei, sie zurückzuhalten. Und er fragte mich, ob sie bei mir wohnen könne. Ich habe zugestimmt und sogar angeboten, einen Arbeitsplatz für sie zu suchen. Sie betonte jede Silbe, als wäre alles, was sie sagte, von eminenter Bedeutung. Ihr Blick wanderte von einem zum anderen. Dann fragte sie plötzlich, wie kann es sein, wenn sie alle von der Polizei sind, dass sie getrennt voneinander gekommen sind? Was darauf antworten? L'Oignon senkte den Kopf. Migret sagte, wir gehören zu verschiedenen Abteilungen. Sie betrachtete Migrets imposante Statur und sagte, um kein Fettnäpfchen auszulassen, vermutlich sind sie am wichtigsten, was ist dir Dienstgrad? Kommissar. Dann sind Sie Kommissar Migret? Als er nickte, schob sie ihm einen Stuhl hin. Nehmen Sie Platz, ich werde Ihnen alles erzählen. Wo war ich stehen geblieben? Ah ja, beim Brief meines Halbbruders. Ich kann ihn heraussuchen, wenn Sie wollen. Ich hebe nämlich alle Briefe auf, auch die von meiner Familie. Das ist nicht nötig. Danke. Wie Sie wünschen? Kurz gesagt, habe ich also diesen Brief bekommen und beantwortet. Eines Morgens, gegen halb acht, stand meine Nichte Nichte vor der Tür. Um nur ein Detail zu nennen, damit Sie eine Vorstellung von Ihrem Charakter bekommen, es gibt tagsüber hervorragende Verbindungen, aber ihr lag daran, den Nachtzug zu nehmen, weil das romantischer ist, Sie verstehen? Zum Glück war ich in der Woche für die zweite Schicht eingeteilt. Sei es drum. Ihre Kleidung, ihre Frisur, fürchterlich. Ich habe ihr deutlich gesagt, dass die Leute mit dem Finger auf sie zeigen werden, wenn sie hier so rumläuft. Die Wohnung, die ich schon seit 22 Jahren bewohne, ist weder groß noch luxuriös, aber immerhin habe ich zwei Schlafzimmer. Eines habe ich Janine zur Verfügung gestellt. Eine Woche lang habe ich ihr Paris gezeigt. Was hatte sie vor? Das fragen sie mich? Einen reichen Mann finden, das wollte sie. Den Zeitungen nach hat sie ihr Ziel ja erreicht. Nur dass ich das nicht gern erleben würde, was sie erlebt hat. Hat sie eine Stelle gefunden? Als Verkäuferin, in einem Laden auf dem Boulevard, in einem Lederwarengeschäft, nicht weit von der Place de Loupera. ist ist sie da lange geblieben? Sie legte Wert darauf, die Geschichte auf ihre Art zu erzählen und gab ihm das zu verstehen. Wenn sie dauernd dazwischen funken, verliere ich noch den Faden. Ich sage ihnen schon alles, keine Angst. Wir haben hier also zusammen gelebt. Um genauer zu sein, ich stellte mir vor, dass wir hier zusammen lebten. alle zwei Wochen habe ich morgens frei und in der Woche darauf ab drei Uhr nachmittags. Monate vergingen. Es war Winter, ein sehr kalter. Ich kaufte weiter, hier im Viertel ein, wie immer. Und wegen der Lebensmittel kamen mir allmählich Zweifel, vor allem wegen der Butter, die ungewöhnlich schnell verschwand. Das Brot auch. Manchmal habe ich in der Speisekammer Fleisch und Kuchenreste nicht wiedergefunden, die aber da sein mussten. Hast du das Kotelett gegessen? Ja, Tante, ich hatte Hunger letzte Nacht. Kurzum, ich habe ein bisschen gebraucht, um zu verstehen, was da los war. Wissen Sie, wie es wirklich war? Die ganze Zeit war eine dritte Person in meiner Wohnung ohne mein Wissen. Kein Mann, wohlgemerkt, ein junges Ding. Die, deren Foto man in der Zeitung und die man tot auf der Place Wintimil gefunden hat. Was unter uns gesagt, beweist, dass ich mir zu Recht Sorgen gemacht habe. Menschen wie Ihnen und mir passiert so war schließlich nicht. Sie blieb aufrecht stehen mit dem Rücken zum Fenster, die Hände vor dem flachen Bauch gefaltet. Und ein Wort jagte das nächste, ein Satz den Nächsten wie ein Wasserfall. Ich bin gleich fertig, keine Sorge, ich will Ihnen nicht die Zeit stehen, Sie sind ja vermutlich ein viel beschäftigter Mann. Sie wandte sich ausschließlich Maigret zu. L'Oignon spielte für sie nur nach eine Statistenrolle. Als ich eines Morgens den Haushalt machte, fiel eine Garnrolle runter und rollte unter Janines Bett. Ich bückte mich, um sie aufzuheben, und dann hab ich vielleicht einen Schrei kann ich Ihnen sagen. Möchte nicht wissen, was sie an meiner Stelle getan hätten. Da lag jemand unter dem Bett und sah mich mit Katzenaugen an. Zum Glück war es eine Frau. Das hat mir weniger Angst gemacht. Ich habe für alle Fälle den Schuhhaken geholt und gesagt, raus da! Sie war nicht mal so alt wie Janine, kaum älter als sechzehn. Aber wenn sie glauben, sie hätte geweint oder mich um Entschuldigung gebeten, dann irren sie sich. Sie starrte mich die ganze Zeit an, als ob ich das Ungeheuer wäre und nicht sie. Wer hat sie hier reingelassen? Ich bin eine Freundin von Janine. Ist das ein Grund, sich unter dem Bett zu verstecken? Was machen sie da eigentlich? Ich warte, bis sie aus dem Haus gehen. Um was zu tun, um selbst aus dem Haus zu gehen? Können sie sich das vorstellen, Herr Kommissar? Das ging schon Wochen so, Monate. Sie war zur selben Zeit nach Paris gekommen wie meine Nichte. Die beiden haben sich im Zug kennengelernt. Sie fuhren dritte Klasse. Und da sie nicht schlafen konnten, haben sie die Nacht damit zugebracht, sich ihre kleinen Geschichten zu erzählen. Das Mädchen, das Wochen. Sie hat in irgendeinem Büro eine Stelle gefunden, wo sie Briefmarken aufkleben musste, aber der Chef hat ihr nachgestellt und da hat sie ihm eine Ohrfeige verpasst. Das zumindest hat sie mir gesagt, aber vielleicht stimmt es ja gar nicht. Als sie kein Geld mehr hatte und man sie in der Pension, wo sie schlief, vor die Tür gesetzt hat, ist sie zu Janine gekommen und die hat ihr angeboten ein paar Nächte hier zu schlafen, bis sie eine neue Stelle gefunden hätte. Janine hat nicht gewagt, mit mir darüber zu sprechen. Sie hat ihre Freundin während meiner Abwesenheit in die Wohnung gebracht und bis ich eingeschlafen war, versteckte sich Louise unterm Bett meiner Nichte. Wenn ich die zweite Schicht hatte, musste sie bis halb drei unterm Bett bleiben, da ich dann erst um kneifen, aber die Tante ließ sie nicht aus den Augen und schien für Ironie nicht empfänglich. Kurzum wiederholte sie schon wieder dieses Wort. Megret sah auf die Uhr. Wenn ich sie langweile, keinesfalls, haben sie einen Termin, das hat noch Zeit. Ich bin fertig. Ich will ihnen bloß noch sagen, dass in diesen Monaten alles, was ich gesagt habe, von einer dritten Person mitgehört worden ist, von einer Streunerin, die ich nicht mal kannte und die mich auf Schritt und Tritt ausspionierte. Ich habe mein kleines Leben geführt und geglaubt, für mich zu sein, ohne zu ahnen, haben sie ihrer Mutter geschrieben. Woher wissen sie das? Hat sie es ihnen gesagt? L'Oignon machte ein betretenes Gesicht. Er hatte Mademoiselle Pauré aufgespürt, wahrscheinlich nach vielen Strapazen. Wie viele Regenschauer hatte er abbekommen, ohne auch nur auf den Gedanken zu kommen, sich irgendwo unterzustellen? Migré hatte sein Büro nicht verlassen müssen. Die Hinweise kamen zu ihm, ohne dass es ihm Unannehmlichkeiten bereitete. Nun aber stieß er nicht nur fast zur gleichen Zeit auf die Fährte, sondern schien auch noch mehr zu wissen. Ich habe ihrer Mutter nicht sofort geschrieben. Zuerst habe ich die Kleine hinausgeworfen und ihr eingeschafft, sich nie mehr bei mir blicken zu lassen. Vermutlich hätte ich sie anzeigen können. Wegen Haus Friedensbruch und wegen der Lebensmittel, die sie in diesen Monaten gestohlen hat. Als meine Nichte nach Hause kamen, habe ich ihr den Marsch geblasen. Ich habe ihr gesagt, was ich von ihr und ihren Bekanntschaften halte. Janine taugte kaum mehr als die andere. Das wurde mir klar, als sie mich ein paar Wochen später verlassen hat, um sich ein Hotelzimmer zu nehmen. Mademoiselle hatte das Bedürfnis, frei zu sein, wenn sie verstehen. Um Männer zu empfangen. Sind sie da sicher? Warum sonst sollte sie für ein Zimmer zahlen, wo sie doch hier freie Kost und Klogie hatte? Ich habe sie nach ihrer Freundin gefragt und den Namen und die Adresse der Mutter bekommen. Eine Woche lang habe ich gezögert und ihr dann einen Brief geschrieben, von dem ich eine Kopie da habe. Ich weiß nicht, ob das was gebracht hat. Jedenfalls kann sie nicht behaupten, ich hätte sie nicht gewarnt. Wollen sie die Kopie sehen? Nicht nötig. Sind sie mit ihrer Nichte in Verbindung geblieben, nachdem sie gegangen war? Sie hat mich nie besucht. Nicht mal Neujahrsgrüße hat sie mir geschickt. Vermutlich sind die jungen Leute einfach so. Das Wenige, was ich von ihr weiß, habe ich von meinem Bruder, der auf beiden Augen blind ist. Sie weiß genau, wie sie ihn einwickeln kann. Von Zeit zu Zeit schreibt zu ihm, erzählt ihm, dass sie eine Arbeit hat, bei bester Gesundheit ist und verspricht jedes Mal, dass sie ihn bald besuchen kommt. Sie ist nie nach Lyon zurückgekehrt. Einmal zu Weihnachten. Sie hat keine Geschwister. Sie hatte einen Bruder, der in einem Sanatorium gestorben ist. Kurzum, Megre begann unwillkürlich mitzuzählen. Sie ist volljährig. Vermutlich hat sie meinem Bruder von ihrer Heirat erzählt. Zu mir hat er nichts gesagt. Aus der Zeitung habe ich davon erfahren. Seltsam, dass ihre Freundin genau in der Hochzeitsnacht getötet wurde. Finden sie nicht? Haben die beiden sich weiter gesehen? Woher soll ich das wissen? Wenn sie mich aber nach meiner Meinung fragen, Mädchen wie diese Louise, die geben nicht einfach auf. Wer anderen so auf der Tasche liegt und sich unter Betten versteckt, lässt sich durch nichts abschrecken und dieser Santoni ist wirklich ein reicher Mann. Sie haben ihre Nichte also drei Jahre lang nicht gesehen? Etwas mehr als drei Jahre. Einmal, letztes Jahr im Juli, habe ich sie im Zug gesehen, am Bahnhof Saint-Lazard. Ich bin für einen Tag nach Mont La Jolie gefahren. Es war sehr heiß. Ich hatte Urlaub und Lust auf eine Landpartie. Auf dem Nebengleis stand ein Luxusschnellzug, der, wie man mir sagte, nach Deauville fuhr. In dem Moment, als wir losfuhren, habe ich Janine in einem Abteil entdeckt. Sie hat mit dem Finger auf mich gezeigt. Es saß wohl jemand neben ihr und im letzten Augenblick hat sie mir ironisch zugezwinkert. War sie mit einer Frau unterwegs? Das konnte ich nicht sehen. Ich hatte den Eindruck, dass sie gut gekleidet war. Dieser Zug hatte nur erste Klasse Wagen. Janvier hatte sich wie gewöhnlich Notizen gemacht. Nicht viele, denn dieses Gequassel ließ sich in wenigen Worten zusammenfassen. Als ihre Nichte noch hier lebte, wussten sie damit, wem sie verkehrte. Wenn man sie so hörte, mit niemandem. Es ist schwierig, Vertrauen zu einem Mädchen zu haben, das andere unter ihrem Bett versteckt. Ich danke Ihnen, Mademoiselle. Das ist alles, was sie wissen wollen? Es sei denn, sie hätten weitere Hinweise. Nicht, dass ich wüsste, nein, wenn mir etwas einfällt. Mit Bedauern sah sie die beiden zur Tür gehen. Sie hätte gern noch etwas gesagt. L'Oignon ließ Mégret und Janvier den Vortritt. Als sie auf dem Gehsteig waren, wusste Mégret nicht recht, was er L'Oignon sagen sollte. Es tut mir leid, mein Guter. Wenn ich gewusst hätte, dass sie da sind, das hat keine Bedeutung. Sie haben gute Arbeit geleistet. Wahrscheinlich geht es jetzt schnell voran. Heißt das, dass sie keine Verwendung mehr für mich haben? Das habe ich nicht gesagt. Lucians Frau beobachtete sie durch die Schaufenster des Kräuterladens. Für den Augenblick habe ich keinen Auftrag für sie. Vielleicht ist es ein guter Zeitpunkt, dass sie sich ausruhen und ihre Bronchitis auskurieren. Es ist nur ein Schnupfen. Trotzdem danke. Kann ich sie irgendwo absetzen? Ich nehme die Metro. Er gehörte eben zu denen, die mit der Metro fuhren, noch dazu, da es eben sechs geworden war, eingezwängt in der Menge. Mit dem Wagen fuhren die anderen. Wie sie wünschen. Rufen sie mich an, wenn sie etwas Neues haben. Ich halte sie meinerseits auf dem Laufenden. Als Migret mit Janvier allein im Auto war, seufzte er, der arme Lognon, wäre ich doch erst nach seinem Abgang aufgetaucht. Fahren sie zurück zum K? Nein, setz mich zu Hause ab. Das war ganz in der Nähe. Es blieb ihnen keine Zeit, die neuesten Erkenntnisse zu besprechen. Beide dachten wohl an das sechzehnjährige Mädchen, das von zu Hause weggelaufen war und sich monatelang unter einem Bett versteckt hatte. Die Witwe Cremieux hatte gesagt, sie sei hochmütig gewesen und habe mit niemandem geredet. Rose, das Dienstmädchen der Larche, hatte gesehen, wie sie ganz allein Stunden auf dem Square de la Trinité verbracht hatte. Ganz allein war sie auch zweimal in die Boutique von Mademoiselle Irene gegangen. Ganz allein war sie ins Romeo gegangen und ganz allein schließlich wieder herausgekommen, das Angebot eines Taxifahrers ablehnend, der sie später im Regen die Place Saint-Augustin hatte überqueren und wieder später durch den Faubourg Saint-Honoré hatte gehen sehen. Danach nichts mehr bis auf eine Leiche, die auf dem nassen Pflaster der Place Ventimile lag. Sie hatte weder das Samt-Cape noch die silberne Handtasche bei sich und auch ein Stöckelschuh fehlte. Bis morgen, Chef. Bis morgen, mein Guter. Keine Anweisungen? Janine Arminieu, die jetzige Madame Santoni, konnte man nicht vernehmen, sie war auf Hochzeitsreise in Florenz. Ich erwarte heute Abend einen Anruf aus Nizza. Es gab noch viele Lücken zu füllen. Und irgendwo gab es jemanden, der das Mädchen getötet und es dann zur Place de Mille gebracht hatte. Kapitel 6 Wo von einem merkwürdigen Vater die Rede ist und von Megrets Skrupeln Beim Abendessen erzählte Madame Megret von der Tochter ihrer Etagen Nachbarin, die an diesem Tag zum ersten Mal zum Zahnarzt gegangen war und gesagt hatte, ja, was hatte sie nur gesagt? Megret merkte nicht, dass er nur mit halbem Ohr zuhörte und dabei seine Frau ansah, deren Stimme wie eine angenehme Melodie dahin plätscherte. Plötzlich hielt sie inne und sagte, du lachst ja gar nicht. Du hast recht, das ist sehr lustig. Er war abwesend gewesen, das passierte ihm manchmal. In diesen Momenten sah er die Menschen mit großen, etwas starren Augen an und jene, die ihn nicht gut kannten, wussten nicht, dass sie nur eine Art Wand oder Hintergrund für ihn waren. Madame Megret insistierte nicht und spülte das Geschirr ab, während er sich in seinem Sessel niederließ und seine Zeitung aufschlug. Als der Abwasch erledigt war, hörte man in der Wohnung nur mehr das Rascheln von Papier, wenn Megret gerade eine Seite umschlug und zweimal prasselte draußen Regen nieder. Gegen zehn Uhr, als sie sah, wie er bedächtig die Zeitung zusammenfaltete, hoffte sie schon, dass sie jetzt zu Bett gingen, doch ihr Mann griff sich ein Magazin vom Stapel und begann wieder zu lesen. Also fuhr sie mit ihrer Näharbeit fort und ließ von Zeit zu Zeit einen Satz fallen, um das Schweigen zu füllen. Es war gleichgültig, ob er antwortete oder nicht oder lediglich kurz brummte. So war es noch gemütlicher. In der Wohnung über ihnen hatte man das Radio ausgemacht und war zu Bett gegangen. Wartest du auf etwas? Vielleicht kommt noch ein Anruf. Ferret hatte ihm versprochen, Luises Mutter erneut zu befragen, sobald sie aus Monte Carlo zurück war. Möglicherweise war Ferret durch eine andere Arbeit aufgehalten worden. Am Vorabend des Blumenkorsos dürften sie da unten viel zu tun haben. Später merkte Madame Migret, dass ihr Mann vergaß, umzublättern. Seine Augen waren noch offen. Sie wartete lange, bis sie vorschlug, schlafen zu gehen. Es war nach elf. Migret widersprach nicht. Er nahm das Telefon mit, dass er im Schlafzimmer einstöpselte und auf seinen Nachttisch stellte. Sie zogen sich aus, gingen nacheinander ins Badezimmer und verrichteten ihre kleinen täglichen Figuren und und die anderen, die allmählich aus der Anonymität aufgetaucht waren, um Louise das Geleit zu geben. Der einzige Unterschied zuvorhin lag darin, dass diese anderen jetzt unscharf und grotesk wurden, miteinander verschmolzen und schließlich andere Rollen spielten. Noch später kam es Migret so vor, als würde er Schach spielen. Doch er war so müde und die Partie dauerte schon so lange, dass er die Figuren nicht mehr auseinanderhalten konnte. König und Dame, Läufer und Springer verwechselte und nicht mehr wusste, wo er seine Türme hingestellt hatte. Das war beängstigend, denn sein Chef beobachtete ihn. Die Partie war entscheidend für den Quedessor Fèvre. Sein Gegenspieler war niemand andere als Lognon, der sarkastisch grinste und nur darauf wartete, Migret Schach matt zu setzen. Das durfte nicht geschehen. Das Ansehen des Kays stand auf dem Spiel. Deshalb standen sie alle hinter ihm, deswegen belauerten sie ihn. Lucas, Janvier, der kleine LaPointe, Torrance und andere, die er nicht kannte. Sie haben ihm vorgesagt, sagte Lognon zu einem, der neben Migret stand, aber das macht nichts. Lognon war ganz allein. Niemand half ihm. Was würden die Leute sagen, wenn er gewann? Flüstern sie so viel sie wollen, aber Schummeln ist verboten. Warum dachte er, dass Migret die Absicht hatte, zu schummeln? Sah ihm das ähnlich? Hatte er das jemals getan? Er musste nur seine Dame wiederfinden, die spielbestimmend war, um da raus zu kommen. Am besten, er überprüfte von neuem alle Felder. Sie konnte doch nicht verloren gegangen sein. Das Telefon klingelte, er streckte den Arm aus, es dauerte eine Weile, bis er den Lichtschalter fand. Hier spricht Nizza. Der Wecker zeigte zehn Minuten nach eins. Sind Sie es, Chef? Einen Augenblick verrä. War es falsch, Sie aufzuwecken? Nein, ganz richtig so. Er trank einen Schluck Wasser, dann zündete er seine Pfeife an, die ebenfalls auf dem Nachttisch lag und noch einen Rest Tabak enthielt. Gut, jetzt kannst du loslegen. Ich wusste nicht, was tun. Da ich von dem Fall nicht mehr weiß als das, was in den Zeitungen stand, kann ich schlecht einschätzen, was wichtig ist und was nicht. Hast du Madame Laboin gesehen? Ich komme gerade von ihr. Sie war erst um halb zwölf aus Monte Carlo zurück. Sie lebt in einer Art Pension, wo es offensichtlich fast nur verrückte Alte wie sie gibt. Merkwürdigerweise sind fast alle ehemalige Schauspielerinnen. Es gibt auch eine frühere Zirkusreiterin und die Wirtin hat angeblich früher in der Oper gesungen. Nicht leicht zu erklären, welche Stimmung da herrscht. Niemand war im Bett. Die, die abends nicht im Casino sind, spielen Karten in einem Salon, der wie aus dem vorigen Jahrhundert aussieht. Es ist wie in einem Wachsfiguren Kabinett. Langweile Erele ich sie? Nein. Wenn ich ihnen das alles sage, dann deshalb, weil ich weiß, dass sie sich gern selbst ein Bild machen. Und da sie selbst nicht kommen konnten, erzähl weiter. Erst einmal weiß ich jetzt, wo sie herkommt. Ihr Vater war Volksschullehrer in einem Dorf im Departement Haute-Loire. Mit 18 ist sie nach Paris gegangen und war zwei Jahre lang Statistin im Châtelet-Theater. Am Ende durfte sie auch ein paar Schritte machen in 80 Tagen um die Welt und Michelle Strogoff. Danach war sie in den Folies Berger und schließlich hat sie mit einer Truppe eine kleine Tournee durch Südamerika gemacht, wo sie mehrere Jahre geblieben ist. Es ist unmöglich, von ihr genaue Daten zu bekommen, weil sie ständig alles durcheinander bringt. Sind sie noch da? Ich habe mich nochmals gefragt, ob sie Drogen nimmt. Bei genauem Hinsehen habe ich gemerkt, dass das nicht der Fall ist. Sie ist nicht sehr intelligent und vielleicht auch ein bisschen neben der Spur. War sie jemals verheiratet? Dazu komme ich gleich. Sie war um die 30, als sie begann, in Cabarets in Osteuropa aufzutreten, in Bukarest und Sofia. Das war vor dem Krieg. In Alexandria war sie auch und in Kairo ist sie gleich ein paar Jahre lang geblieben. Bis nach Äthiopien scheint sie gekommen zu sein. Ich musste ihr diese Information einzeln aus der Nase ziehen. Sie war in einen Sessel versunken, tätschelte ihre geschwollenen Beine und dann bat sie mich um Erlaubnis, ihr Korsett abzulegen. Kurzum, das Wort erinnerte Migret an Mademoiselle Poré, Janine Arminiös Tante und dann ihren schier endlosen Monolog. Madame Migret sah ihn aus halb geöffneten Augen an. Mit 38 ist sie dann in Istanbul einem gewissen Van Kram begegnet. Wie war der Name? Julius Van Kram, offenbar ein Holländer. Ihr zufolge sah er aus wie ein echter Gentleman und logierte im Hotel Pera Palace. Migret hatte die Stirn gerunzelt und überlegte angestrengt, woher er diesen Namen kannte. Er war sich sicher, dass er ihn nicht zum ersten Mal hörte. Weißt du, wie alt Van Kram ist? Er war viel älter als sie. Er muss damals über 50 gewesen sein. Was heißt, dass er jetzt an die 70 wäre? Ist er tot? Keine Ahnung. Warten Sie. Ich versuche Ihnen die Dinge der Reihe nach zu erzählen, damit ich nichts vergesse. Sie hat mir ein Foto von sich aus dieser Zeit gezeigt und ich muss zugeben, dass sie eine schöne Frau war. Schon etwas reifer, aber auf angenehme Weise. Was hat Van Kram gemacht? Das scheint sie nicht interessiert zu haben. Er sprach mehrere Sprachen, fließend, vor allem Englisch und Französisch. Deutsch auch. Er war oft zu Gast auf Botschaftsempfänge. Er hat sich wohl in sie verliebt und sie haben eine Zeit lang zusammen gewohnt. Im Pera Palace? Nein, er hatte für sie eine Wohnung nicht weit vom Hotel angemietet. Nehmen Sie es mir nicht übel, wenn ich nicht präziser bin. Wenn Sie wüssten, wie schwierig es war, ihr diese Informationen abzuluchsen. Alle Augenblicke lang unterbrach sie sich, um mir von irgendeiner Frau zu erzählen, die sie in diesem oder jenem Kabarett kennengelernt habe, bis sie dann zu jammern anfing und sagte, ich weiß, dass Sie mich für eine schlechte Mutter halten. Schließlich hat sie mir ein Gläschen Likör angeboten. Wenn sie schon keine Drogen nimmt, dann hängt sie zumindest an der Flasche. Niemals vor dem Casino, hat sie gesagt. Und auch nicht beim Spiel. Aber ein Gläschen danach, zur Entspannung. Sie hat mir erklärt, dass das Spielen die anstrengendste aller Tätigkeiten sei. Na, zurück zu Van Kram. Nach ein paar Monaten merkte sie, dass sie schwanger war. Zum allerersten Mal. Sie konnte es nicht fassen und hat mit ihrem Geliebten gesprochen, in der Annahme, er würde ihr raten, das Kind loszuwerden. War sie dazu bereit? Sie weiß es nicht. Sie spricht davon wie von einem schlimmen Streich, den ihr das Schicksal gespielt hat. Hunderttausend Mal vorher hätte ich schwanger sein müssen, und dann passiert mir das mit 38 Jahren. Van Kram hat nicht aufgemuckt. Ein paar Wochen später hat er ihr einen Heiratsantrag gemacht. Wo haben sie geheiratet? In Istanbul. Und hier wird es kompliziert. Ich glaube, sie war wirklich in ihn verliebt. Er hat sie in irgendein Büro gebracht, und sie hat irgendwelche Papiere unterschrieben und einen Eid geschworen. Als er ihr sagte, jetzt seien sie verheiratet, glaubte sie ihm das. Einige Tage später schlug er ihr vor, nach Frankreich zu ziehen. Zusammen? Ja, sie sind mit einem italienischen Schiff nach Marseille gefahren. Hatte sie einen Pass auf den Namen Van Kram? Nein. Ich habe sie danach gefragt. Angeblich war keine Zeit, den Pass zu ändern. In Marseille haben sie zwei Wochen gelebt, von da sind sie nach Nizza. Dort wurde das Kind geboren. Sie haben im Hotel gelebt. Sie haben eine komfortable Wohnung gemietet, nicht weit von der Promenade des Anglais. Zwei Monate später ist Van Kram losgegangen, um Zigaretten zu holen, und nicht mehr zurückgekommen. Sie hat ihn nie wieder gesehen. Sie hat gar nichts mehr von ihm gehört. Er hat ihr mehrmals geschrieben, von überall, aus London, Kopenhagen, Hamburg, New York, und jedes Mal hat er ihr Geld geschickt. Er hat eine große Summe, manchmal, dann wieder fast nichts. Er bat sie, von sich hören zu lassen, besonders was die Tochter angeht. Hat sie das gemacht? Ja. Postlagern, vermute ich. Ja. Seit dieser Zeit spielt sie. Ihre Tochter wurde größer, ging zur Schule. Sie hat ihren Vater nie gesehen. Sie war zwei Monate alt, als er fortging, und danach ist er wohl nie mehr nach Frankreich zurückgekehrt. Die letzte Postanweisung vor einem Jahr war ziemlich hoch, aber sie hat in einer Nacht alles verspielt. Hat Van Kram sie nie gefragt, wo seine Tochter ist? Weiß er, dass sie nach Paris gegangen ist? Ja, aber ihre Mutter kannte die Adresse des Mädchens nicht. Das ist alles, mein Alter? Fast. Ich hatte den Eindruck, dass sie nicht ganz ehrlich war, als sie behauptete, nichts von den Einnahmequellen ihres Mannes zu wissen. Ach, überhaupt das Wichtigste hätte ich fast vergessen. Als sie vor ein paar Jahren ihren Personalausweis verlängern lassen musste, wollte sie ihn auf den Namen Van Kram umschreiben lassen. Man bat sie um die Heiratsurkunde. Sie zeigte das einzige Stück Papier, das sie besaß, und das war auf Türkisch. Man hat es sorgfältig geprüft, ans türkische Konsulat geschickt und ihr erklärt, das Papier sei wertlos und sie nicht im Geringsten verheiratet. Ist ihr das nahe gegangen? Nein. Nichts geht ihr nahe. Es sei denn, sie sieht ein Dutzend Mal rot kommen, wenn sie gerade ihren Einsatz auf schwarz verdoppelt hat. Wenn man sie so reden hört, denkt man, sie sei nicht ganz von dieser Welt. Na, jedenfalls nicht von unserer. Als ich von ihrer Tochter gesprochen habe, zeigte sie keinerlei Gefühle. Sie hat nur gesagt, ich hoffe für sie, dass sie nicht zu sehr leiden musste. Gehst du jetzt schlafen? Leider nein. Ich muss schnell nach Jules Le Pen, wo sie gerade einen Falschspieler im Casino geschnappt haben. Brauchen Sie mich noch, Chef? Im Moment nicht. Eins noch. Hat sie dir ein Foto ihres Ex-Mannes gezeigt? Ich habe sie danach gefragt. Offenbar besitzt sie nur eins, das sie gegen seinen Willen gemacht hat. Er hasste es nämlich, fotografiert zu werden. Ihre Tochter muss es mit nach Paris genommen haben, denn es ist verschwunden. Danke. Kurz danach legte Mick Ré auf. Anstatt weiter zu schlafen, stand er auf, um sich eine neue Pfeife zu stopfen. Die Witwe Crémieux hatte ihm von einem Porträtfoto erzählt, das ihre Untermieterin in ihrem Portemonnaie verwahrt hatte. Er war mit seinen Gedanken zu sehr bei den Mädchen gewesen, als dass er dem groß Bedeutung beigemessen hätte. Im Pyjama stand er da, die nackten Füße in Pantoffeln. Seine Frau vermied es, nachzufragen. Vielleicht wegen seines Traumes dachte er an Lognon. Hatte er ihn nicht eben erst gesagt, er werde ihn auf dem Laufenden halten? Julius van Gramm konnte alles ändern. Ich rufe ihn morgen früh an, murmelte er vor sich hin. Hast du was gesagt? Nichts. Ich spreche mit mir selbst. Er suchte die Nummer von Grisgramms Wohnung an der Place Constantin-Picœur heraus. Man konnte ihm wirklich nichts vorwerfen. Hallo. Könnte ich bitte Ihren Mann sprechen? Entschuldigen Sie, dass ich Sie geweckt habe, aber ich habe nicht geschlafen. Ich schlafe nachts nie mehr als ein oder zwei Stunden. So war Madame Lognon, bissig und wehleidig. Kommissar Maigret am Apparat. Ich habe Sie an der Stimme erkannt. Ich würde gern kurz mit Ihrem Mann sprechen. Ich dachte, er wäre bei Ihnen. Auf jeden Fall hat er mir gesagt, er würde zur Zeit für Sie arbeiten. Wann ist er aufgebrochen? Gleich nach dem Abendessen. Er hat das Essen hinuntergeschlungen und dann gesagt, dass er wahrscheinlich die ganze Nacht wegbleibt. Er hat Ihnen nicht gesagt, wohin er geht? Das sagt er mir nie. Ich danke Ihnen. Stimmt es, dass er für Sie arbeitet? Doch. Wie kann es dann sein, dass Sie nicht wissen, ich bin nicht zwangsläufig über jeden seiner Schritte informiert? Sie war nicht überzeugt, glaubte, dass er log, um Ihren Mann zu decken und wollte wohl weitere Fragen stellen, aber da hatte er sich schon verabschiedet. Sofort rief er im zweiten Revier an, wo sich ein gewisser Lédon meldete. L'Ognon ist nicht da? Er hat die ganze Nacht noch keinen Fuß ins Büro gesetzt. Ich danke dir. Wenn er kommt, sag ihm, er soll mich zu Hause anrufen. Verstanden, Herr Kommissar. Nun kam ihm ein bösartiger Gedanke. Fast wie in seinem Traum. Es beunruhigte ihn mit einem Mal, dass L'Ognon unterwegs war und man nicht wusste, was er gerade tat. In den Nachtclubs gab es nichts mehr zu tun, die Taxifahrer waren schon befragt worden und auch im Romeo war nichts mehr zu holen. Trotzdem war L'Ognon hinter etwas her. Gab es etwa eine heiße Spur? Maigret war auf seine Kollegen nicht neidisch und noch weniger auf seine Inspektoren. Wenn ein Fall gelöst wurde, schrieb er fast immer ihnen das Verdienst zu. Selten gab er Presseerklärungen ab. Noch am Nachmittag hatte er Lucas damit beauftragt, die am K. akkreditierten Journalisten zu empfangen. Im aktuellen Fall jedoch sah es anders aus. Denn es stimmte, dass L'Ognon wie bei der Schachpartie in seinem Traum allein war, während Maigret die ganze Organisation der Kriminalpolizei zur Verfügung stand, die Unterstützung der mobilen Brigaden und des ganzen Polizeiapparats nicht eingerechnet. Er wurde rot bei diesem Gedanken und war drauf und dran, sich anzuziehen und zum Quai des Orfèvres zu fahren. Dort wartete Arbeit auf ihn. Nun, da er wusste, wer auf dem Foto war, das Louise ihrer Mutter geklaut und sorgfältig aufbewahrt hatte. Seine Frau sah, wie er ins Esszimmer ging, die Anrichter öffnete und sich ein Glas Pflaumenschnaps einschenkte. »Liegst du dich nicht wieder hin?« Eigentlich musste er gehen. Auch sein Instinkt trieb ihn dazu. Wenn er es nicht tat, dann um L'Ognon seine Chance zu geben, um sich selbst für seinen üblen Gedanken zu bestrafen. »Dieser Fall scheint dich zu quälen. Es ist ziemlich kompliziert.« »Merkwürdig übrigens.« Denn bislang hatte er nicht an den Mörder, sondern nur an das Opfer gedacht. Nur auf sie hatte er die Untersuchung ausgerichtet. Endlich wußte man mehr über sie und konnte sich auch dem Mörder zuwenden. Was konnte L'Ognon schon tun? Er sah aus dem Fenster. Der Mond war voll, der Himmel wolkenlos. Es regnete nicht mehr. Die Dächer glänzten. Er leerte seine Pfeife, legte sie schwerfällig wieder ins Bett und umarmte seine Frau. »Weg mich wie immer.« Diesmal schlief er traumlos. Als er im Bett sitzend seinen Kaffee trank, schien die Sonne. L'Ognon hatte nicht angerufen, was bedeutete, dass er nicht in sein Büro gegangen und auch nicht nach Hause zurückgekehrt war. Am Quai des Orfevres ging er zum Rapport, ohne etwas dazu beizutragen, und gleich im Anschluss hoch zum Strafregister. Auf Kilometern von Regalen reihten sich dort die Akten all derjenigen aneinander, die mit dem Gesetz in Konflikt geraten waren. Der Angestellte trug einen grauen Kittel, der ihn wie einen Lagerverwalter aussehen ließ, und die Luft roch nach altem Papier wie in einer öffentlichen Bücherei. »Schaust du mal, ob du etwas auf den Namen Van Kramm hast? Julius Van Kramm?« »Eine neuere Sache. Das kann mehr als zwanzig Jahre her sein.« »Wollen Sie warten?« Maigret setzte sich. Zehn Minuten später brachte ihn der Angestellte eine Akte, aber es handelte sich um einen Josef Van Kramm, Versicherungsangestellter in Paris, Rüde Grenell, vor zwei Jahren wegen Urkundenfälschung verurteilt und erst 28 Jahre alt. Keine anderen Van Kramms. Nur ein Van Kramm mit K und zwei M und der ist vor 24 Jahren in Köln gestorben. Es gab unten noch weitere Akten, die nicht nur Verurteilte betrafen, sondern alle, mit denen die Polizei irgendwann einmal befasst gewesen war. Auch dort fand man nur den Versicherer Van Kramm und den Van Kramm aus Köln. Nachdem er die Liste der internationalen Ganoven studiert und diejenigen gestrichen hatte, die nicht im Nahen Osten gelebt hatten und deren Alter nicht zu dem von Madame Labouins Ehemann passte, hielt Maigret schließlich nur einige wenige Karteikarten in der Hand, von denen eine die Notiz trug, Hans Ziegler alias Ernst Marek, John Donnelly, Joy Hogan, Jean Lemke, richtiger Name und Herkunft unbekannt, auf Trickdiebstähle spezialisiert, spricht fließend französisch, englisch, deutsch, niederländisch, italienisch und spanisch, etwas polnisch. Die Prager Polizei hatte vor 30 Jahren die Fotografie eines Hans Ziegler verbreitet, der mithilfe eines Komplizen eine erhebliche Geldsumme ergaunert hatte. Hans Ziegler gab an, aus München zu stammen und trug einen blonden Schnurrbart. In London war derselbe Mann unter dem Namen John Donnelly bekannt, geboren in San Francisco. In Kopenhagen war er als Ernst Marek verhaftet worden. Andernorts fand man ihn unter weiteren Identitäten, Joy Hogan, Jules Stieb, Karl Spangler. Auch sein Aussehen veränderte sich mit den Jahren. Anfangs war er ein großer, schlanker Mann, trotz eines kräftigen Knochenbaus. Nach und nach wurde er fülliger und strahlte gleichzeitig eine gewisse Würde aus. Er war eine elegante Erscheinung, kleidete sich vornehm. In Paris lebte er in einem großen Hotel auf den Champs Elysees, in London, im Savoy. Überall verkehrte er in den besten Kreisen. Und überall wandte er eine Methode an, die andere ausgeklügelt hatten, er aber brillant verfeinert. Sie arbeiteten zu zweit, doch von seinem Komplizen wusste man nichts, außer, dass er jünger war und mit einem mitteleuropäischen Akzent sprach. Ihre Opfer fanden sie in edlen Bars, betuchte Männer, bevorzugt industrielle oder Kaufleute aus der Provinz. Nachdem man gemeinsam ein paar Gläser getrunken hatte, klagte Jean Lembke, Jules Stieb oder Jean Donnelly über mangelnde Ortskenntnisse. Ich muss unbedingt einen vertrauenswürdigen Mann finden, sagte er. Man hat mich mit einer Mission beauftragt, die mir Schwierigkeiten macht, und ich frage mich, wie ich sie zu einem guten Ende bringen kann. Ich habe große Angst, hereingelegt zu werden. Der weitere Ablauf variierte. Aber das Prinzip blieb immer gleich. Eine alte, sehr reiche Dame, am besten, wenn es sich in Europa abspielte, eine Amerikanerin, habe ihm eine bedeutende Summe überlassen, die an eine Reihe verdienter Persönlichkeiten ausgeschüttet werden solle. Er habe das Geld in Scheinen oben auf seinem Zimmer. Doch wie sollte er in einem ihm fremden Land diese Persönlichkeiten finden? Ach ja, die alte Dame habe noch hinzugefügt, dass ein Teil der Summe, ein Drittel zum Beispiel oder ein Viertel, ausgegeben werden könne, um die Kosten zu decken. Ob ihr neuer Freund, denn er sei doch ein Freund und auch ein Ehrenmann, nicht wahr, ihm helfen würde? Besagtes Drittel würde natürlich mit ihm geteilt. Das gäbe ein schönes Sümmchen. Er sei leider gezwungen, Vorsicht walten zu lassen, gewisse Garantien zu verlangen. Wenn sein neuer Freund also eine gewisse Summe hinterlegen könnte, um seinen guten Willen zu zeigen, warten Sie einen Augenblick oder besser, kommen Sie doch mit in mein Zimmer. Dort waren die Banknoten. Sie füllten in beeindruckenden Bündeln einen Aktenkoffer. Wir nehmen Sie mit, gehen bei Ihrer Bank vorbei, wo Sie das Geld abheben. Die Bank war immer eine andere. Wir deponieren alles auf meinem Konto und ich gebe Ihnen den Aktenkoffer, dessen Inhalt Sie nur noch verteilen müssen, nachdem Sie sich Ihren Anteil genommen haben. Im Taxi lag der Koffer zwischen Ihnen. Das Opfer hob sein Geld ab. Vor seiner eigenen Bank, in der Regel eine Großbank in der Innenstadt, gab Lemke alias Dieb alias Ziegler den Koffer in die Obhut seines Kompagnons. Bin gleich wieder da. Er eilte mit dem Geld seines Opfers davon, das ihn nie wieder sah, aber rasch bemerkte, dass die Geldbündel, abgesehen von denen, die oben auflagen, bloßes Zeitungspapier waren. Wenn er verhaftet wurde, hatte er meistens nichts Kompromittierendes bei sich. Das Diebesgut war verschwunden, mitgenommen von einem Komplizen, dem er es in der Menschenmenge in der Bank übergeben hatte. Eine Akte nur, übermittelt von der dänischen Polizei, enthielt einen Zusatz. Ungesicherten Informationen zufolge soll es sich in Wirklichkeit um einen Holländer namens Julius van Kramm handeln, geboren in Groningen. Als Sohn aus gutem Haus hat van Kramm ungefähr im Alter von 22 Jahren in einer Amsterdamer Bank gearbeitet, der sein Vater vorstand. Er sprach schon damals mehrere Sprachen, hatte eine hervorragende Ausbildung erhalten und war Mitglied im Yachtclub von Amsterdam. Zwei Jahre später verschwand er und einige Wochen später bemerkte man, dass er einen Teil der Bankeinlagen hatte mitgehen lassen. Leider war es unmöglich, an Fotos von diesem van Kramm zu kommen. Fingerabdrücke lagen ebenfalls keine vor. Beim Abgleich der Daten machte Mégret eine weitere interessante Entdeckung. Im Gegensatz zu den meisten Verbrechern und Betrügern arbeitete der Mann selten zweimal hintereinander. Er brauchte Wochen, manchmal Monate, um einen Coup vorzubereiten. Jedes Mal ging es dabei um eine beträchtliche Summe. In der Regel dauerte es Jahre, bis er wieder auftauchte, am anderen Ende der Welt und sein Spiel spielte mit dem gleichen Geschick und der gleichen Perfektion. Hieß das nicht, »Ich glaube, dass du eine Reihe von Telegrammen aufgibst. Zuvor schickst du jemanden zur Witwe Cremieux in der Rue de Clichy, um dich zu vergewissern, dass dieser Mann wirklich der ist, dessen Foto sie in der Tasche ihrer Untermieterin gesehen hat.« Er reichte ihm die Liste der Länder, in denen der Mann gearbeitet hatte, zusammen mit den Namen, unter denen er dort bekannt gewesen war. »Du telefonierst auch mit Ferré in Nizza, damit er noch einmal zu Madame Laboine geht und versucht, Datum und Herkunft der Überweisungen herauszubekommen, die sie erhalten hat. Ich bezweifle, dass sie die Belege aufbewahrt hat, aber den Versuch ist es wert.« Plötzlich hielt er inne. »Nichts Neues von Lognon?« »Sollte er sich melden?« »Ich weiß nicht.« »Rufst du in seiner Wohnung an? Er bekam Madame Lognon an die Strippe. »Ist Ihr Mann jetzt zu Hause?« »Nein.« »Wissen Sie immer noch nicht, wo er ist?« Sie machte sich Sorgen, und auch er begann, sich Sorgen zu machen. »Vermutlich hat ihn seine Beschattung von Paris weggeführt.« Er sprach für alle Fälle von Beschattung und musste Madame Lognons Beschwerden über sich ergehen lassen, die sich darüber beklagte, »Dass man ihrem Mann immer die undankbarsten und gefährlichsten Aufgaben zumute.« Sollte er antworten, dass Lognon jedes Mal, wenn er in Schwierigkeiten geraten war, auf eigene Faust gehandelt hatte und in den meisten Fällen gegen die Anweisungen, die er erhalten hatte? Er war derart darauf versessen, sich auszuzeichnen, dass er mit gesenktem Kopf losstürmte, in dem Glauben, es endlich allen zu zeigen. Man wusste um seinen Wert, nur er kannte ihn nicht. Maigret rief im zweiten Revier an, wo man nichts Neues von Grießkram wusste. »Hat ihn niemand in der Nähe gesehen?« »Nicht, dass ich wüsste.« Nebenan gab Lucat, der einen Inspektor in die Rue de Clichy geschickt hatte, seine Telegramme durch. Jean Vier, der im Türrahmen stand, wartete, bis Maigret auflegte, um ihn nach Anweisungen zu fragen. »Ich glaube, Kommissar Priolet möchte Sie sprechen. Er kam vorhin vorbei, aber Sie waren nicht in Ihrem Büro.« »Ich war oben.« Maigret ging zu Priolet, der gerade einen Drogenhändler mit zusammengekniffenen Nasenlöchern und rot unterlaufenen Augen vernahm. »Ich weiß nicht, ob dich das noch interessiert. Vielleicht hast du die Information schon. Man hat mir heute Morgen gesagt, dass Janine Arminieu ziemlich lange in der Rue de Pontieu gewohnt hat. Weißt du die Hausnummer? Nein, es ist nicht weit von der Rue de Berry, und im Erdgeschoss gibt es eine Bar. »Ich danke dir.« »Nichts von Santoni?« »Nichts.« »Ich denke nicht, dass wir ihm irgendwas vorwerfen können, und er wird wohl in Florenz seine perfekte Liebe ausleben.« Jean Vier wartete in Maigrets Büro. »Nimm deinen Hut und deinen Mantel.« »Wohin gehen wir?« »In die Rue de Pontieu.« Wahrscheinlich würde er noch mehr über seine Tote erfahren. Sie blieb an allererster Stelle in seinen Gedanken. Aber da war dieser verfluchte Lognon, der anfing, eine wichtige Rolle zu spielen, und leider wusste man nichts über diese Rolle. Derjenige, der gesagt hat, gut Ding braucht Weile, hatte verdammt noch mal recht, murmelte der Kommissar, als er sich seinen Mantel überwarf. Es war nicht sehr wahrscheinlich, dass Grießkram immer noch durch die Straßen ging, von einer Adresse zur nächsten. Um fünf Uhr am Tag zuvor hatte er noch keine Spur gehabt, soweit man das beurteilen konnte, was bei ihm schwierig war. Er war zum Abendessen nach Hause gegangen und gleich danach wieder aufgebrochen. Bevor Migré losging, streckte er den Kopf ins Inspektorenbüro. Einer soll für alle Fälle die Bahnhöfe abklappern und sich vergewissern, dass Lognon nicht den Zug genommen hat. Um zum Beispiel jemanden zu verfolgen. Das war möglich. Dann hatte er vielleicht keine Gelegenheit gehabt, im Quai oder in seinem Büro anzurufen. Auf jeden Fall enthielt er ihnen etwas vor. Gehen wir, Chef? Ja. Migré war schlecht gelaunt und ließ den Wagen an der Plastophin halten, um sich ein Glas zu genehmigen. Nein, er war nicht neidisch auf Lognon. Wenn der den Mörder von Louise Laboine fand, umso besser. Wenn er ihn festnahm, bravo. Aber zum Teufel, er hätte von sich hören lassen können. Kapitel 7 Wo ein Inspektor vorprescht und ein Mädchen dem Schicksal begegnet. Während Janvier das Haus betrat, um Erkundigungen einzuholen, blieb Migré auf dem Gehsteig stehen, die Hände in den Taschen, und sagte sich, dass die Rue de Pontieux ein wenig wie die Hinterbühne des Champs-Élysées war oder wie der Dienstboteneingang. So gehört zu jeder Pariser Schlagader eine schmale, belebte Straße, in der es kleine Bars, Lebensmittelläden, Restaurants für die Taxifahrer, billige Hotels, Friseure und Kleingewerbe gab. Er wollte gerade eine Weinhandlung betreten, als Janvier wieder auftauchte. Hier ist es, Chef! Schon im ersten Haus hatten sie einen Treffer gelandet. Die Pferdnerloge war nicht heller als die meisten Logen in Paris, doch die Concierge war jung und appetitlich. Ein Baby tollte in einem Laufstall aus lackiertem Holz. Sind Sie auch von der Polizei? Warum auch? Weil gestern Abend schon jemand von der Polizei da war. Ich wollte gerade schlafen gehen. Ein kleiner Mann, der so traurig aussah, dass ich erst dachte, die Frau sei ihm gestorben. Aber er war bloß erkältet. Es war schwierig, bei dieser Beschreibung von Grießkram nicht zu grinsen. Um wie viel Uhr war das? Gegen zehn. Ich war im Begriff, mich hinter dem Paravor auszuziehen und musste ihn warten lassen. Kommen Sie wegen derselben Sache? Ich vermute, er hat sie wegen Mademoiselle Arminieu befragt. Und wegen ihrer Freundin, die, die man umgebracht hat. Haben Sie sie auf dem Foto in der Zeitung wiedererkannt? Ich glaube, ja. War sie ihre Mieterin? Nehmen Sie doch Platz, Monsieur. Ich muss dem Kleinen nur rasch etwas zu essen machen. Wenn Ihnen zu warm ist, legen Sie einfach Ihren Mantel ab. Jetzt fragte sie, Sie gehören nicht zur selben Abteilung wie der von gestern? Ich weiß nicht, warum ich Sie das frage, geht mich ja nichts an. Wie ich Ihren Kollegen schon gesagt habe, war die eigentliche Mieterin, auf deren Namen die Wohnung lief, Mademoiselle Arminieu. Mademoiselle Janine, wie ich sie nannte. Jetzt ist sie verheiratet, stand in den Zeitungen. Wissen Sie das? Mickre nickte. Hat sie lange bei Ihnen gewohnt? Ungefähr zwei Jahre. Als sie ankamen, war sie noch blutjung und ziemlich naiv. Sie hat mich oft um Rat gefragt. Hat sie gearbeitet? Damals war sie Schreibkraft in einem Büro, nicht weit von hier. Wo genau, weiß ich nicht. Sie hat die kleine Wohnung in der dritten Etage genommen, die zum Hof hinausgeht, aber hübsch ist. Ihre Freundin hat nicht bei ihr gewohnt? Doch. Aber wie ich Ihnen gesagt habe, war sie es, die die Miete zahlte, und der Mietvertrag lief auf ihren Namen. Sie sprach begierig, was ihr umso leichter fiel, als sie diese Informationen schon am Abend zuvor weitergegeben hatte. Ich weiß schon vorher, was Sie mich fragen werden. Vor ungefähr einem halben Jahr sind Sie weggezogen. Genauer gesagt, Mademoiselle Janine war die Erste. Ich dachte, die Wohnung lief auf ihren Namen. Ja. Es war fast Monatsende, drei oder vier Tage vorher, als ich Mademoiselle Janvier eines Abends auf den Platz setzte, wo Sie jetzt sind, und verkündete, ich habe genug, Madame Marcel. Diesmal beende ich die Sache wirklich. Maigret fragte nach. Welche Sache? Das mit ihrer Freundin Louise. Sie vertrugen sich nicht mehr? Genau das will ich Ihnen ja erklären. Mademoiselle Louise ist nie auf einem Plausch stehen geblieben, und alles, was ich von ihr weiß, habe ich von ihrer Freundin. Also nur aus zweiter Hand. Am Anfang dachte ich, dass sie Schwestern sind oder Cousinen oder Schulfreundinnen. Später hat Mademoiselle Janine mir gesagt, dass sie sich erst zwei oder drei Monate vorher im Zug begegnet waren. Sie mochten sich nicht? Ja und nein, schwer zu sagen. Ich habe viele Mädchen in diesem Alter kommen und gehen sehen. Wir haben zurzeit noch zwei, die im Lido tanzen, und eine, die Maniküre im Clarity macht. Die meisten erzählen mir ihre kleinen Erlebnisse. Nach ein paar Tagen war das auch bei Mademoiselle Janine so, aber die andere, Louise, die hat sich einem nie anvertraut. Lange habe ich gedacht, dass sie hochmütig ist, aber ich glaube, sie war einfach schüchtern. Schauen Sie, wenn diese jungen Dinger nach Paris kommen und sich unter den Millionen von Menschen verloren fühlen, dann blöffen die einen, schneiden auf, reden laut, und die anderen verschließen sich. Mademoiselle Janine gehörte eher zur ersten Sorte. Nichts machte ihr Angst. Sie ging fast jeden Abend aus. Nach ein paar Wochen kam sie um zwei oder drei Uhr morgens nach Haus. Da wusste sie schon, wie man sich kleidet. Und nach drei Monaten hörte ich, wie sie nachts mit einem Mann hochging. Das ging mich nichts an. Es war ja ihre eigene Wohnung. Wir sind hier keine Familienpension. Alle haben ein eigenes Zimmer? Ja, selbstverständlich. Louise musste dennoch alles mit anhören und am Morgen warten, bis der Mann weg war, bevor sie ihre Toilette machen oder in die Küche gehen konnte. Gab es deswegen Streit? Ich bin mir nicht sicher. In zwei Jahren passiert viel und ich habe 22 Mieter im Haus. Ich konnte doch nicht vorhersehen, dass eine von ihnen umgebracht wird. Was macht ihr Mann? Er ist Oberkellner in einem Restaurant an der Place des Thermes. Es stört sie doch nicht, wenn ich den Kleinen füttere. Sie setzte ihn auf seinen Stuhl und fing an, ihn Löffelchen für Löffelchen zu füttern, ohne dabei den Faden zu verlieren. Ich habe das alles gestern Ihren Kollegen erzählt, der sich Notizen gemacht hat. Wenn Sie meine Meinung hören wollen, diese Mademoiselle Janine, die wusste ganz genau, was sie wollte und tat alles dafür. Sie ging nicht mit irgendjemandem aus. Die meisten Männer, die hier zu ihr kamen, hatten ein Auto, das ich am Morgen sah, wenn ich die Mülleimer herausstellte. Sie waren nicht unbedingt jung, aber auch nicht alt. Was ich Ihnen klar machen will, da ging es nicht nur ums Vergnügen. Wenn sie mir Fragen stellte, wusste ich immer, worauf sie hinaus wollte. Wenn sich jemand zum Beispiel mit ihr in einem Restaurant verabredet hat, das sie nicht kannte, wollte sie unbedingt wissen, ob das auch ein schickes Restaurant war, was man anziehen müsse, wenn man dorthin ging und so weiter. Sie hat kein halbes Jahr gebraucht, um eine gewisse Gegend wie ihre Westentasche zu kennen. Ihre Freundin hat sie nie begleitet, nur ins Kino. Wie hat Louise ihre Abende verbracht? Meistens ist sie oben geblieben. Manchmal hat sie eine Runde gedreht, aber nie eine große. Als ob sie Angst hätte. Sie war etwa im gleichen Alter, aber im Vergleich zu der anderen war Louise noch ein kleines Mädchen. Was Mademoiselle Janine manchmal aufbrachte. Einmal hat sie zu mir gesagt, hätte ich im Zug doch bloß geschlafen, statt mit ihr zu plaudern. Dennoch bin ich sicher, dass sie vor allem am Anfang nicht traurig darüber war, mit jemandem sprechen zu können. Vielleicht ist ihnen aufgefallen, dass die Mädchen, die in Paris ihr Glück suchen, fast immer zu zweit unterwegs sind. Aber mit der Zeit können sie sich immer weniger ausstehen. Was bei den beiden umso schneller ging, weil Mademoiselle Louise sich nicht eingewöhnte und nie mehr als ein paar Wochen an einem Arbeitsplatz blieb. Sie besaß kaum Bildung. Anscheinend machte sie Rechtschreibfehler, was es unmöglich machte, dass sie in einem Büro arbeitete. Wenn sie irgendwo als Verkäuferin angestellt war, passierten ihr ständig Missgeschicke. Oder der Chef oder ein Abteilungsleiter versuchten sie ins Bett zu kriegen. Anstatt denen zu sagen, dass sie nicht so eine war, geriet sie außer sich, ohrfeigte sie oder rauschte Türen schlagend davon. Einmal gab es Diebstähle in einem der Geschäfte und man hat sie verdächtigt, obwohl sie sicher unschuldig war. Das alles hat mir natürlich ihre Freundin erzählt. Ich für meinen Teil weiß nur, dass es Zeiten gab, in denen Mademoiselle Louise nichts arbeitete und später als üblich aus dem Haus ging, um Adressen aus den Kleinanzeigen aufzusuchen. Haben sie auf ihrem Zimmer gegessen? Fast immer. Außer wenn Mademoiselle Janine mit Freunden außer Haus gegessen hat. Im letzten Jahr haben beide eine Woche zusammen in Deauville verbracht. Genauer gesagt, sie sind zusammen losgefahren, aber die Kleine, ich meine Louise, ist ein paar Tage früher zurückgekommen. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Eine Zeit lang haben sie nicht miteinander gesprochen, obwohl sie weiter in derselben Wohnung gelebt haben. Hat Louise Post bekommen? Nie persönliche Briefe. Erst habe ich sogar gedacht, dass sie ein Waisenkind ist. Ihre Freundin hat mir gesagt, dass sie eine halbverrückte Mutter hat, die im Midi lebt und sich nicht um sie kümmert. Von Zeit zu Zeit, wenn Mademoiselle Louise sich auf Anzeigen hin beworben hat, bekam sie Briefe auf Firmenbriefpapier, und ich wusste, was das bedeutete. Und Janine? Alle zwei oder drei Wochen einen Brief aus Lyon. Von ihrem Vater, der da als Witwer lebt. Und dann vor allem Rohrpostbriefe, wo es um Rendezvous ging. Ist es lange her, dass Janine ihnen gesagt hat, dass sie ihre Freundin loswerden will? Vor mehr als einem Jahr hat sie davon angefangen, vielleicht auch schon vor anderthalb Jahren, immer, wenn sie sich gerade gestritten hatten oder Louise wieder mal ihre Arbeitsstelle verloren hatte. Janine sagte dann, wenn ich daran denke, dass ich von meinem Vater weggegangen bin, um frei zu sein und ich mir jetzt diese Zicke aufgeheizt habe. Am nächsten oder übernächsten Tag war sie aber wieder glücklich, sie zu sehen. Davon bin ich überzeugt. Das ist wie in einer Ehe. Sie sind doch bestimmt auch verheiratet. Und vor einem halben Jahr hat Janine Arminieu gekündigt? Ja. Sie hatte sich zuletzt sehr verändert. Sie zog sich besser an, teurere Sachen also, verkehrte in Kreisen, die eine Klasse besser waren als früher. Sie bekam Blumen, feine Pralinen. Da war mir alles klar. Eines Abends kam sie in die Loge und sagte, diesmal, Madame Marcel, gehe ich wirklich. Ich habe nichts gegen das Haus, aber ich kann nicht ewig mit diesem Mädchen zusammenleben. Sie wollen doch nicht etwa heiraten, habe ich gescherzt. Sie hat nicht gelacht, nur gemurmelt, nicht sofort. Das erfahren sie dann aus der Zeitung. Sie muss Monsieur Santoni bereits gekannt haben. Sie war sich ihrer Sache sicher, und ihr feines Lächeln sprach Bände. Ich habe weiter gescherzt. Laden Sie mich zur Hochzeitsfeier ein? Das kann ich Ihnen nicht versprechen, aber ich werde Ihnen ein schönes Geschenk schicken. Hat sie das gemacht? fragte McRae. Noch nicht, aber vielleicht tut sie es ja noch. Sie hat immer ihre Ziele erreicht und jetzt verbringt sie die Flitterwochen in Italien. Um auf jenen Abend zurückzukommen, sie hat mir gesagt, dass sie fortgehen würde, ohne ihrer Freundin Bescheid zu geben und es so einrichten würde, dass die sie nicht findet. Sonst würde die sich wieder an sie hängen. Und genau so war es dann. Als Louise einmal fort war, hat sie ihre zwei Koffer genommen und sich aus dem Staub gemacht. Nicht mal ihre Adresse hat sie dagelassen. Ich komme dann ab und an vorbei, um meine Post zu holen, hat sie gesagt. Haben sie sie wieder gesehen? Drei oder vier Mal. Der Mietvertrag lief ja noch ein paar Tage. Am letzten Morgen kam Mademoiselle Louise zu mir, um mir zu erklären, dass sie das Haus verlassen müsse. Ehrlich gesagt, hatte ich Mitleid mit ihr. Sie weinte nicht. Ihre Lippen zitterten, als sie mit mir sprach, und ich spürte, wie ratlos sie war. Sie hatte nur einen kleinen blauen Koffer. Ich habe sie gefragt, wohin sie gehen würde, und sie hat mir geantwortet, dass sie das nicht wüsste. Wenn sie noch ein paar Tage bleiben wollen, habe ich gesagt, bis ich einen Mieter gefunden habe. Danke vielmals, aber ich möchte lieber nicht. So war sie. Ich sah, wie sie fortging, ihren kleinen Koffer in der Hand, und als sie um die Straßenecke bog, wollte ich sie zurückrufen und ihr etwas Geld geben. Hat sie sie auch besucht? Ja, aber nicht, um mich zu sehen, sondern um nach der Adresse ihrer Freundin zu fragen. Ich habe ihr gesagt, dass ich die nicht kenne. Das hat sie mir sicher nicht geglaubt. Warum wollte sie sie finden? Wahrscheinlich, um sich wieder mit ihr zu vertragen, oder um sie um Geld anzugehen. Es ging ihr schlecht. Das sah man schon an ihrer Kleidung. Wann war sie das letzte Mal hier? Vor etwas mehr als einem Monat. Ich las gerade die Zeitung. Ich hätte wohl nicht machen sollen, was ich dann gemacht habe. Wo sie wohnt, weiß ich nicht, habe ich ihr gesagt. Aber auf den Lokalseiten steht was über sie. Was stimmte? Da stand, Marco Santoni, der Wermutkönig, verbringt jeden Abend im Maxims mit dem entzückenden Mannequin Janine Armenieu. Migré sah Janvier an, der begriffen hatte. Einen Monat vorher war Louise Laboorn zum ersten Mal in die Rue de Douai gegangen, um sich bei Mademoiselle Irène ein Abendkleid auszuleihen. Wollte sie da ins Maxims gehen, um ihre Freundin zu treffen? Wissen Sie, ob Sie sich im Maxims begegnet sind? Sie haben sich nicht gesehen. Mademoiselle Janine kam ein paar Tage später und als ich sie danach gefragt habe, hat sie angefangen zu lachen. Wir speisen oft im Maxims, aber doch nicht jeden Abend, hat sie mir gesagt. Überdies bezweifle ich, dass man die arme Louise hineingelassen hätte. Migré fragte nach. Das alles haben Sie gestern Abend auch dem Inspektor gesagt. Vielleicht nicht mit so vielen Einzelheiten, weil ich mich erst seitdem an manche erinnere. Haben Sie ihm sonst noch etwas gesagt? Migré versuchte herauszufinden, was von dem, das er soeben erfahren hatte, L'Ognon auf eine Spur hatte bringen können. Gestern Abend um zehn war er in derselben Fahrtnerloge gewesen und seither hatte man nichts mehr von ihm gehört. Darf ich rasch meinen Sohn zu Bett bringen? Sie machte sein Gesicht sauber, wechselte ihm auf dem Tisch die Windeln und ging mit ihm in eine Art Alkoven, wo man sie zärtlich flüstern hörte. Als sie zurückkam, wirkte sie etwas besorgt. Jetzt frage ich mich, ob das, was geschehen ist, nicht meine Schuld ist. Wenn diese Mädchen nur nicht so geheimnisvoll tun würden, dann wäre alles so einfach. Dass Mademoiselle Janine mir keine Adresse da lässt, um nicht von ihrer Freundin belästigt zu werden, verstehe ich. Aber die andere, Mademoiselle Louise, hätte mir doch ihre geben können. Vor zehn Tagen etwa, genau weiß ich es nicht, kam ein Mann vorbei und fragte mich, ob eine gewisse Louise Laboine hier wohnen würde. Ich habe das verneint und gesagt, dass sie vor mehreren Monaten ausgezogen ist, aber noch in Paris lebt und dass ich ihre Adresse nicht kenne, sie mich aber manchmal besuchen kommt. Was für ein Mann war das? Ein Ausländer? Seinem Akzent nach glaube ich, dass er Engländer oder Amerikaner war. Weder reich noch elegant. Ein mageres Männchen, das, denken Sie nur, ein wenig dem Inspektor von gestern gleich sah. Keine Ahnung, warum er mich an einen Clown erinnerte. Er kam mir entmutigt vor und fragte nach, ob ich glauben würde, sie bald wiederzusehen. Vielleicht morgen, vielleicht in einem Monat, habe ich ihm geantwortet. Ich hinterlasse ihr eine Nachricht, hat er gesagt, sich an den Tisch gesetzt, nach Papier und einem Umschlag gefragt und mit einem Bleistift zu schreiben begonnen. Ich habe den Brief in ein leeres Fach gelegt und nicht mehr daran gedacht. Als er drei Tage später wiederkam, war der Brief immer noch da und er sah noch enttäuschter aus. Ich kann nicht lange warten, hat er zu mir gesagt. Ich muss bald abreisen. Ich habe ihn gefragt, ob es wichtig ist und er hat geantwortet, für sie schon, sehr wichtig. Er hat den Brief wieder an sich genommen und etwas dazu geschrieben, wobei er sich Zeit ließ, als ob er gezwungen wäre, eine Entscheidung zu treffen. Schließlich reichte er ihn mir mit einem Seufzen. Sie haben ihn nicht wieder gesehen. Nur noch am nächsten Tag. Drei Tage später kam Mademoiselle Janine zu Besuch. An dem Nachmittag hat sie mir ganz aufgeregt verkündet, Sie werden bald von mir in den Zeitungen lesen. Sie hatte gerade hier im Viertel Einkäufe gemacht und war beladen mit kleinen Päckchen aus den besten Häusern. Ich habe ihr von dem Brief für Mademoiselle Louise erzählt und von dem mageren Männchen. Wenn ich nur wüsste, wo sie ist, habe ich gesagt. Und sie schien nachzudenken. Vielleicht tun sie besser dran, den Brief mir zu geben, hat sie schließlich gesagt. Wenn sie aus den Zeitungen erfährt, wo ich bin, ich habe gezögert und dann gedacht, dass sie wohl recht hat. Sie haben ihr den Brief gegeben? Ja. Sie hat sich den Umschlag angesehen und ihn in ihre Tasche gesteckt. Beim Hinausgehen hat sie mir noch zugerufen. Bald werden sie ihr Geschenk bekommen, Madame Marcel. Maigret schwieg und starrte mit gesenktem Kopf zu Boden. Mehr haben sie dem Inspektor nicht gesagt? Nein. Ich überlege noch. Nein. Ich weiß nicht, was ich noch hätte sagen können. Seitdem ist Louise nicht wiedergekommen. Nein. Sie wusste nicht, dass ihre ehemalige Freundin einen Brief für sie hatte. Von mir weiß sie es jedenfalls nicht. Binnen einer Viertelstunde hatte Maigret gerade mehr erfahren, als er gehofft hatte. Nur endet die Spur plötzlich. Er dachte an Lognon. Mehr noch als an Louise Laboine, als ob Grisgra mit einem Mal die Hauptrolle übernommen hätte. Er war hier gewesen, hatte sich die gleiche Geschichte angehört. Danach war er von der Bildfläche verschwunden. Ein anderer, der wusste, was er wusste, hätte Maigret angerufen, um ihm alles zu sagen und Anweisungen zu erbeten. Nicht so Lognon. Er wollte die Sache unbedingt allein zu Ende bringen. Sie wirken besorgt, bemerkte die Concierge. Ich nehme an, der Inspektor hat nichts zu Ihnen gesagt. Keine Andeutung gemacht. Nein. Er hat mir zum Abschied gedankt und ist nach rechts in die Straße abgebogen. Was blieb zu tun, außer ihr ebenfalls zu danken und zu gehen? Ohne ihn zu fragen, nahm Maigret Janvier mit in das Bistro, das ihm zuvor aufgefallen war, bestellte zwei Pernod und trank seinen schweigend aus. Ruf bitte im Zweiten an und frag, ob Sie was von ihm gehört haben und danach seine Frau für den Fall, dass man im Büro nichts weiß und stell auch sicher, dass er keine Verbindung zum Quai aufgenommen hat. Als Janvier aus der Telefonkabine kam, trank Maigret langsam seinen zweiten Aperitif. Nichts! Ich sehe nur eine Erklärung. Er hat in Italien angerufen. Werden Sie das auch tun? Ja. Im Büro bekommen wir schneller eine Verbindung. Als sie ankamen, waren fast alle zum Mittagessen ausgeflogen. Maigret ließ sich eine Hotelliste von Florenz geben, wählte die luxuriösesten aus und erfuhr beim dritten Hotel, dass die Santonis dort abgestiegen waren. Sie hatten ihr Zimmer vor einer halben Stunde verlassen, um essen zu gehen. Er erreichte sie im Restaurant. Er hatte Glück. Der Oberkellner hatte eine Weile in Paris gearbeitet und konnte etwas Französisch. Würden Sie Monsieur Santoni bitten, ans Telefon zu kommen? Dann eine aggressive Männerstimme. Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie mir sagen würden, was das alles bedeuten soll. Wer ist am Apparat? Markus Santoni. Letzte Nacht weckt man uns unter dem Vorwand, dass die Pariser Polizei eine dringende Auskunft benötige. Und heute verfolgen sie uns bis ins Restaurant. Ich bitte um Entschuldigung, Monsieur Santoni. Hier spricht Kommissar Maigret von der Kriminalpolizei. Das sagt mir nicht, was meine Frau zu tun hat mit wir lasten ihrer Frau nichts an. Es ist nur so, dass eine ihrer früheren Freundinnen umgebracht worden ist. Das hat uns der Typ von letzter Nacht auch erzählt. Und nun? Ist das ein Grund? Ihre Frau hat einen Brief in Verwahrung genommen. Dieser Brief würde es uns wahrscheinlich erlauben, und deswegen müssen Sie anrufen? Alles, was sie weiß, hat sie schon dem Inspektor gesagt. Der Inspektor ist verschwunden. Ach! Sein Zorn verrauchte. Wenn das so ist, werde ich meine Frau rufen. Ich hoffe, dass Sie sie dann in Ruhe lassen und dafür sorgen, dass ihr Name nicht in den Zeitungen auftaucht. Ein Flüstern war zu hören. Janine musste zusammen mit ihrem Mann in der Kabine sein. Ja, bitte, sagte sie. Entschuldigen Sie, Madame. Sie wissen bereits, worum es sich handelt. Die Concierge in der Rue de Pontieux hat Ihnen einen für Louise bestimmten Brief übergeben. Hätte ich mir den doch bloß nicht aufgeheizt. Was ist aus dem Brief geworden? Stille. Einen Moment lang dachte Migré, die Verbindung sei unterbrochen worden. Haben Sie ihn ihr am Abend Ihrer Hochzeit übergeben, als sie zu Ihnen ins Romeo kam? Natürlich nicht. Ich trage so einen Brief doch nicht an meinem Hochzeitsabend mit mir herum. Kam Louise wegen dieses Briefes zu Ihnen? Wieder Stille, als würde sie zögern. Nein, sie wusste doch gar nichts davon. Was wollte sie? Dass ich ihr Geld leihe, natürlich. Sie hat mir gesagt, dass sie keinen zu mehr habe und die Vermieterin sie vor die Tür gesetzt habe. Und sie hat mir zu verstehen gegeben, dass ihr als Ausweg nur der Selbstmord bleibt. Also nicht ganz so eindeutig. Bei Louise war nie etwas eindeutig. Haben Sie ihr Geld gegeben? Drei oder Viertausend Franscheine, ich habe sie nicht gezählt. Haben Sie ihr von dem Brief erzählt? Ja. Was haben Sie ihr genau gesagt? Was drin stand? Sie haben ihn gelesen? Ja. Wieder Stille. Glauben Sie, was Sie wollen. Es war nicht aus Neugier. Es war nicht mal ich, die ihn aufgemacht hat. Marco hat ihn in meiner Tasche gefunden. Ich habe ihm die Geschichte erzählt und er hat mir nicht geglaubt. Ich habe zu ihm gesagt, mach ihn auf, dann wirst du ja sehen. Sie flüsterte mit ihrem Mann, der in der Kabine geblieben war. Sei still, sagte sie. Es ist besser, die Wahrheit zu sagen. Sie kommen ohnehin drauf. Erinnern Sie sich an den Inhalt? Nicht an jedes Wort. Er war schlecht geschrieben, in üblem Französisch, voller Rechtschreibfehler. Dem Sinn nach stand da, ich habe Ihnen etwas sehr Wichtiges zu sagen und wir müssen uns dringend treffen. Fragen Sie nach Fred in der Pickwicksbar, Rue de l'Etoile. Das bin ich. Falls ich nicht da bin, wird Ihnen der Barkeeper sagen, wo Sie mich finden. Sind Sie noch dran, Herr Kommissar? Mecret machte sich Notizen und brummte. Das ist alles? Ja. Haben Sie Louise diese Nachricht übermittelt? Ja. Schienen sie verstanden zu haben? Nicht sofort. Dann schien ihr etwas einzufallen und sie bedankte sich und ging fort. Im Lauf der Nacht haben Sie nichts mehr von ihr gehört? Nein. Wie auch? Erst zwei Tage später, als ich zufällig die Zeitung durchblättete, habe ich erfahren, dass sie tot war. Glauben Sie, dass sie in die Pickwicksbar gegangen ist? Wahrscheinlich, oder? Na, was hätten Sie an Ihrer Stelle gemacht? Und abgesehen von Ihnen und Ihrem Mann hat niemand davon gewusst? Ich weiß nicht, der Brief lag zwei oder drei Tage in meiner Tasche. Sie haben im Hotel Washington gewohnt? Ja. Sie haben keinen Besuch bekommen? Nur von Marco. Wo ist der Brief jetzt? ist? Ich muss ihn zu anderen Papieren gelegt haben. Ihre Sachen sind noch im Hotel? Sicher nicht. Am Tag vor der Hochzeit habe ich sie zu Marco bringen lassen, abgesehen von meinen Toiletten Sachen und ein paar Kleidungsstücken, die der Diener noch am selben Tag geholt hat. Glauben Sie, dass sie wegen dieser Nachricht umgebracht wurde? Möglich. Sie hat gar nichts dazu gesagt? Nichts. Hat sie mit ihnen jemals über ihren Vater gesprochen? Ich habe sie eines Tages gefragt, wer das auf dem Foto sei, das sie in ihrer Brieftasche aufbewahrte, und sie hat mir geantwortet, das sei ihr Vater. Lebt er noch? habe ich weiter gefragt. Sie hat mich angesehen wie jemand, der keine Lust zu reden hat und geheimnisvoll tut. Ich habe geschwiegen. Als wir ein andermal über unsere Eltern sprachen, habe ich sie gefragt, was macht dein Vater? Sie hat mich auf die gleiche Art angesehen, ohne ein Wort zu sagen. So war sie. Jetzt, da sie tot ist, sollte man nichts Schlechtes über sie sagen, aber ihr Mann musste sie zum Schweigen gebracht haben. Ich habe alles gesagt, was ich weiß. Ich danke ihnen. Wann sind sie wieder in Paris? Janvier hatte das Gespräch über einen zweiten Hörer verfolgt. Ich glaube, dass wir soeben auf L'Ognons Fährte gestoßen sind, sagte er mit einem dünnen Lächeln. Kennst du die Pickwick Bar? Vom Vorbeigehen, aber drin war ich noch nie. Ich auch nicht. Hast du Hunger? Ich kann es kaum erwarten, die Sache aufzuklären. Migret machte die Tür zum Büro nebenan auf und rief Lukaz zu nichts Neues von L'Ognon. Nichts Chef. Wenn er anruft, kannst du mich in der Pickwick Bar erreichen. Rue de L'Etoile. Als sie weg waren, hatte ich Besuch Chef. Von der Inhaberin einer Pension in der Rue d'Abuquille. Sie war in den letzten Tagen angeblich so beschäftigt, dass sie keine Zeitung gelesen hat, aber dann ist sie doch hergekommen, um uns zu sagen, dass Louise Laborn vier Monate lang in ihrem Haus gewohnt hat. Wann? Kürzlich, bis vor zwei Monaten. Also, bevor sie in die Rue de Clichy gezogen ist? Ja, sie hat als Verkäuferin in einem Laden am Boulevard Magenta gearbeitet. Das ist eines der Geschäfte, die vor der Tür einen Ständer mit Sonderangeboten haben. Das Mädchen hat da einen Teil des Winters zugebracht, sich schließlich eine Bronchitis zugezogen und eine Woche lang das Bett hüten müssen. Wer hat sie gepflegt? Niemand. Ihr Zimmer war in der obersten Etage, eine Art Mansarde. Die Pension ist unterste Preisklasse, vor allem Nordafrikaner wohnen dort. Die Lücken waren beinahe gefüllt. Jetzt konnten sie ihre Geschichte nachzeichnen, von dem Moment an, als sie ihre Mutter in Nizza verlassen hatte, bis zu der Nacht, als sie Janine im Romeo wieder sah. Kommst du, Janvier? Aber was war mit den knapp zwei Stunden vor ihrem Tod? Der Taxifahrer hatte sie auf der Place Saint-Augustin gesehen, dann an der Ecke Boulevard aus Mann vor Saint-Honoré. So kam man auch zur Rue de L'Etoile. Louise, die ihr Leben nie in den Griff bekommen, sich lediglich an ein Mädchen geklammert hatte, dem sie zufällig im Zug begegnet war, hastete ganz allein durch den feinen Regen ihrem Schicksal entgegen. Kapitel 8 Wo es um Leute geht, die wissen, was Reden bedeutet und noch einmal um Grießkram. Die Fassade zwischen einem Schusterladen und einer Wäscherei, in der man die Büglerinnen arbeiten sah, war so schmal, dass die meisten Leute daran vorbeigingen, ohne zu ahnen, dass es da eine Bar gab. Grünliche Flaschenböden, die als Fensterscheiben dienten, ließen vom Interieur nichts erkennen. Und an einer dunkelrot verhangenen Tür hing eine auf alt gemachte Laterne, auf der in mehr oder weniger gotischen Buchstaben der Schriftzug Pickwick's Bar aufgemalt war. Kaum war Migret über die Schwelle getreten, ging eine Verwandlung in ihm vor. Er legte einen harten, geschäftsmäßigen Ausdruck an den Tag, und in Janviers Haltung vollzog sich automatisch ein ähnlicher Wandel. Die Bar war menschenleer. Die Flaschenböden und die schmale Fassade machten den Raum düster. Auf der Holztäfelung blitzten hier und dort Lichtreflexe. Ein Mann in Hemdsärmeln, der hinter dem Tresen verborgen gewesen war, erhob sich und legte ein Sandwich hin, das er gerade aß. Mit noch vollem Mund sah er sie an, schweigend und mit undurchdringlichem Gesichtsausdruck. Er hatte schwarzes, fast blaues Haar, dichte Augenbrauen, die ihn störrisch erscheinen ließen, und ein Grübchen mitten auf dem Kinn, tief wie eine Narbe. Maigret schien ihn keines Blickes zu würdigen, doch es war klar, dass sie einander wiedererkannt hatten, sich nicht das erste Mal gegenüber standen. Er ging langsam auf einen der hohen Barhocker zu, setzte sich, während er seinen Mantel aufknöpfte und seinen Hut nach hinten schob. Janvier tat es ihm gleich. Sie schwiegen. Dann fragte der Barkeeper, wollen Sie etwas trinken? Maigret zögerte und sah Janvier an. Und du? Das gleiche wie sie. Zwei Pernod, wenn du welchen hast. Albert schenkte ihnen ein, stellte eine Karaffe Eiswasser auf den Mahagonitresen und wartete. Einen Moment lang hätte man glauben können, dass sie ein Spiel spielten, wer von ihnen das Schweigen länger durchhielt. Es war der Kommissar, der es brach. Um welche Uhrzeit ist Lognon gekommen? Ich wusste nicht, dass er Lognon heißt. Ich kenne ihn nur als Grießkram. Wann? Vielleicht gegen elf. Ich habe nicht auf die Uhr geschaut. Wohin hast du ihn geschickt? Nirgendwohin. Was hast du ihm gesagt? Ich habe seine Fragen beantwortet. Migré spießte Oliven auf, die in einer Schüssel auf dem Tresen lagen und aß eine nach der anderen. Offenbar war er in Gedanken ganz woanders. Sobald der Barkeeper hinter seinen Tresen aufgetaucht war, hatte Migré ihn erkannt. Ein gewisser Albert Falconi, ein Korse, den er mindestens zweimal ins Gefängnis geschickt hatte, einmal wegen illegalen Glücksspiels, ein andermal wegen Goldschmuggels nach Belgien. Ein weiteres Mal hatte man Falconi verdächtigt, am Montmartre einen Typen aus einer Marseilleer Bande niedergeschossen zu haben, aber Mangels Beweisen musste man ihn wieder auf freien Fuß setzen. Er musste etwa 35 Jahre sein. Beide Seiten vermieden unnötige Worte, man war gewissermaßen unter Profis, jeder einzelne Satz wog schwer. Als du am Dienstag die Zeitung gelesen hast, hast du da die Kleine wiedererkannt? Albert widersprach nicht, gab nichts zu und sah den Kommissar weiter mit unbewegtem Blick an. Wie viele Gäste waren in der Bar, als sie am Montag Abend hereinkam? Mecret sah sich um. Es gab in Paris eine Reihe von Bars wie diese und ein Passant, der zufällig hereinkommt, wenn niemand da ist, wundert sich vielleicht, wie sie überleben. Das liegt Stammgäste demselben Milieu angehören und sich regelmäßig zu festen Zeiten einfinden. Morgens musste Albert nicht öffnen. Wahrscheinlich war er gerade erst gekommen und mit dem Aufräumen der Flaschen noch nicht fertig. Abends jedoch waren sicher alle Barhocker besetzt, sodass man sich an der Wand entlang schlängeln musste. Im Hintergrund zeichnete sich eine steile Treppe ab, die in den Keller führte. Auch der Barkeeper schien die Barhocker zu zählen. Es war beinahe voll, sagte er schließlich. Es war zwischen Mitternacht und ein Uhr, ja? Näher an eins als an Mitternacht. Hattest du sie schon mal gesehen? Das war das erste Mal. Jeder musste sich nach Louise umgewandt und sie neugierig in Augenschein genommen haben. Wenn Frauen solche Lokale aufsuchten, waren es Prostituierte und so sah das Mädchen nicht aus. Das ausgebleichte Abendkleid und das schlecht sitzende Sand Cape hatten bestimmt für Aufsehen gesorgt. Was hat sie gemacht? Albert er runzelte die Stirn wie ein Mann, der sich zu erinnern versucht. Sie hat sich hingesetzt. Wohin? Er betrachtete erneut die Barhocker. Dahin, wo sie jetzt sitzen. In Türnähe war sonst kein Platz mehr frei. Was hat sie getrunken? Einen Martini. Sie hat sofort einen Martini bestellt. Als ich sie gefragt habe, was sie möchte. Und dann? Sie blieb eine Weile sitzen, ohne etwas zu sagen. Hatte sie eine Handtasche bei sich? Sie hat sie auf die Bar gelegt. Eine silberne Tasche. Hat dir Lognon auch diese Fragen gestellt? Nicht in derselben Reihenfolge. Erzähl weiter. Ich würde lieber Fragen beantworten. Hat sie dich gefragt, ob du einen Brief für sie hast? Er nickte. Wo war der Brief? Er drehte sich wie in Zeitlupe um und deutete auf eine Stelle zwischen zwei Flaschen, aus denen wohl nicht oft ausgeschenkt wurde. Dort steckten zwei oder drei Umschläge, die für Gäste bestimmt waren. Da du hast ihn ihr gegeben? Ich habe ihren Ausweis verlangt. Warum? Weil man mir das so gesagt hat. Wer? Der Typ. Albert sagte nie mehr als unbedingt nötig und versuchte in den Pausen schon die nächste Frage zu erraten. Jamie? Ja. Kennst du seinen Familiennamen? Nein. In Baus sagen die Leute den selten. Hängt von den Baus ab. Albert zog er mit den Achseln, als wollte er sagen, dass ihm das nichts ausmache. Sprach er Französisch? Ziemlich gut für einen Amerikaner. Was für eine Art Typ war er? Das wissen Sie besser als ich, oder? Antworte trotzdem. Ich hatte den Eindruck, dass er eine Weile im Knast gehockt hat. War er klein, mager und schwächlich? Ja. War er Montag hier? Er hatte Paris fünf oder sechs Tage zuvor verlassen. Davor kam er jeden Tag. Albert gab geduldig Auskunft und griff, da die Gläser leer waren, nach der Pernod-Flasche. Weißt du, wo er wohnte? Vermutlich in einem Hotel hier im Viertel. Keine Ahnung in welchem. Hatte er dir da schon den Umschlag gegeben? Nein. Er hatte mir nur gesagt, dass ich, wenn das Mädchen nach ihm fragen würde, sagen sollte, wann er wieder hier sei. Um welche Zeit? Am Nachmittag nach vier, dann fast den ganzen Abend bis spät in die Nacht. Wann machst du zu? Um zwei oder drei am Morgen kommt drauf an. Hat er mit dir geredet? Das kam vor. Von sich? Von allem ermöglichen? Hat er dir gegenüber zugegeben, dass er im Gefängnis war? Er hat sowas durchblicken lassen. Sing sing? Glaube ja. Wenn sing sing im Bundesstaat New York liegt, am Hudson, dann war es das. Er hat dir nicht gesagt, was in dem Umschlag war? Nein. Nur, dass es wichtig wäre. Er hat es eilig, wieder fortzukommen. Wegen der Polizei? Wegen seiner Tochter. Sie heiratet nächste Woche in Baltimore. Deshalb musste er fort und konnte nicht länger warten. Hat er dir das Mädchen beschrieben, das kommen würde? Nein. Aber ich sollte sicher gehen, dass es auch wirklich die richtige ist. Deshalb habe ich nach ihrem Ausweis verlangt. Hat sie den Brief in der Bar gelesen? Sie ist nach unten gegangen. Was ist da? Die Toiletten und das Telefon. Glaubst du, dass sie da den Brief gelesen hat? Vermutlich. Hat sie ihre Handtasche mitgenommen? Ja. Welchen Eindruck machte sie, als sie hochkam? Weniger deprimiert als vorher? Hatte sie getrunken, bevor sie herkam? Keine Ahnung, kann sein. Was hat sie dann gemacht? Sie hat sich wieder an die Bar gesetzt. Hat sie noch einen Martini bestellt? Nicht sie, sondern der andere Amerikaner. Welcher andere Amerikaner? Ein großer Kerl mit deinem Schmiss und Blumenkohl Ohren. Du kennst ihn nicht. Von dem weiß ich nicht mal den Vornamen. Wann kam er zum ersten Mal in deine Bar? Etwa zur gleichen Zeit wie Jimmy? Kannten sie sich? Jimmy kannte ihn sicher nicht. Und der andere ihn? Mir kam es so vor, als würde er ihm folgen. kam er immer zur gleichen Zeit wie Jimmy? Ungefähr in einem großen Schlitten, den er vor dem Eingang geparkt hat. Hat Jimmy dich auf auf angesprochen? Er hat mich gefragt, ob ich den kenne. Was du verneint hast? Ja, das schien ihn zu beschäftigen. Dann hat er mir gesagt, dass er sicher vom FBI sei, das wissen will, was er hier in Frankreich macht. Glaubst du, dass das stimmt? Ich glaube schon lange nichts mehr. Als Jimmy zurück in die USA ging, kam der andere da immer noch? Regelmäßig. Stand auf dem Umschlag ein Name? Louise Laboine mit dem Zusatz Paris. Konnten die Gäste das lesen? Sicher nicht. Du gehst nie mal für einen Augenblick von der Bar weg? Nicht wenn Leute da sind. Ich traue niemandem. Hat er das Mädchen angesprochen? Er hat sie gefragt, ob er ihr ein Glas ausgeben darf. Sie hat angenommen? Sie hat mich angesehen, als wollte sie mich um Rat fragen. Man hat gemerkt, dass sie das nicht gewöhnt war. Hast du ihr ein Zeichen der Zustimmung gegeben? Ich habe gar kein Zeichen gegeben, sondern einfach zwei Martinis serviert. Dann bin ich ans andere Ende des Tresens gegangen, wo man mich gerufen hat und habe nicht weiter auf die beiden geachtet. Sind das Mädchen und der Amerikaner zusammen gegangen? Ich glaube mit dem Wagen. Ich habe einen Motor gehört. Ist das alles, was du Lognon erzählt hast? Nein, er hat mir noch andere Fragen gestellt. Welche? Zum Beispiel, ob der Typ telefoniert hat, was ich verneint habe. Dann, ob ich weiß, wo er wohnt. ich habe wieder verneint und schließlich, ob ich eine Idee hätte, wohin er gefahren sein könnte. Albert sah Migré in die Augen. Und? Das werde ich Ihnen sagen, wie ich es Griesgramm gesagt habe. Am Tag zuvor hatte mich der Amerikaner gefragt, wie man am schnellsten nach Brüssel kommt. Ich habe ihm geraten, Paris über Saint-Denis zu verlassen, über Comien zu fahren und dann... Das ist alles? Nein. Vielleicht eine Stunde bevor die Kleine auftauchte, hat er wieder von Brüssel gesprochen. Diesmal hat er nach dem besten Hotel gefragt. Ich habe ihm geantwortet, dass ich immer im Palace gegenüber der Gare du Nord absteige. Wann hast du das gesagt? Kurz vor eins am Morgen. Das hat länger gedauert als mit ihnen, weil ich Gäste bedienen musste. Hast du einen Zug Fahrplan? Für die Züge nach Brüssel? Wozu? Der Inspektor ist nach unten, um beim Bahnhof anzurufen. Der nächste Zug ging erst um halb sechs. Hat er dir gesagt, dass er den nehmen würde? Das war nicht nötig. Was glaubst du, hat er bis halb sechs gemacht? Was hätten sie gemacht? Maigret dachte nach. Es war gerade die Rede von zwei Ausländern gewesen, die offenbar beide im Viertel gewohnt hatten und die Pickwick-Spa für sich entdeckt hatten. Glaubst du, L'Oignon die Hotels in der Gegend abgeklappert hat? Sie führen die Untersuchung, oder? Ich bin für Chris gar nicht verantwortlich. Geh nach unten Janvier und ruf in Brüssel an. Frag im Palace, ob sie L'Oignon gesehen haben. Er muss gegen halb zehn Uhr angekommen sein. Vielleicht wartet er immer noch darauf, dass der Amerikaner mit dem Auto ankommt. Während der Abwesenheit des Inspektors sagte er kein Wort. Und Albert, der das Gespräch für beendet hielt, setzte sich wieder hinter die Bar und griff nach seinem Sandwich. Maigret hatte nichts von seinem zweiten Glas getrunken, aber das Olivenschälchen geleert. Starr blickte er die Barhocker entlang zur kleinen Treppe im Hintergrund. Es schien, als wollte er die Kulisse mit all jenen bevölkern, die am Montagabend dagewesen waren, als Louise Laboine in Abendkleid und samt Cape die silberne Tasche in der Hand hereingekommen war. Auf seiner Stirn grub sich eine tiefe Falte ein. Zweimal machte er den Mund auf, um etwas zu sagen, ließ es dann aber bleiben. Mehr als zehn Minuten vergingen. Der Barkeeper hatte Zeit, seine Mahlzeit zu beenden, die Brotkrümel von der Ablage zu wischen und eine Tasse Kaffee zu trinken. Mit einem schmutzigen Lappen begann er, die Flaschen auf dem Regal abzustauben, als Janvier wieder auftauchte. Er ist am Apparat, wollen Sie ihn sprechen? Das hat sich erledigt, sag ihm, dass er zurückkommen kann. Unfähig, seine Überraschung zu verheimlichen, zögerte Janvier und fragte sich, ob er richtig verstanden und ob Migret sich das auch gut überlegt hatte. Gewöhnt daran zu gehorchen, machte er schließlich kehrt und murmelte, na gut. Albert war nicht zusammengefahren, seine Gesichtszüge hatten sich im Gegenteil verhärtet. Mechanisch fuhr er fort, eine Flasche nach der anderen abzustauben, im Spiegel hinter dem Regal konnte er den Kommissar sehen. Janvier kam zurück und Migret fragte, hat er protestiert. Er hat einen Satz angefangen, aber nicht beendet und sich damit begnügt zu sagen, wenn das ein Befehl ist. Migret rutschte von seinem Barhocker, knöpfte seinen Mantel zu und setzte seinen Hut wieder auf. Zieh dir was an, Albert, sagte er schlicht. Wie? Ich habe gesagt, zieh dir was an. Wir machen einen Ausflug zum Quai des Saufèvres. Der andere schien nicht zu verstehen. Ich kann doch die Bar. Du hast einen Schlüssel, oder? Was wollen sie eigentlich von mir? Ich habe ihnen gesagt, was ich weiß. Soll ich dich abführen lassen? Ich komme schon, aber... Er saß allein im Fond des kleinen Wagens und sprach während der ganzen Fahrt kein Wort. Er blickte starr vor sich hin, wie ein Mann, der zu begreifen versucht. Auch Janvier sagte nichts. Maigret rauchte schweigend seine Pfeife. Geh hinauf! An der Tür zum Büro ließ er Albert den Vortritt. Erst fragte er Janvier, wie spät ist es in Washington? Es muss acht Uhr morgens sein. Bis du die Verbindung hast, selbst wenn du vorrangig behandelt wirst, wird es bald neun sein. Lass dich mit dem FBI verbinden. Frag nach Clark. Ich möchte mit ihm sprechen. Bedächtig legte er Mantel und Hut ab und verstaute beides im Wandschrank. Du kannst deinen Mantel ausziehen, es kann ein bisschen dauern. Sie haben mir noch nicht gesagt, warum. Wie viele Stunden bist du damals in diesem Büro geblieben, als wir über die Goldbarren gesprochen haben? Albert musste nicht lange in seinem Gedächtnis kramen. Vier Ist dir in der Zeitung vom Dienstag Morgen nichts aufgefallen? Das Foto des Mädchens. Es gab noch ein Foto. Drei Typen, hartgesottene Kerle, die man die Mauerbrecher genannt hat. Um drei Uhr morgens haben sie gestanden, lange nachdem sie dieses Büro betreten hatten. Dreißig Stunden. Migré nahm auf seinem Sessel Platz und ordnete seine Pfeifen, als suchte er nach der Besten. Du hast die Sache lieber nach vier Stunden beendet. Mir persönlich ist das gleichgültig. Wir sind genug, um einander abzulösen und die Zeit läuft für uns. Er wählte die Nummer der Brasserie Dauphin. Hier, Migré, würden Sie mir ein paar Sandwiches und Bier rüberschicken. Für wie viele? Er erinnerte sich, dass auch Janvier noch nicht zu Mittag gegessen hatte. Für zwei. Ja, für sofort. Vier Gläser, in Ordnung. Er zündete seine Pfeife an und ging zum Fenster, wo er eine Weile stehen blieb und dem Hin und Her der Autos und der Fußgänger auf dem Pont Saint-Michel zusah. Hinter ihm zündete sich Albert eine Zigarette an, versuchte dabei ein Zittern zu unterdrücken und setzte die ernste Miene eines Mannes auf, der das für und wieder abwägt. Was wollen Sie wissen? fragte er schließlich, immer noch zögernd. Alles. Ich habe die Wahrheit gesagt. Nein. Migré drehte sich nicht zu ihm um. Von hinten betrachtet wirkte der Kommissar in der Tat wie jemand, der nichts anderes zu tun hat, als zu warten, während er seine Pfeife raucht und den Verkehr betrachtet. Albert schwieg wieder. Er blieb ziemlich lange stumm, bis der Kellner aus der Brasserie Zeit hatte, mit seinem Tablett zu kommen und es auf dem Schreibtisch abzustellen. Migré öffnete die Tür zu den Inspektoren. Janvier, rief er und der kam sofort. In zwanzig Minuten habe ich die Verbindung. Bedien dich, das ist für uns beide. Gleichzeitig gab er ihm ein Zeichen, sein Sandwich und sein Bier mit nach neben anzunehmen. Migré machte es sich bequem und fing an zu essen. Die Rollen waren vertauscht. Gerade nach in der Pickbicks Bar war es Albert, der hinter den Tresen gesessen hatte. Der Kommissar schien Alberts Anwesenheit vergessen zu haben und es wirkte so, als würde er an nichts denken, nur kauen und ab und zu einen Schluck Bier nehmen. Sein Blick streifte die Papiere auf dem Schreibtisch. Sie sind sich ihrer Sache sicher, stimmt's? Migré nickte mit vollem Mund. Sie glauben wohl, dass ich auspacke. Er zuckte mit den Achseln, als wollte er sagen, dass ihm das egal sei. Warum haben Sie Grießkram zurückgerufen? Migré lächelte. In diesem Moment riss Albert wutentbrannt die Zigarette in Stücke, verbrannte sich dabei die Finger und zischte Scheiße! Er war zu angespannt, um sitzen zu bleiben, sprang auf, ging zum Fenster, drückte die Stirn gegen die Glasscheibe und sah nun selbst dem Treiben draußen zu. Als er sich umdrehte, hatte er sich damit abgefunden. Seine Nervosität war verschwunden, seine Muskeln hatten sich entspannt. Ohne eingeladen worden zu sein, nahm er einen wischte sich den Mund ab und setzte sich wieder auf seinen Platz. Das war seine letzte Kampfansage, um sein Gesicht zu wahren. Wie haben Sie es erraten? fragte er. Migré antwortete in aller Ruhe, ich habe nichts erraten, ich habe es sofort gewusst. Kapitel 9 Wo gezeigt wird, dass eine Treppe eine wichtige Rolle spielen kann und eine Handtasche eine noch wichtigere spielt. Migré nahm ein paar Pfeifen Züge und betrachtete seinen Gesprächspartner schweigend. Man hätte denken können, dass er sich wie ein Schauspieler Zeit nehme, um dem, was er sagen würde, mehr Gewicht zu geben. Aufspielen wollte er sich aber mitnichten. Er sah das Gesicht des Barkeepers kaum. Er dachte an Louise Labourne. Die ganze Zeit, die er schweigend in der Bar an der Rue de l'Etoile verbracht hatte, als Janvier unten telefonierte, hatte er sich vorzustellen versucht, wie sie die Bar voller Gäste betrat, in ihrem ärmlichen Abendkleid und dem Samt Cape, das nicht richtig saß. Weißt du, murmelte er schließlich, deine Geschichte ist auf den ersten Blick perfekt, fast zu perfekt, und ich hätte sie geglaubt, wenn ich das Mädchen nicht gekannt hätte. Albert war überrascht und fragte unwillkürlich, sie kannten sie? Ich habe sie ziemlich gut kennengelernt. Noch jetzt, während sie redeten, stellte er sie sich vor, wie sie sich bei Mademoiselle Poré unter dem Bett versteckte und sich dann später in ihrer Wohnung in der Rue de Pontier mit Janine stritt. Er folgte ihr in das schäbige möblierte Zimmer in der Rue d'Abuquille und zum Laden am Boulevard Magenta, wo sie draußen in der Kälte arbeiten musste. Er hätte alle Sätze wiederholen können, die man ihm über sie gesagt hatte, die der Concierge und der Witwe Cremieux. Er sah, wie sie das Maxims betrat und wie sie sich einen Monat später im Romeo unter die Hochzeitsgäste mischte. Zu zuallererst ist es sehr unwahrscheinlich, dass sie sich an die Bar gesetzt hat. Weil sie spürte, dass sie dort nicht hingehörte, dass alle sie ansahen und auf den ersten Blick erkannten, dass sie ein billiges Kleid trug. Selbst wenn sie sich hingesetzt hätte, hätte sie keinen Martini bestellt. Dein Pech ist gewesen, dass du gedacht hast, sie sei wie deiner anderen weiblichen Gäste und als ich dich gefragt habe, was sie getrunken hat, hast du automatisch einen Martini geantwortet. Sie hat nichts getrunken, gab Albert zu. Sie ist nicht nach unten gegangen, um ihren Brief zu lesen. In Bars wie deiner gibt es kein Hinweisschild über der Treppe. Selbst wenn es eines gegeben hätte, bezweifle ich, dass sie den Mut gehabt hätte, an zwanzig Gästen vorbeizugehen, von denen die meisten wohl betrunken waren. Und zudem standen in den Zeitungen nicht alle Ergebnisse der Autopsie. Es hieß, dass ich Alkohol im Magen der Toten befunden habe, ohne zu präzisieren, dass es sich um Rum handelte. Martini besteht nun aber aus Gin und Wermut. Migret triumphierte nicht, vielleicht, weil er immer noch an Luis dachte. Er sprach halblaut, wie zu sich selbst. Hast du ihr wirklich den Brief gegeben? Ich habe ihr einen Brief gegeben. Du meinst einen Umschlag? Ja. Der nur ein leeres Blatt Papier enthielt? Ja. Wann hast du den richtigen Brief geöffnet? Als ich mir sicher war, dass Jimmy das Flugzeug in die USA genommen hatte. Hast du ihn bis Orly verfolgen lassen? Ja. Warum? Du wusstest doch nicht, worum es sich handelte. Ein Kerl, der aus dem Gefängnis kommt und sich die Mühe macht, den Ozean zu überqueren, um einem Mädchen eine Nachricht zu überbringen. Das riecht nach etwas Wichtigem. Hast du den Brief aufgehoben? Ich habe ihn zerrissen. Migré glaubte ihm. Albert würde sich nicht mehr die Mühe machen zu lügen. Was stand drin? Etwas in der Art von ich habe mich vielleicht bisher nicht sehr um dich gekümmert, aber eines Tages wirst du begreifen, dass das besser für dich war. Was man dir auch sagt, urteile nicht zu streng über mich, jeder weht sich seinen Weg aus, oft in einem Alter, da es einem an Urteilsvermögen fehlt und hinterher ist es zu spät. Du kannst der Person vertrauen, die dir diesen Brief übergeben wird, wenn du ihn bekommst, bin ich tot. Was »Es bleibt mir der Trost, dass du in Zukunft keine Not leiden wirst. Besorge dir, sobald du kannst, einen Pass für die Vereinigten Staaten. Brooklyn ist ein Vorort von New York, das hat man dir vielleicht in der Schule beigebracht. Unter der unten angegebenen Adresse wirst du einen kleinen polnischen Schneider finden mit dem Namen Albert Wer hielt inne? Begre gab ihm ein Zeichen fortzufahren. Ich erinnere mich nicht mehr. Doch gut, mit dem Namen Lukasek. Geh zu ihm und zeig ihm deinen Pass und er wird dir einen gewissen Betrag in Scheinen geben. Das ist alles? Da standen noch drei oder vier rührselige Sätze, die ich nicht behalten habe. Hast du dir die Adresse gemerkt? Ja, 1214, 37. Straße. Wem hast du davon erzählt? Albert schwieg. Migrets Blick lag weiter schwer auf ihm und er gab klein bei. Ich hab den Brief einem Kumpel gezeigt. Wem? Bianchi. Ist er immer noch mit der großen Jeanne zusammen? Migret hatte den mutmaßlichen Chef der korsischen Bande mindestens zehnmal festgenommen und nur einmal war es ihm gelungen, ihn verurteilen zu lassen, dann allerdings für fünf Jahre. Ist Torrance da? Man holte ihn. Nimm dir zwei oder drei Leute, vergewissere dich, dass die große Jeanne immer noch in der Rue Lepic wohnt. Es kann gut sein, dass du Bianchi bei ihr antreffst. Wenn er nicht da ist, krieg raus, wo er ist. Sei vorsichtig, der weiß, wie man sich zur Wehr setzt. Albert hörte unbewegt zu. Mach weiter. Was wollen sie denn noch wissen? Bianchi konnte nicht irgendwen in die Vereinigten Staaten schicken, der bei Lukasek das Geld einsackt. Er hat geahnt, dass der Pole Anweisungen hatte und Beweise für die Identität des Mädchens verlangen würde. Das war so klar, dass er keine Antwort erwartete. Ihr habt also darauf gewartet, dass sie ins Pickwicks kommt. Wir wollten sie nicht töten. Albert war überrascht, als Migret sagte, davon bin ich überzeugt. Das waren Profis, die keine unnötigen Risiken eingingen. Alles, was sie brauchten, war der Ausweis des Mädchens. Einmal im Besitz dieses Stücks bekamen sie problemlos einen Pass für irgendeine Komparsin, die den Platz von Louise Laborn einnehmen würde. Bianchi war in deiner Bar? Ja. Sie ist rausgegangen, ohne den Umschlag zu eröffnen? Ja. Dein Chef hatte einen Wagen vor der Tür. Mit dem Tätowierten am Steuer. Jetzt kann ich Ihnen auch alles erzählen. Sind Sie ihr gefolgt? Ich war nicht dabei. Was ich davon weiß, haben sie mir hinterher erzählt. Es bringt nichts, den Tätowierten in Paris zu suchen. Nach dem, was passiert ist, hat er es mit der Angst bekommen und ist abgedampft. Nach Marseille? Wahrscheinlich. Ich vermute, Sie wollten ihr die Tasche stehlen? Ja, sie haben sie eingeholt. Bianchi ist aus dem Auto gestiegen. Kein Mensch war auf der Straße. Er hat die Tasche gepackt, wusste aber nicht, dass sie mit einem Kettchen an ihrem Handgelenk befestigt war. Sie ist auf die Knie gefallen. Als er sah, dass sie schreien wollte, hat er sie ins Gesicht geschlagen. Offenbar hat sie sich an ihn geklammert und versucht, um Hilfe zu rufen. Da hat er eine Art Schlagstock aus seiner Tasche geholt und sie tot geschlagen. Du hast die Geschichte mit dem zweiten Amerikaner nur erfunden, um L'Agnon loszuwerden. Na, was hätten sie an meiner Stelle gemacht? Grießkram hatte doch keine Ahnung. Und doch war der Inspektor ihnen fast immer einen Schritt voraus gewesen. Und wenn er sich mehr mit dem Wesen des Mädchens beschäftigt hätte, hätte er endlich seinen Triumph gehabt, auf den er schon so lange wartete, ohne noch daran zu glauben. Woran dachte er nun in dem Zug, der ihn von Brüssel zurückbrachte? Wahrscheinlich verfluchte er sein Pech und war mehr denn je davon überzeugt, dass sich die ganze Welt gegen ihn verbündet hatte. Fachlich hatte er keinen Fehler gemacht. Aber in keinem Polizeikurs lernt man, wie man sich in die Haut eines Mädchens versetzt, das in Nizza bei einer halbverrückten Mutter aufgewachsen ist. Jahrelang hatte Louise verbissen ihren Platz gesucht, ohne ihn zu finden. Verloren in einer Welt, die sie nicht verstand, hatte sie sich verzweifelt an die Erstbeste geklammert und die hatte sie schließlich im Stich gelassen. Allein wie sie war, verhärtete sie sich in einer feindlichen Welt, deren Spielregeln sie vergebens zu lernen suchte. Wusste sie womöglich nichts von ihrem Vater? Schon als Kind musste sie sich fragen, warum ihre Mutter nicht wie alle anderen war und warum sie beide so anders als ihre Nachbarn lebten. Mit all ihrer Kraft hatte sie versucht, sich anzupassen. Sie war davongelaufen, sie hatte die Kleinanzeigen gelesen. Und während Janine Arminieu mühelos eine Stelle fand, wurde sie überall, wo sie sich vorstellte, wieder vor die Tür gesetzt. Hatte sie sich schließlich wie Lognon eingeredet, dass es eine Art Verschwörung gegen sie gab? Worin unterschied sie sich so von den anderen? Warum brach aller Ärger über sie herein? Selbst ihr Tod erschien wie eine Ironie des Schicksals? Wenn das Kettchen ihrer silbernen Handtasche nicht um ihr Handgelenk gewickelt gewesen wäre, hätte sich Bianchi damit begnügt, sie ihr zu entreißen und das Auto wäre mit vollem Tempo davon gerast. Hätte sie der Polizei ihre Geschichte erzählt, niemand hätte ihr geglaubt. Warum wurde ihre Leiche an die Place Vontimil gebracht? Zuerst einmal konnten sie nicht in der Nähe meiner Bar liegen lassen und dann schienen sie in ihrem Aufzug besser nach Montmartre zu passen. Sie haben dort den erstbesten menschenleeren Ort genommen. Haben sie schon jemanden zum amerikanischen Konsulat geschickt? Sicher nicht. Sie warten ab. Chef, Inspektor Clark ist am Apparat. Du kannst mir das Gespräch hierher legen. Es handelte sich nur mehr um eine Bestätigung und es war eher aus persönlicher Neugier, dass Migret dem FBI ein paar Fragen stellte. Wie immer lief das Gespräch mit Clark halb in Migrets schlechtem Englisch, halb im schlechten Französisch des Amerikaners ab, wobei sich jeder tapfer bemühte, die Sprache des Anderen zu sprechen. Ehe Clark begreifen konnte, worum es ging, musste Migret alle Decknamen van Krams aufzählen. Lemke, Stieb, Ziegler, Marek, Spengler, Donley. Auf den Namen Donley war er vor einem Monat beerdigt worden. Im Gefängnis Sing-Sing, wo er wegen Veruntreuung eine Strafe von acht Jahren abbüßte, nachdem ihn jemand verpfiffen hatte. Hat man das Geld gefunden? Nur einen kleinen Teil. War es viel? Über hunderttausend Dollar. Hieß sein Komplize Jimmy? Jimmy O'Malley. Er hatte nur drei Jahre und wurde vor zwei Monaten freigelassen. Er hat einen Abstecher nach Frankreich gemacht. Ich glaubte, seine Tochter würde demnächst heiraten. Zur Hochzeit ist er wieder zurückgeflogen. Das Geld ist in Brooklyn, bei einem polnischen Schneider namens Lukasek. In Migres Worten schwang dennoch etwas wie Triumph mit. Lukasek, der vielleicht gar nicht weiß, was da bei ihm lagert, hat den Auftrag, das Päckchen einem Mädchen namens Louise Labourne auszuhändigen. Wird sie kommen? Leider nein. Es war ihm herausgerutscht und er fügte rasch hinzu, sie ist diese Woche in Paris gestorben. Er tauschte noch ein paar Höflichkeiten, sogar ein paar Scherze mit Clark, den er seit Jahren nicht mehr gesehen hatte. Als er auflegte, schien er überrascht, dass Albert immer noch auf seinem Stuhl saß und eine Zigarette rauchte. Die FBI-Leute würden sicher die Dollars wiederfinden und sie dem Bankier ersetzen, dem sie gehörten, oder einer Versicherungsgesellschaft, denn wahrscheinlich war der Bankier gegen Diebstahl versichert. Der kleine polnische Schneider würde im Gefängnis landen. Jimmy O'Malley würde, weil er den Auftrag angenommen hatte, seinen Platz in Sing-Sing wieder einnehmen, anstatt zur Hochzeit seiner Tochter nach Baltimore zu fahren. Louise's Schicksal hatte an einer Kleinigkeit gehangen, an einem ums Handgelenk gewickelten Kettchen. Wenn Mademoiselle Irène aus der Rue de Douai dem Mädchen, das eines Abends gekommen war, um sich ein Kleid auszuleihen, ein anderes Täschchen gegeben hätte. Und wenn Louise rechtzeitig in die Rue de Pontieu gegangen wäre und den Brief selbst entgegengenommen hätte, wäre sie dann nach Amerika gegangen? Was hätte sie mit den 100.000 Dollar gemacht? Maigret trank sein Bier aus. Es war schon lau. Er leerte seine Pfeife, nicht in den Aschenbecher, sondern in den Kohleeimer, in dem er sie an seinem Absatz ausklopfte. Kommst du mal, Janvier? Er deutete auf den Barkeeper, der sofort wusste, worum es ging. Langsam gewöhnte er sich daran. Nimm ihn mit noch nebenan, halt seine Aussagen fest, lass sie von ihm unterschreiben und begleite ihn ins Untersuchungsgefängnis. Ich rufe Richter Comilio an. Das war nur Routine, belanglos. Als Albert aus der Tür ging, erinnerte er ihn, ich hab die drei Pernod vergessen. Geht aufs Haus. So weit kommt's noch. Er reichte ihm ein paar Geldscheine, wie er es in der Bar an der Rue de Littoye gemacht hätte und murmelte, behalte den Rest. Ganz so, als stünde er noch hinter seinem Tresen, antwortete Albert unwillkürlich, ich bedanke mich. Shadow Rock Farm, Lakeville, Connecticut, 18. Januar 1954 Sie hörten Georges Simenon, Maigret und die junge Tote, gelesen von Walter Kreie. Aus dem französischen von Rainer Moritz, nach dem gleichnamigen Buch, erschienen im Kampa Verlag. Regie Wolfgang Stockmann. Ton und Schnitt Sebastian Quadflieg. Produziert von Stückwerke, die Kulturfirma. Eine Produktion von der Audio Verlag.